Die Musik ist weg, aber ich höre meine Stimme. Heißt das, der Stream sieht uns? Oh mein Gott. Ich glaube noch nicht. Aber er hört uns. Das ist das falsche Setup. Stuhl. Das ist das falsche Setup. Einen wunderschönen... Oh, ich höre mich auch ein bisschen knistern. Ich hoffe, ihr hört mich nicht knistern. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen näher dran. Ich glaube, das war mein Fehler. Wartet mal. So, einen wunderwunderschönen Samstagabend wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Beim zweiten Pen & Paper, das wir hier in diesem wunderschönen Studio umsetzen werden. Unser Bild flackert. Bitte sag mir, dass das nur der Fernseher ist. Das Knistern ist wahrscheinlich das Draußen. Wir versuchen hier gerade noch eine Tür zu schließen. Dankeschön, Regie. Versuchen, eine Tür zu schließen? Ja, da hängen so Dinge dazwischen. Ich hoffe, dass es gleich... Die ist zu. Die Tür ist zu. Einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich euch. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir haben eine leichte Verzögerung drinnen, tatsächlich. Es ist 18.41 Uhr. Wir sind nur 41 Minuten zu spät dran. Wow! Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber wir haben mega krass aufwendig Technik drumherum. Es hat alles nicht perfekt funktioniert. Aber dafür funktioniert es hoffentlich jetzt perfekt. Ich habe wundervolle Gäste und Gästinnen hier mit auf dem Tisch. Ich freue mich mega. Ich würde einfach anfangen, hier links von mir. Du darfst jetzt einmal sagen, wer du bist. Für alle, die es noch nicht wissen. Achso, das war jetzt so richtig mit Vorstellung. Oder einfach nur... Du darfst gerne einfach... Du kannst auch drei Sätze sagen. Oder zehn, wie du möchtest. Bitte nicht 20. Wir sind schon 41 Minuten zu spät. Das schlägt jetzt eigentlich von Anfang an an. Aber nein, ich bin Finacy. Ja, das reicht eigentlich. Hi, ich bin Mayri und ich bin heute die Spielleitung und habe diesen wunderbaren Schilden hier mitgebracht. Das ist das Alien-Rollenspielen, nachdem das letzte Mal, als ich hier war, sich herausstellte, dass vielleicht mehrere Leute hier eine Begeisterung für den Film hatten. Haltest du übrigens die Kamera so da. Ja, ja. Ich habe versucht, das reinzuhalten und auch dafür zu sorgen, dass es nicht spiegelt hier und da. Genau. Und ja, ich habe die Erlaubnis bekommen, Charaktere umzubringen und ihnen schlimme Dinge anzutun, weil das dazu gehört. Ich muss einmal kurz unterbrechen. Regie hat wahrscheinlich Ton auf dem Schirm. Können wir was tun? Ich höre den Ton selber auch. Gerade der Ton leiert mega krass gerade. Warum? Er hat gerade vorher funktioniert. Was macht unsere Technik gerade wieder? Sollen wir was tun? Macht ihr schon im Hintergrund? Sollen wir überbrücken? Könntest du einen Backflip machen? Oh, dich hat man gut. Ja. Mega. Soll ich mehr reden? Ich glaube, die Technik ist sexistisch hier. Die eine Männerstimme. Wow, diese kann ich aber nicht zuhören. Nein, du. Ah, ich glaube, wie liegt das vielleicht in den... Nee, meine Eier. Du hast auch so einen Ansteck-Mikronom. Aber wir haben alle eins, außer hier. Ja, es ist auch, glaube ich... Es ist auch... Also, ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht. Mir hat die Regie auch nicht geantwortet. Deswegen weiß ich nicht, ob sie was tun. Also die Frage, die sich mir stellt, jetzt kann hier jemand einen Backflip? Ich kann keinen Backflip. Nein? Nop. Ich auch nicht. Ich kann eine Brücke. Also, ich kann eine wunderschöne Brücke. Und ich konnte mal den Krebs. Ich habe früher mal Ballett gemacht. Was ist der Krebs? Auf den Bauch legen und dann mit der Fußsohle an den Hinterkopf. Quasi rückwärts so. Aber das ist lange her. Ist das hier ein Skorpion? Das sieht auch vielleicht scheinlich aus wie ein Skorpion. Ja. Das hieß früher bei uns Krebs. Frag mich nicht, warum. Haben wir nur eine Kameraeinstellung? Ich glaube, die kämpfen gerade mit dem Audio-Problem. Also ich glaube, die haben wahrscheinlich gerade den Stress ihres Lebens, weil wir gerade alle verkabelt waren, alles funktioniert hat und jetzt sitzen wir hier und es funktioniert schon wieder. Das ist meine Hand. Jetzt, aha, aha, da. Oh mein Gott, geil. Das ist auch schön. Schaut euch das Make-up an. Das ist großartig. Dann können wir aber auch weiter, also dann machen wir, wir leiern, wir reden einfach drüber mit unseren Vorstellungen, weil ich habe dich unterbrochen. Möchtest du noch einen Satz sagen? Achso, ja. Ich mache diese Rollenspielsache professionell und das seit Jahren und gerne übrigens auch. Normalerweise findet ihr bei mich bei Orgenspalter.tv, da geht es immer um Pen & Pay. Bucht, Mairi. Bucht, Mairi. Bucht, Mairi. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Kalle, du bist du. Ich warte, bis das Bild ausschaltet. Ich bin Kalle. Mann kennt dich. Nö, aber, ja, Kalle halt. Hier, ein bisschen Internet und so. Der, äh, hier, im Bus. Der, im Bus. Ja. Du lebst meinen Traum, ne? Entschuldigung, ich bin nicht völlig auf Topic. Ich muss noch mit dir reden. Ich will auf den Bus fahren. Du kannst gerne noch auf Topic einfach reinlaufen, weil wir überbrücken gerade, bis das Audio funktioniert. Also, pass auf, einer meiner heimlichen Traumberufe ist Lkw-Fahrerin. Und ich meine das komplett ernst. Ja. Ja. Das ist große, große Sachen fahren. Übelgeil. Wirklich? Ja. Ich glaube, es ist ziemlich, ich glaube, also, ich habe jetzt tatsächlich schon mit einigen Lkw-Fahrenden gesprochen. Und die haben mir, ähm, also auch mitgeteilt, dass es auch jetzt echt anstrengend werden kann. Ja, also, es ist auch ein scheiß Beruf, weil du einfach unglaublich Zeitdruck hast. Wir haben, wir haben, pass auf, ich habe den Traumberuf des Lkw-Fahrers und ich weiß auch, welchen Beruf ich genau möchte. Es gibt ein kleines Unternehmen bei Berlin, die liefern Zäune und Holz zum Beispiel zu unserem die Ranch. Und der hatte nur diesen einen Auftrag am Tag. Der hat dann da noch einen Kaffee getrunken und so. Ach so. Einfach nur Holz ausgeliefert. Also, diese Teilzeit-Kraftfahrerinnen werden. Der war Vollzeit, aber dadurch, dass es ein kleines Unternehmen ist, was den Lkw-Fahrer direkt angestellt hat und nur der nur die Aufträge von dem Shop liefert, hat der ein ziemlich geiles Leben. Hm. Ja. Das fände ich geil, tatsächlich. Ich bin, äh, total, also, ich finde das zum Beispiel super, aber, äh, mich nervt das immer, wenn ich nur auf dieses Busting reduziert werde, zum Beispiel, was ganz oft passiert. Aber ich mache jetzt auch andere Sachen. Wie zum Beispiel jetzt… Aber, 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 to be fair, du hast dich gerade… Ich bin… Ja, weil das ist so das, äh, naheliegendste, was die Leute immer sagen, ist doch der Lkw-Fahrer hier. Ich denke, als erstes an Electric Horn. Ah, das freut mich. Ja. Musik, ne? Ja. Ein bisschen singen, ein bisschen tanzen. Ich habe jetzt zunächst, äh, tatsächlich meinen ersten Auftritt, äh, alleine, ohne die anderen quasi. So richtig mit Konzert und allem? Hm, sowas in der Art, ja. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Das NDA fällt. So, was sagen die denn? Habe ich schon in der Kündigung drin. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das hier sagen soll. Ne, du musst einen großen Big Release machen, mit Enthüllung und mit Party. Also ich kann schon mal so viel sagen, es ist gar nicht mehr so lange hin. Es ist sehr, sehr bald schon. Also wirklich sehr, sehr bald. Bis zum NDA das fällt oder bis zum Konzert? Bis es passiert. Ja. Das ist ziemlich geil. Aber es ist auch kein Konzert, weil bisher kannte ich ja nur zwei Songs. Feierst du das? Was feiere ich? Dass ich nur zwei Songs habe? Ne, dass du ein eigenes Konzert, wo du… der Main-Character bist und deine Musik machst, feierst du das? Feierst du diese Erfolge? Hast du gefeiert, als du den Slot bekommen hast? Zelebrieren? Ja. Das meinst du? Ich dachte also, ob ich es geil finde. Ne, ob du es wirklich ideal feierst, diese Erfolge? Regi, könnt ihr mal bitte auf Whatsapp gucken. Ihr ignoriert mich einfach seit 10 Minuten. Ich brauche bitte eine Ansage. Komm, stell mal auf mich zu ghosten. Ihr dürft gerne weitermachen. Ja. Also, komm auf deine Frage zurückzukommen. Es ist so, ich nehme mir die Zeit, glaube ich ganz schnell. Also, passiert nicht so häufig. Es gab dann schon so ein, zwei Momente. Ich war jetzt bei Electric Callaway zum Beispiel. Hast du ja gerade erwähnt. Mit auf einem Konzert vor 12.000 Menschen. Und das war dann schon nochmal so ein Moment, auch weil das was sehr punktuelles war, wo ich dann hinterher wieder wollte. Das ist geil. War schon geil. Ja. Haben wir auch einen Schnabbo aufgemacht. Das ist gut. Weil das ist wichtig. Ich habe das Gefühl, dass gerade auf der selbstständigen Ebene vergisst man das. Weil die Leben so schnelllebig sind, weißt du. Und man von einem ins nächste und ins Krasse kommt. Aber eigentlich sollte man diese Erfolge auch richtig zentrieren. Ja. Test, Test, Test. Test, Test, Test. Ja. Aber ist es immer noch so abgekratzt gerade? Ja, immer noch. Ich gehe jetzt zur Regie raus, weil die ignoriert mich. Ich bin gleich wieder da. Sorry. Es tut mir mega leid. Ich wollte gerade sagen, wenn es nur einen Weg gäbe, die Leute, die zwei Meter entfernt sitzen, zu erreichen. Wie können wir sie erreichen? Ich weiß es nicht. Whatsapp. Messenger. Ich weiß es nicht. Die Kimmer ist praktisch bei Kalle. Ja, wie ein Busfahrer meinst du, ne? Ich habe jetzt tatsächlich so ein Format ins Leben gerufen. Ich habe das ja mit dem Busfahren. Jetzt wirklich einen echten Busfahren und so ein bisschen ins Leben rufen. Ich möchte jetzt in Berufe reinschauen. Das bedeutet, ich möchte eigentlich auch vor allem Berufsgruppen ehren damit, die einfach ja nicht wie ich rumchillen können ganz viel. Weil ich chill ja super viel. Ich bin ja jemand, der nachher schläft und so. Was man halt von Influencer in den so hält. Eben. Ne? Aber ne, Spaß beiseite. Ich habe mega Bock irgendwie mal alles auszuprobieren, weil ich auch so ein Mensch bin ja immer wieder so einen neuen Touchbrauch im Leben. Oder so einen neuen Impuls. Und deswegen, ja, prob ich jetzt mal. Ist irgendwie, das hier gerade zu so einem Interview, ne? Aber, ja. Muss nicht. Ich graß auch gleich noch für Nessi ab. Ich bin die Woche im Modus. Nessi, was sind so deine Ziele dieses Jahr? Boah. Kann man das Pride-Event hinstellen? Pride-Event? Was hast du geplant, Mensch? Das habe ich ja noch gar nicht so groß gesagt. Aber jetzt hast du gesagt. Hast du es noch nicht angekündigt? Ich habe gesagt, dass was passiert. Oh, ihr seid alle so schicke Influencer. Ja, ich weiß nicht. Was soll das jetzt? Finessi plant ein krasses Event zum Queeren-Month. Was genau planst du? Pride-Month, so ein Quiz-Show. Mit Leuten, die keine Ahnung haben. Mit Leuten, die keine Ahnung haben. Zu welchen Themen? Ja, zu allem so Pride-Themen. Alles rund um quasi. Kennt ihr eure LGBTQIA-History? Was sind die Cherry Gardens? Schnell, schnell. Aber ist es so, dass die Leute absagen, weil sie Angst haben, sich zu blamieren bei so einem Quiz? Also es wurden schon so Bedenken geäußert auf jeden Fall. Aber genau das ist ja der Punkt, worum es geht. Ja, ich habe da nämlich auch sehr Angst vor. Also ich darf hier spoilern, ich darf das Co-moderieren mit der Liebe Finessi und hier zur Seite stehen. Aber ich bin sehr froh, dass ich nicht drin setze, weil ich auch immer massiv Angst habe, mich irgendwo zu blamieren. Also so, wer wird Millionär? Never ever würde ich nicht in 10 Jahren, würde ich da nicht hingehen. Hätte ich viel zu viel Schiss, mich zu blamieren. Es gibt immer Leute, die schlimmer abgeschnitten haben. Vor allem bei Wer wird Millionär? Ja. Aber hat man die noch so im Kopf, wenn man dann da sitzt? Weißt du? Also, ja, die Zuschauer. Ach so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das Adrenalin dann so auf Anschlag, dass man gar nichts mehr mitkriegt. Und dann wird es gefragt so, und ist das Ihre endgültige Antwort? Hm, was? Wo bin ich hier? Okay. Okay, aber ist es mehr mit Bill & Herb-Style? Wir haben ja jetzt so drei verschiedene Quizspiele gegeben, die ein bisschen anders aufgebaut sind. Gibt es Bestrafungen? Nee, das haben wir jetzt noch nicht. Ach, wie schade. Ja. Machen wir nicht. Da haben wir gar keine. Kennt ihr noch damals? Da sind wir schon wieder bei der Frage, ob King and Pride okay ist. Was? Ihr arbeitet eigentlich. Es tut uns mega leid. Aus eurem Grund ballert unser Gator rein. Und wir wissen noch nicht genau warum. Der wer? Der Gator. Ja, ist gar nicht schlimm. Ihr kennt ja noch diese Shows, wo man Fragen beantworten musste, und auf so einem Sprungbrett saß, und wenn es falsch war, durften andere werfen, und wenn sie eine Scheibe getroffen haben, ist man ins Wasser gefallen. So was würde ich gerne mal mit Influencern machen. Das merke ich mir für ein Ex. Ja. Richtig großer. So was hätte ich ja Bock. Das ist gut. Dieses Jahr die Idee ist ja auch auf deinem Mist gewachsen. Mit dem Pride. Ich habe ganz viele Eventidee, die kann man gar nicht umsetzen. Übrigens auch ein Twitch-Konzert würde ich auch gerne nach wie vor sehr, sehr gerne mal machen. Ja. Wenn es irgendwann mal stattfindet, sage ich Bescheid. Ja. Ich habe da richtig Bock drauf. Also ich habe jetzt bei uns auch so eine Idee eingereicht, in so eine Richtung. Konzert? Do it. Geil. Ja. Nicht Konzert direkt, sondern mehr so. DSDS. Ähm. Ich weiß nicht, ob man so Sachen sagen dürfen und so. Gerade bei mir. Hartz-Bauder mal so viel. Ja. Ich bin auch so jemand, wenn jetzt was cooles ansteht bei mir, ich will den Leuten sofort alles sagen. Ja. Same. Und jetzt musste ich so ein bisschen lernen auch, dass es für sowas auch so Promophasen gibt. Ja, das stimmt. Und auch so wirklich, dass man das mal so ein bisschen geordnet macht. Weil ich habe ja zum Beispiel meine Songs, die ich jetzt hier alle raushau, die sind ja fertig. Und die könnte ich jetzt ja alle raushauen. Soll ich aber nicht. Ja. Weil ich blöd von Marketing. Ja, ja. Versteht. Ja, da bin ich nicht gut drin, sag ich ganz ehrlich. Ja. Ich bin dann so jemand, ich bin auch jemand früher gewesen als Kind, ich habe übrigens gerade in meine Flasche geguckt. Ich habe auch immer noch Weihnachtsgeschenke gesucht. Immer wenn die Eltern nicht zu Hause waren. Alle Schränke ausgeräumt. Wo sind die Sachen, die ich mir gewünscht habe. Wenn ich sie nicht gefunden habe, war ich in dem Moment schon sauer. Ja, kann ich. Kann ich. Fließt der. Ohje. Piero, du siehst trotzdem immer noch sehr gut aus. Ein bisschen wütend, aber auch sehr gut. Alles okay? Ich mach mich einmal in die Hütten. Hallo, Test. Also, hallo, hallo, bitte nicht wieder. Es gibt einen Noise Gator. Der springt rein, wenn es komische Störgeräusche gibt und versucht es runter zu regeln. Und wie es gerade aussieht, ist einerseits der Noise Gator das Problem, aber das offene Fenster hier dahinter verursacht genug Grundrauschen, dass uns jetzt, wo der Fenster zu ist, der Sound besser klingt. Aber es ist nicht besser geworden. Doch. Massiv. Besser schon, aber immer noch nicht sauber, ne? Nee, sauber nicht, aber es bricht nicht mehr ab halt, ne? Das war dann mal so. Ja, aber... Ja, ja, das... Ich finde es jetzt nicht dramatisch, aber ich weiß auch nicht, ob es so stimmt, wie ich es höre. Ja, es sollte auf jeden Fall nicht so klingen für das, wie es ist. Und ich verstehe auch nicht genau, warum es so klingt. Weil wir waren gerade alle schon damit verbunden, sind durch das ganze Studio gelaufen. Alles hat funktioniert. Jetzt haben wir uns hier hingesetzt und jetzt funktioniert es nicht mehr. Das war letztes Mal aber witzigerweise auch so. Dieser Raum hat irgendwas an sich. Oder vielleicht, wenn wir jetzt alle zusammensitzen und vorher nicht. Das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Das klingt jetzt aber gut. Das klingt jetzt sehr gut. Ich weiß nicht, was passiert ist heute. Es bewegt sich nicht mehr. Nein, nicht anfassen. Ich glaube, kann es sein, dass wir auch einfach zu leise runter geregelt sind. Und dadurch, dass wir zu leise runter geregelt sind, hört man jedes kleine Geräusch daneben. Und wenn man uns generell lauter schaltet und die Leute deswegen insgesamt runter schalten, ist es weniger problematisch. Aber jetzt klingt es gut. Das ist jetzt fein. Also es ist fein, oder? Let's go, Leute! Ich würde sagen, Tarek kann gerne im Hintergrund noch... Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach so, weil wir haben eine Stunde Verspätung. Es tut mir so leid. Die Leute kriegen eine Stunde länger streamen. Ich glaube, die werden sich nicht beschweren. Es gibt Leute, die müssen heute noch los. Nach Hause? Zu anderen Terminen. Wir können nicht so krass überziehen. Macht ihr denn heute noch? Sag mir einfach, bis wann wir spielen sollen und dann spielen wir so lange. Also im Optimalfall nicht zu sehr überziehen tatsächlich. Also bis 23 Uhr. Wenn wir das schaffen, wäre das großartig. Lass mich aber früher töten. Das passt schon. Sehr gut. Dein Charakter. Oh, hi Kiba, sorry. Entschuldigung, hier liegt ein sehr süßer Hund unterm Tisch. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil er so brav und ruhig ist. Hallo, du. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Die Leute, die hier sitzen, übernehmen jetzt in dem Pen & Paper die Rollen von der Besatzung eines kleinen und schnellen Botenschiffs, der Merino. Auch wenn, ich glaube zumindest eine Person hier ein Nickname für die Merino hat, der noch ganz anders lautet, aber das kriegen wir vielleicht noch mit. Und diese Besatzung ist relativ eilig unterwegs zu einer Station des Konzerns Weyland-Yutani, der, wie so viele sagen, vielleicht mehr Einfluss hat als die eigentliche Regierung im Three-Worlds-Empire. Und das heißt aber vor allen Dingen, dass ihr, egal wie schnell dieses Schiff ist, einen guten Teil der Zeit, die ihr unterwegs wart, im Kryoschlaf verbracht habt. Und das jetzt bedeutet, dass die einzelnen von euch langsam erst wieder anfangen, so ein bisschen ihre Fingerspitzen zu fühlen und so ein Kribbeln. Als erste bist du aufgeweckt worden, die Wissenschaftlerin, bzw. sie ist auf jeden Fall schon wach, als der Rest aufwacht. Und ihr könnt alle jeweils euren persönlichen Ablauf eingestellt haben, welche Musik läuft in eurer Kryokammer, wenn ihr aufwacht oder irgendetwas anderes. Das Einzige ist, dass danach einmal kurz überprüft werden muss, ob mit euch alles stimmt. Ihr seid in so einer Blumenformation angeordnet, um eine Achse, wo auch die Verwaltung der Kryogenen Flüssigkeit, die Einstellung und Überwachung und dergleichen sich drin befinden. Und wenn ihr die Augen öffnet, erstmal gegen die bleiernde Müdigkeit und die Schwere der Augen, die da anabinden könnt, dann seht ihr über euch die Plexiglashülle, auf der ihr Atem beschlägt und dahinter das gleichmäßig glühende künstliche Licht an Bord der Merino, die auch wieder hochgeschaltet hat. Die letzten zwei Monate waren auch alle anderen Systeme an Bord des Schiffes runtergefahren und in den letzten Stunden ist auch das Schiff langsam zum Leben erwacht. Das heißt aber vor allen Dingen, wenn ihr Licht seht, dass vermutlich alles ganz gut funktioniert. Wer ist denn von euch denn so relativ fit und kann sich als erstes aus seiner Kryokammer schälen? Ich natürlich. Hi, ich bin Nancy. Ich wache mit einem alten eingefrorenen Kaugummimund auf. Ich habe meinen Lieblingsgegenstand in meiner Hand und ich bin topfit. Ich fühle mich mit mir geboren und ich habe richtig Bock auf die Mission. Ja. Und die anderen. In meiner Kryokapsel läuft ein 80er Jahre Hit, der mich direkt zum Danzen beeinflusst. Ich habe das Gefühl, ich muss direkt eine kleine Gymeinheit ablegen und ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar andere Leute auch mitmachen würden. Ja, Nancy turnt regelrecht aus ihrer Kryokammer raus, schüttelt sich irgendwie so dieses kribbelnde Gefühl aus den Gliedmaßen. Du hörst Schritte im Hintergrund, also offensichtlich ist eure wissenschaftliche Offizierin bzw. eure Wissenschaftlerin schon aktiv. Die ist nebenan im Labor. Die Merino hat nämlich aktuell den Auftrag, Proben aus einem System, das vor allen Dingen zur Erwirtschaftung von Agrarprodukten gedacht ist, zu einer Station zu bringen, die sich mit neu auftretenden Lebewesen und dergleichen beschäftigt, weil dort ist das Getreide. Und andere Feldfrüchte sind von einer Infektion befallen worden, die bisher noch nicht bekannt ist. Ihr seid hingeflogen, ihr habt größere Mengen an Proben genommen und solltet ihr jetzt möglichst schnell zu dieser Station bringen. Deswegen seid ihr auch nur so eine kleine Crew. Ihr bekommt aber auch extra Bezahlung, weil das alles relativ kurz anberaumt worden ist. Und ihr habt auch, wie gesagt, eine Wissenschaftlerin mit an Bord, die für euch von Weyland Yutani direkt gestellt wurde. Der Rest von euch ist eher so als Freelancer unterwegs mit der Merino. Und ja, du bist wach als Erste und siehst noch, wie die Pilotin und der Käpt'n sich wie verhalten? Ist der Käpt'n ein Frühaufsteher oder der bleibt lieber noch ein bisschen liegen? Noch fünf Minuten. Ja, die Deckel von deiner Kryo-Kapsel klappt hoch mit einem leisen Zischen. Aber Fiona liegt noch da, ja, die sexy Unterwäsche, also einfach weißen Feinripp an, der dafür sorgen soll, dass eure Körper keine irgendwie Druckstellen und dergleichen bekommen, während ihr im Kryo-Schlaf seid. Und du hörst im Hintergrund schon Musik laufen und wie Nancy sich durch den Raum bewegt. Ich gucke, ob ich irgendwas greifen kann, um das wieder zuzumachen. Einfach. Da ist ein Deckel, ziehst dran, aber der macht so ein... Und die Hydraulikin immer wieder nach oben zieht. Ja, da stehe ich ganz langsam auf. Was macht denn unsere Wissenschaftlerin? Ich bin Zero und mein wichtigstes Ziel hier ist, dass unsere Proben auch da ankommen, wo sie ankommen sollen. Ich habe keine Zeit für Verspätungen. Ich habe keine Zeit für irgendwelchen Schwachsinn, der irgendwas gefährden könnte oder irgendwie unberechenbar ist. Und ich bin sichtlich genervt, dass einfach niemand aufsteht. Ich auch. Aber ich bin froh, dass wir schon mal einen Schritt weitergekommen sind. Ja, oder auch manche mehr als einen Schritt. Man-Ener zu Man-Ener vom Leben her. Leute, was ist los hier? Wie läuft's? Ich bin jemand, der nicht schwach ist. Geiler Song, ey. Super Musik. Was ist los? Was geht? Was machen wir? Wohin? Ich bin der Käpt'n, ich kann uns ja entscheiden, oder? Pilotin schon wach, oder? Hallo? Sehr geehrter Käpt'n, der Kurs ist bereits vorgegeben. Wir befinden uns im Land... Langweilig! Lass mal Party machen, ey. Die Mucke ist richtig geil. Da seid ihr ja alle so laut. Ja, ja, ja. Ja, Kurs, ein guter Stichwort. Wohin geht denn Reise vom Flug her? Es gibt auch langsam ein dringliches Piepen, sowohl aus Richtung der Steuereinheit vorne, als auch aus der Richtung von eurem Bordcomputer, einem Mother-Modul. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn man aus dem Kryoschlaf aufwacht. Manchmal dauert es einen Moment, bis man sich daran erinnert, was man zuletzt davor gemacht hat, weil das Gehirn auch erst Stück für Stück wach wird und die Informationen abruft. Aber ihr seid unterwegs zu einer Station, zur Poseidon-Station, glaubst du? Erstmal checken, ob ihr überhaupt da seid oder ob ihr irgendwie umgeleitet wurde. Sonst irgendwas. Es gibt immer mal wieder Zwischenfälle. Ja. Aber wir haben auch Blutzucker jetzt checken, ne? Wer war ja allein unter dem Flach? Ähm, ja Poseidon oder sowas haben wir ja gesagt, machen wir da irgendwie, ne? Ja. Also das ist ja super, von dir her auch. Mit fruchtem Wasser? Oder? Wie lang noch? Wofür? Ich wurde hier gebucht für... Also, ich bin ja eher... Ey, 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 ey. Ja. Wir befinden uns gerade im Landeanflug. Deswegen wäre es sehr wichtig, dass sie sich langsam vorbereiten. Und ähm, ich bin ready, wach werden, vielleicht eine Dusche nehmen. Ja. Nö. Die Pilotin hat sich auf die Seite gedreht. Ja. Es wäre auch sehr wichtig, wenn wir eine Pilotin haben, die für uns landet. Dann tust du mal Autopilot ausmachen, tust du mal länger ein bisschen fliegen. Oder? Ach, die hat alles im Griff. Ja. Das ist... Wir sind ja jetzt langsam alle wach. Und jetzt brauchen wir keinen Stress machen. Wir lassen es einfach auf unsere Pilotin und dann wird es schon. Ja. Alle mal ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich schlinder so. Langsam. Ich habe auch nichts angezogen oder so. Ich schlinder einfach. Zum Piepen. Ja. Es ist alles sehr eng gebaut auf einem so kleinen Schiff. Die Merino besteht so zwei Dritteln aus ihrem Antrieb mehr oder weniger. Und dann ist ein winziger Bereich, in dem man Leben und Überleben kann, dran geflanscht. Und mehr oder weniger alles ist direkt nebeneinander. Eure Kabinen sind mehr oder weniger so kleine Schlafsäge. Ihr habt einen Bereich, wo ihr euch aufhalten und essen könnt. Mit Küchen dergleichen. Und halt eben auch ein Bad, wo vielleicht auch viele Leute als erstes hinsteuern, wenn sie gerade frisch aufgestanden sind. Es wäre eine großartige Idee. Die Hygienebedürfnisse von menschlichen Wesen sind tatsächlich vorhanden. Und man riecht, wenn man nicht duschen geht. Wir haben alle in dieser Kapsel verbracht. Ich weiß nicht, warum ich da so angeschaut werde. Ich bin hier, um eine Mission zu vollbringen. Wenn die Madame es unbedingt braucht, dass ich mich dafür dusche, Zero, dann mache ich das gerne. Das wäre tatsächlich wünschenswert. Aber du kannst auch gerne einfach direkt mit mir sprechen. Das ist kein Problem. Wir müssen hier nicht irgendwie passiv-aggressive Sachen austauschen. Sondern wir können da gerne einfach direkt kommunizieren. Ich habe kein Interesse daran, passiv-aggressiv zu sein. Danke. Wenn das verstanden wurde, dann tut mir das sehr leid. Bitte geh dich duschen. Wenn wir die Zeit dafür haben, dann lasche ich mich auf. Ich dachte, wir haben hier übergeordnete Ziele. Aber es ist ja okay. Ich würde mich jetzt nehmen, wenn ich stinke. Sonst würde ich sagen wie ein Quinker vom Leben her. Scheißegal, oder? Lass Poseidon, invadieren, raufgehen, reinflattern, jetzt Attacke. Ich würde den Raum verlassen und mich um meine wissenschaftlichen Substanzen kümmern. Oh, wir sind auf uns am Tanzen. Super. Ich höre das Piepsen im Hintergrund und wende mich an unsere Pilotin und frage sie, ist alles okay? Gibt es ein Problem oder können wir fortfahren? Ich kümmere mich drum. Du gehst nach vorne, mehrere Switches einfach. Das Licht geht an, die Lüftung vorne im Cockpit geht an. Du kannst dich in deinen Pilotensitz fallen lassen. Und die Bildschirme vor dir geben dir Readouts, die dir mitteilen, wie die Geschwindigkeit ist. Und dass die Position anhand von Sternenbeobachtungen gesichert wurde. Und dass ihr tatsächlich nur noch einige tausend Kilometer von der Station entfernt seid und größtenteils schon eure Geschwindigkeit verloren habt. Aber du siehst auch, dass eine Nachricht reinkommt von der Station, die eine Änderung eures Flutplans ankündigt. Ja, ich lese mir das mal durch. Es ist nur minimal. Ihr sollt in einem anderen Lock landen. Ja, ja. Da versuche ich alles so einzustellen, dass wir das machen. Aber ganz in Ruhe. Ja, das ist alles relativ normal. Das hast du schon tausendmal wahrscheinlich gemacht. Das heißt, du gibst immer leicht die Änderungen ein, checkst, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gibt. Aber die Mirene scheint in gutem Zustand zu sein. Ihr habt fast nichts irgendwie an Systemen verloren während des Fluges. Und so ein Schiff hat genügend Redundanz, dass du dir keine Sorgen machen musst. Das heißt, du kannst dich zurücklehnen, mit was auch immer du dich beschäftigen willst, rumspielen, die Füße hochlegen und warten. Ja, die Füße hochlegen und... Immer noch in Unterwäsche. ...weiter schlafen. Ja, gut. Die Pilotin lehnt sich zurück, macht die Augen zu, legt die Füße hoch, während rings um sie die Lichter flackern und die Schrift über die Monitore läuft. Während die Wissenschaftlerin nach hinten geht, in den Laborteil des Schiffes, wo du zumindest aus einem von den großen Frachtkontinenten, die er dabei hat, Proben ziehen kannst, um zu prüfen, wie sich das während des Fluges entwickelt hat. Dann würde ich das machen. Gut. Nur das. Nur das. Ja. Du ziehst Proben von dem Getreide, das in so seltsamen Krusten gebildet hat und schwärzliche Grannen. Und kannst einfach checken, das ist dieselbe Infektion, würdest du sagen. Zumindest erstmal auf den Blick. Und ja, hat sich nur weiterentwickelt. Am Anfang war von den Proben, die ihr mitgenommen habt, so ungefähr 20 Prozent des Getreides befallen, aber inzwischen ist es deutlich weiter bei 60 Prozent. Die Proben wurden bei sehr niedrigen Temperaturen gehalten. Das heißt, was auch immer das ist, das ist ziemlich widerstandsfähig. Du kannst gerne versuchen, das genauer zu analysieren. Ja, das würde ich sehr gerne machen. Dann machst du einen Wurf auf Observation. Observation und Width. Das heißt, ich habe quasi elf. Ja. Zwei, drei. Das funktioniert folgendermaßen. Man nimmt so viele Würfel, wie man in dem Attribut plus dem Skill hat. Jetzt hast du mehr Würfel, als wir hier haben, regulär. Ja. So. Das ist blöd. Fünf, acht, neun. Dann musst du halt einfach welchen nochmal würfeln. Das funktioniert folgendermaßen. Sechsen sind Erfolge. Das ist ein Standardsystem von den Leuten, die das Spiel herausgeben. Free League heißen die. Mhm. Und die haben das regulär immer, dass sich das irgendwie zusammensetzt. Und man dann wie sechs würfelt und nur die Sechsen sind Erfolge. Wenn man keine Erfolge hat, kann man meistens das pushen. Okay. Das erkläre ich dann aber, wenn jemand das macht. Das heißt, ich würfel jetzt auf den Platz, ne? Das ist glaube ich das, was die Regie sich wünscht. Ich weiß nicht, wie ich mit so vielen Würfeln... Einen nach dem anderen. Ich würfel jetzt einen nach dem anderen. Weil... Kein Erfolg. Kein Erfolg. Kein Erfolg. Eine Sechs. Damit wäre es schon gelungen. Achso, damit wäre es schon gelungen. Auch wenn ich mich gegenseitig sabotiere. Ja. Also wir haben hier zwei Sechsen. Vor allen Dingen, da war eine Sechs und dann hast du mit einem Würfel die Sechs umgekachelt, aber der hat dann auch eine Sechs gezeigt. Also zwei Erfolge hast du. Das heißt, du hast die Probe auf jeden Fall geschafft. Und für den zusätzlichen Erfolg, du dürftest sogar noch, glaube ich, zwei Würfel mehr würfeln, weil wir ja gar nicht so viele haben, wie du mit deinen Attributen zusammen bekommst. Du kannst noch zusätzliche Fragen stellen sozusagen. Also du überprüfst das, es ist immer noch dieselbe Sache. Sie hat sich weiterentwickelt und das bei Minusgraden, die in eurem Frachtraum herrschten und hat ein weiteres Stadium angenommen zu deiner Irritation. Und wenn du jetzt möchtest, kannst du sagen, was möchtest du mehr herausfinden über die Substanz, über diese Infektion? Ich würde gerne insgesamt wissen, wie viel insgesamt, also wie viel haben wir noch, was noch übrig ist? Das wäre eine Frage, die ich hätte. Und die zweite Frage, die ich hätte, ist, muss ich mir Gedanken machen, wenn ich das anfasse? Also wie verbreitet sich das weiter? Du bist dir ziemlich sicher, dass sich das über irgendeine Form von feinen Partikeln, Sporen oder etwas Ähnliches fortpflanzt? Es ist noch unsicher, was genau das ist, ob das tatsächlich eine Zelle ist oder ein Prion oder sonst irgendetwas. Aber deswegen arbeitest du natürlich mit Sicherheitsvorkehrungen. Okay, also mit Händschuhen und mit Nacht achte quasi darauf, jawohl. Und ihr habt eine Menge davon, denn euer Ziel ist es ja nicht, gesundes Getreide mitzubringen, sondern ihr sollt gerade das befallene Getreide mitbringen, damit es untersucht werden kann. Ah, genau, okay, das heißt, wir haben gar nicht das Gesunde, sondern wir haben das Befallene, das wir mitbringen. Aber du kannst auf jeden Fall dann, wenn die Frage aufkommt, weitergeben, dass die Infektion halt eben bei niedrigen Temperaturen weitergeht, dass die offensichtlich hoch ansteckend ist. Und wir haben auch noch nicht rausgefunden, womit man sie eindämmt. Nein. Wundervoll, das ist großartig. Und ich werde es wahrscheinlich jetzt auch nicht erwürfeln können. Also das wäre sehr unwahrscheinlich. Du kannst ja deine letzten zwei Würfel oder drei Würfel noch würfeln und wenn das alle sechsen sind. Nein. Gut, ich habe es nicht erwürfelt. Nein. Gut, ein hartnäckiges Piepsen aus Richtung des Computerkerns macht vielleicht auch über die Musik von Nancy den Käpt'n aufmerksam. Warte, 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 warte. Ich habe kein Handy her. Ich habe es ausgemacht. Ich habe es schon weggelegt. Es ist im Flugmodus. Entschuldigung. So. Musik ist aus. Was macht das Piepsen? Das Piepsen sagt immer noch, dass es eine neue Nachricht gibt, die der Computer gerne mitteilt. SMS. Oder? Also, es ist auf jeden Fall eine Nachricht, die von eurem Mother-System bearbeitet wurde und das wahrscheinlich direkt von dem Hauptsystem der Station geschickt wurde. Also, Snapchat. Gut, würde ich angucken einmal. Das heißt, du gehst in Richtung des Computerkerns, das Licht fährt dort auch flackernd hoch, dann ziehst dir den Stuhl ran, setzt dich hin und schaust dir auf den Bildschirmen die Readouts an und du musst einmal tatsächlich dein Code bestätigen, wer du bist und da hast du der Käpt'n, der Merino bist. Mein Name ist Cordalis, das war Nachname, Vorname ist Kiba, Kiba Cordalis, das ist mein Name, vom Namensnennung her. Ich bin super alt schon und ich habe den Job auch nur genommen, weil Arbeitsamt gesagt hat, ich muss arbeiten gehen, sonst kriege ich kein Uranus 4 mehr. Ja, und der Schwenk, soll ich mal jetzt ein bisschen hier rumfliegen auf Poseidon. Ich bin so froh, dass du nicht Pilot bist. Ja, ich auch. Also, da habe ich gedacht, so ein bisschen läge ich am Kommando gehen kann ich. Ach so, Computerantwort nicht, ne? Reicht schon, oder? Das reicht schon. Super. Es gibt dir Anweisungen, also es wird bestätigt, dass es einen neuen Flugvektor gibt für den Anflug auf die Poseidons-Station und dass erhöhte Sicherheitsvorkehrungen an Bord der Station herrschen, dass ihr euch darauf einstellen müsst, dass Quarantäne und dergleichen eingehalten wird. Ja. Und es wird bestätigt, also du musst quasi bestätigen, dass ihr euch des Risikos bewusst seid, dass ihr möglicherweise auf der Station anderen Infektionen ausgesetzt seid und dergleichen trotz aller Sicherheitsvorkehrungen und es verlangt von dir quasi, dass du eine Verzichtserklärung abgibst, bevor ihr andockt. Wenn ihr nicht andocken könnt, könnt ihr euren Auftrag nicht beenden. Also das heißt, wenn, also muss ich jetzt meine Crew auch mal informieren dann, oder? Ja, du kannst für die Crew mitmachen. Das ist eine Idee. Ähm, aber jetzt erstmal ein Formular unterzeichnen, basically. Ja. Ah, ja, okay, ja. Es biebt weiter vor sich hin. Die Eingabezeile. Brück dich mal. Komm mal jetzt hier durchschreiben. Und dann drück ich drauf. So. Ja, es laufen noch ein paar weitere Zeilen in Code durch. Ja. Und dann die Bestätigung blinkt noch ein, zwei Mal und dann scheint das System zufrieden zu sein. Oh Gott! Gewonnen! Ah! Ist das endlich weg. Wir haben gewonnen. Was war denn so wichtig? Ah, ein bisschen wegen Zoll. Na, dass wir ein bisschen zahlen müssen wahrscheinlich oder so. Aber die haben gesagt, könnte ein bisschen, ja, so gefährlich werden auch. Was? Ja, von Temperatur oder so, ein bisschen Befall, so ein bisschen Krankheit. Ja, die Risiken. Vielleicht, ich musste so Erklärungen, ja sagen, da schwer von Dingen her sagen, ja, ist nicht eure Schuld. Ja, ja, die Risiken der Mission, wo haben wir uns alle drauf eingeladen. Deswegen. Ich dachte, wir haben eh coole Leute mit dabei, weißt? Und deswegen. Genau. Entschuldigung. Ähm, kann ich mal einmal Aufmerksamkeit bekommen von Piloten und ähm, ähm, Frau Doktor, bitte? Zero. Genau. Einfach Zero. 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 Ich trink meinen Cola auch immer Zero. Ohne Zucker, weißt? Äh. Nancy ist mein Name. Nancy. Wer heißt denn der Piloten? Fiona. Fiona. Fiona Zero und Nancy. Super. Ja. Wolltest du eine Frage stellen? Ich hab den Kurs auch schon geändert. Ja. Hast du ein bisschen eingedrucken, oder? Es ist noch so früh. Ja. Oder frä. Na, weiß man nicht, ne? Wir haben halt so lange geschlafen. Also, vielleicht für eure Information von Neuigkeiten. Ähm, wir fliegen jetzt auf den Poseidon, hast du ja gesagt. Und musst du jetzt gerade bestätigen, dass wir andocken können. Du machst das gleich, ne? Oder? Was war das für ein Lärm? Das war ein, ähm, wir müssen antworten Geräusch. Aber es war ein Alarm. Wie bitte? Es war ein Alarm. Alarm, Alarm. Ja, aber das schon nicht jetzt von Gefährlichkeit her oder so. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen auf Planeten. Wann wir rauf gehen? Andock. Weil es könnte ein bisschen gefährlich werden. Merke ich, dass er lügt? Oh, das kannst du versuchen rauszukriegen. Lüge ich? Ja. Ja, wieso? Kannst mal. Okay, dann hab ich es gleich falsch verstanden. Also, lüge ich. Es geht um Ansteckung und so. Du spielst das schon krass runter. Ja, natürlich, weil ich dumm bin. Ja, genau. Ich dachte, jetzt schneid das vielleicht irgendwann. Aber das ist ja keine Lüge. Du kannst das gerne auch so schneiden. Ich kann auch so schneiden. Ja, wunderbar. Ich lüge ja nicht. Ich kann es noch nicht erkennen. Das ist völlig fein. Ne? Ja, und ich merke, dass du nicht alles sagst. Aber du hast mich als Lügner bezeichnet gerade. Ich trinke jetzt einen Schluck Cola und dann beäuge ich mich. Zero? Ja, das Cola Zero. Also, ja. Also, muss ich jetzt noch hören? Sie hat gesagt, ich darf das so rausfinden. Du kannst gerne davon ausgehen. Okay, ich darf davon ausgehen. Er klingt so, als würde er irgendwie ausweichen wollen und das Thema runterspielen. Ich hab mal auch noch eine Frage. Ja. Haben wir denn Schutzkleidung an Bord? An Bord der Merino befinden sich tatsächlich vier verschiedene EVA-Suits. Also, ihr könnt damit raus ins Vakuum des Alls, wenn Reparaturen nötig sind. Darum kümmer ich mich dann. Alles gut. Ich möchte einmal ganz kurz an die Aliens da draußen ganz viel Liebe aussprechen. Wir klingen jetzt das erste Mal klar. Vielen, vielen, vielen Dank. Wissen wir, woran es lag? Danke schön. Danke für die Aliens. Ich höre gleich auf zu unterbrechen. Danke für die Geduld an den ganzen Zuschauern. Und jetzt halte ich wieder einmal. Gut. Also Schutzkleidung. Kennt mich ein bisschen mit aus. Kann ich ein bisschen unterstützen. Aber noch sind wir nicht da. Und ich warte hier auf weitere Anweisungen und halte mich ganz an unsere Pilotin. Ja. Die Pilotin sieht durchs Sichtfenster und in Gitternetzdarstellung, Grafik, auch auf ihren Bildschirmen, die Station mit dem eingezeichneten Flugvektor, den ihr nehmen sollt. Und du kannst das entweder der Automatik überlassen oder du kannst versuchen, irgendwie eleganter reinzukommen. Die macht das schon. Die macht das schon. Ja, du lehnst dich zurück. Und das Schiff schwenkt herum. Es geht so ein leichtes Zittern durch sämtliche Decks und deine Beschälter vor dir mit den verschiedenen Proben klirren leise in ihren Halterungen. So, das klingt nach einem Landeanflug. Sind wir bald da? Ja, das wird. Die Pilotin wirkt sehr entspannt, also ist das wohl alles normal. Dann hat die die Phase, in der die Gegenschubdüsen besonders stark tatsächlich feuern lässt nach und ihr gleitet tatsächlich noch mit ein paar Metern pro Sekunde auf die Station zu, deren große Dockarme langsam in eure Richtung sich entfalten, wie so die Arme einer Gottesanbeterin, die nach der Merino greifen. Und dann gibt es ein letztes, lautes Klong-Geräusch, das einmal in der Hülle wieder heilt und dann ist sämtliche Bewegung abgestockt. Das ist mein Lieblingsmoment, wenn man die Maschine so richtig spürt und dieses Andocken ist wundervoll. Die lange Umbilige faltet sich von der Station aus, um sich mit eurem Außendock zu verbinden und es kommt die erste Anfrage rein über die Systeme, ob ihr den Druckausgleich durchführen wollt und euch an den Stationsdruck anpassen und dergleichen. Oder ob ihr das Ganze erstmal lassen wollt und auf Nummer sicher gehen und sozusagen die Luftschleuse nicht einfach öffnen. Kapitän Kiba, wir sind jetzt gerade gelandet und wir haben jetzt die Möglichkeit von Bord zu gehen. Ich würde empfehlen erstmal Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Weißt du, was das Problem ist? Ich muss erstmal checken, Lage vom Tür her. Ja genau, Sicherheitsmaßnahmen würden das ermöglichen, dass wir uns alle sicher auf die Station begeben und keine Risiken eingehen. Ja, ja, ja. Nancy, tust du mal gucken, ob alles korrekt ist, damit wir mal durchschleusen gehen. Aber Druckausgleich habe ich jetzt nicht so. Also ich würde mich schon mal um Schutzkleidung kümmern, dass wir gleich safe an Land gehen können. Aber ich kann jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich keinen Druckausgleich ausführen kann. Kann ich das? Das kannst du ja. Du kannst runtergehen zu der Luftschleuse und du siehst auf der anderen Seite auch schon mehrere Leute, die in diese feindbare lange Luftschleuse von der Station rübergekommen sind. Mehrere, die einfach Overrolls tragen mit dem Weyland-Yutani-Symbol, dem großen W und Y miteinander. Sie sind alles als menschliche Wesen erkennbar? Die sind, also zumindest sehen sie aus wie Menschen durch mehrere Schichten zerkratztes Plexiglas, durch die du schauen kannst. Ich winke einmal. Ja, jemand winkt auch zurück und es gibt so ein Beep, Beep, Beep von der Anfrage, die Luftschleuse zu öffnen und reinzukommen. Dann setze ich das alles um und hoffe, dass ich das tatsächlich kann. Kann ich das? Du kannst mal einen Wurf ablegen auf schweres Gerät, auf Heavy Machinery. Aber da du die Roughneck der Trucke bist, ist das dein spezielles Gebiet. Ja komm, das ist ja, also Heavy Machinery habe ich acht, ne? Also innen plus außen, hast du gesagt. Genau. Also acht Mal. Genau, acht Würfel. Ich habe so kurze Arme. Ich habe sehr viel Muskulatur, aber sehr wenig Arme. So. Die alle würfeln. Du kannst sie auch einfach. Aber der Tisch ist gegen dich. Ja, zwei Sechsen. Kein Problem. Du führst alle Schritte in der richtigen Reihenfolge durch, ziehst die richtigen Hebel, drückst auf die richtigen Knöpfe, einen letzten umlegen und dann deinen Schlüssel abziehen und dann öffnen sich beide Seiten von eurer Luftschleuse gleichzeitig und du siehst auf der anderen Seite eine Frau in einem Business Suit mit hellblauem Hemd und einfacher Hose, die ein Notizbrett in der Hand hält und hochschaut und hinter ihr mehrere Arbeiter und jemand mit einer kleinen Brille, der etwas nervös über die Schulter schaut und sie... Okay. Entschuldigung, wo ist der Käpt'n? Entschuldigung, also erstmal hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße erst mal ganz nett. Ich habe hier aber nichts zu sagen, da bin ich auch ganz froh drum. Ich würde dann direkt an unseren Käpt'n abgehen, an den Herrn Cordula Cordalis und würde dann einfach direkt mal weiterverweisen und hoffe, dass unser Kapitän irgendwo im Hintergrund... Ich hole ihn einmal kurz, ich dreh mich um. Nein, Miss... Ja, nenn mich einfach Nancy. Miss Nancy, bitte bleiben Sie hier, treten Sie aus der Luftschleuse raus. Ja, Entschuldigung. Ich bin... Das ist alles jetzt neu und... Also neu nicht, aber gerade ungewohnt, weil das war alles jetzt sehr aufregend und wir müssen uns auch erstmal wieder in unseren Vibes und Sounds wiederfinden. Ich trete sie zur Seite und lasse sie passieren. Die seufzt, schüttelt den Kopf und marschiert rein und ruft, Käpt'n Cordalisch? Hallo, Frau Planeten, Frau... Clayton, Elisabeth Clayton. Ja, Clayton, wie von Tarzan, oder? Von was? Ja, so ein bisschen Buch gelesen auf dem Hinflug. Ja, was geht's? Kann ich tun für Sie. Haben Sie zufällig vielleicht auch das Handbuch gelesen? Ich hoffe doch. Oder den Vertrag, den Sie abgeschlossen haben? Ja, Vertrag und so, genau. Sehr gut. Käpt'n, Sie und die gesamte Crew verlassen jetzt bitte das Schiff und begleiten uns in die Quarantäneabteilung. Quarantäne? 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 Quarantäne, das ist korrekt. Sie haben aber keinen... Sie verstehen das Wort? Ja, das heißt, wir können doch nicht mehr rausgehen zum Spielen. Was wollen Sie spielen auf der Poseidon-Station? Wir sind kein Casino. Ich wollt mal den Rest der Crew informieren, wenn das okay ist, darf ich... Nein, warte mal kurz, Nancy, das ist mein Prof. Du tust mal jetzt hier stehen bleiben, bitte. Und dann holen wir jetzt Matero und Fiona, du mal bitte rauskommen, damit wir reingehen können in Quarantäne, damit wir bisschen eingesperrt werden. Eingesperrt ist ein hartes Wort, aber ja, Sie werden auf die medizinische Station gebracht und dann überprüft, ob es keine Ansteckung gab mit dem unbekannten Toxin beziehungsweise dem Wirkstoff, was auch immer es ist, den Sie transportieren. Ich gehe hier nicht davon aus, aber Sicherheit geht vor, Captain Kondalisch. Ja, ist gut so. Können Sie mir noch einmal zum Wiederholen Ihren Namen fragen? Elisabeth. Elisabeth Clayton ist der Name. Guten Tag, mein Name ist Zero. Ich bin die wissenschaftliche Leitung auf diesem Schiff. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe sämtliche Proben ordnungsgemäß vorbereitet. Sie sind alle anständig verschlossen und sicher aufbewahrt. Da dürfte kein Risiko bestehen, aber wir verstehen natürlich die ganze Vorsicht und werden uns natürlich keine Probleme machen. Ich möchte allerdings an dieser Stelle einmal anbringen, dass ich diese Proben ungern alleine auf dem Schiff zurücklassen möchte und möchte deswegen vorschlagen, dass ich meine Quarantäne innerhalb meiner Wissenschaftsstation abschließe. Da denkt jemand mit. Das ist auf keinen Fall möglich. Wundervoll, dann müssen Sie leider mir irgendwie eine andere Möglichkeit geben, auf die Proben achtzugeben, denn meine Aufgabe ist, diese Proben zu bewachen und es ist mir nicht möglich, dieses Schiff zu verlassen. Sie arbeiten für Will & Yutani? Ja, natürlich. Genau wie ich. Ja. Und ich gebe Ihnen hiermit die Anweisung, das Schiff zu verlassen. Alles klar. Dann werde ich zur Quarantäne-Station gehen. Hey, Zero, tu mal ein bisschen dich durchsetzen. Wenn du sagst, du musst bleiben bei den Glässtieren, dann tust du bleiben. Käpt'n Kordalisch. Ja. Das ist nicht der richtige Moment. Oh. Tu mal rauskommen. Aber z, z oder so. Auf dem Mannschaftsmanifest steht noch eine weitere Person. Eine Fiona und Mia. Wo ist die? Das ist unser Käpt'n. Äh, ich bin Käpt'n. Wichtigste Frau an Bord. Ist ja das in Ordnung mit Ihnen, Mr. Kordalisch? Ein bisschen. Kann ich kurz Ihr Kapitäns-Patent sehen? Ich hab das hier auf meinem Denkchen hier. Ja, guck mal. Sie liest das aus? Hätten Sie nicht eigentlich inzwischen noch einen Test ablegen müssen? Ob Sie überhaupt noch flugfähig sind? Da musste ich leider woanders hin. Ja, ich sehe, dass der vor zwei Jahren anberaumt war. Ja, wie gesagt. Also, wir müssen jetzt alle in Quarantäne. Deswegen haben wir auch keine Zeit, einen Test zu machen. Wir müssen jetzt wirklich alle zackig los. So schön angekommen zu sein. Ja. Miss und Neil! Haben Sie ein Tier an Bord? Das ist Bob. Wir haben ein Tier an Bord? Ja, das ist Bob. Weißt du? Mein Freitier. Ach, der Süße! Wo ist Bob? Gute Frage, ehrlich gesagt. Wir müssen den jetzt aber nicht zurücklassen, oder? Nein, bitte, in Fernsehen sämtliche Tiere. Was? Aus dem Schiff war man mit in Quarantäne. Korrekt. Ja, ja. Ja, ich hole mal Bob. Du kannst ein bisschen plaudern, ein bisschen kennenlernen. Dann komm ich da wieder. Bob war auch in einer der Kryo-Kapseln natürlich drin mit dir. Und du hebst ihn hoch, der hat immer noch so die Konsistenz von einer ziemlich durchgegarten Nudel. Der hängt da mit seinen kleinen Pfötchen neben der Nase, hat die Augen nur halb offen. Bob! Bob! Wir müssen gehen! Bob! Bob gelb schüttelt seinen Kopf, er hat so ein kleines Halsband um, das dann klimper, 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 klimper macht, hält sich mit seinen Pfoten an deinem Daumen fest und fängt an, an ihn herumzunibbeln. Was durchaus ein bisschen pieksig ist, weil er als Frettchen unglaublich scharfe Zähne hat. Bob, nicht jetzt! Wir tun so viele Leute zu gucken oder später machen. Komm, wir gehen jetzt. Du mal auf die Schulter kommen und dann gehen wir. Ja. Du legst ihn dir auf die Schulter. Er hat immer noch die Körperspannung, wie gesagt, einer Nudel und hängt da einfach die Vorderpfoten vorne runter, die Hinterpfoten und seine Schwänzchen hinten runter. Bob ist insgesamt ungefähr so groß und dann noch Schwänzchen dahinter und so Falbfarben, so Cremefarben, nur mit braunen Hörchen, Pfoten und Schwanz. Und der zwinkert jetzt sehr, sehr müde ringsum. Ungefähr so müde wie Fiona. Ja, ich zieh mich gerade an. Ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ja, gerade so in den Overroll rein. Irgendwie zumachen. Genau. Miss O'Neill nehme ich an. Und das ist Bob? Das ist Bob. Sind damit alle Lebewesen von Bord? Ja. Vermutlich. Was heißt vermutlich? Ja, wir waren ein bisschen am Schlafen, ne? Schöne Kapseln. Hast du einen mitgebracht? Ich hab keinen, aber ich möchte auch nicht bürgen für andere. Ich weiß nicht, wer noch... Was die Zero-Frau gemacht hat? Vielleicht hat ihr noch irgendwie ein... Es sind keine weiteren Lebewesen auf der Wissenschaftsstation. Sehr gut. Danke, Miss Zero. Gut, dann begleiten Sie doch bitte meine Mitarbeiter. Ich gehe als Erster direkt vor. Ich warte gar nicht auf die Crew. Ja. Wenn du in den Umbilika, also diese lange Harmonika mehr oder weniger, die ausgefahren wurde, um das Schiff mit der Station zu verbinden, verlässt. Auf der anderen Seite stehen auch zwei Leute in kugelsicheren Westen, wo sie auch vollautomatische Waffen drangehängt haben. Die wirken zwar entspannt, aber auch professionell. Dann dicken ihr direkt mal zu und zeigen dir einfach nur mit der Geste, dass du dich da hinstellen sollst. Ich stelle mich genau dahin, ohne mich umschweife. Ich gehe hinterher und folge den Anweisungen. Fiona, kommst du jetzt? Ja, ich komm hier. Du bist ja ein bisschen langsam heute Morgen, weißt du? Das ist doch nicht eilig. Frau, ich will vergessen, Name. Will das für gehen? Die ist doch morgen noch da. Nee, lass mal jetzt. Komm. Ich gehe auf jeden Fall hinterher. Ja. Dieser Umbilikal bewegt sich die ganze Zeit so leicht. Das heißt, es geht ein bisschen runter, es geht ein bisschen rauf. Die Schwerkraft ist auch nicht perfekt ausgerichtet, sodass ihr das Gefühl habt, immer ein bisschen schief zum Boden zu laufen. Und wer vor euch schwankt durch das halb durchsichtige Hartplastik die Station hin und her mit ihren hohen, turmartigen Auswuchs und den vielen Armen. Und ihr seht, dass nur ein einziges anderes Schiff angedockt ist und dass alle Docks so vier, fünf rechts und links davon mit roten Lichtern markiert sind, dass sie inaktiv sind. Und das eine andere Schiff, was da ist, ist ziemlich groß, ein umgebauter Frachter, der mehrere so kuppelartige Auswüchse hat. Wie viele Docks waren das? Zwei? Tatsächlich hat die Station hat 20 Docks oder mehr, aber es sind nur zwei Schiffe angedockt und ringsum dieses eine Schiff, was da dran hängt, sind tatsächlich mehrere Docks markiert, dass sie auf gar keinen Fall benutzt werden, dass sie gänzlich inaktiv sind und auch ein Warnsignal schicken. Und du kannst gerade durch das wabernde Plastik zwischendurch den Schriftzug, der riesengroß an der Seite von diesem Schiff ist und von mehreren der Landungslichte angestrahlt wird, erkennen die Odysseus. Und dann steht ihr auch in dem Raum, wo Zero schon regungslos genau auf einer Markierung am Boden steht und zwei Leute mit vollautomatischen Waffen auf euch warten. Haben sie Waffen bei sich? Ich glaube nicht. Ich habe, nein, natürlich, selbstverständlich nicht. Ja, natürlich. Ich bin ja Käpt'n, musst mal ein bisschen Peng-Peng machen ab und zu, oder? Einer von den beiden tritt vor, macht eine große verschließbare Kiste auf, geben Sie sie bitte ab. Kriege ich wieder? Selbstverständlich. Ich habe keine Waffen bei mir. Selbstverständlich nicht. Ich habe jetzt mich nur kurz angezogen. Er schaut dann hier rauf und runter, du hast keine Schuhe an. Ja. Selbstverständlich. Das ist selbstverständlich. Ja. 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 Wir sind hier für die Quarantäne, Zero, Leiterin der Wissenschaftsstation von dem Schiff, das gerade am Block angelegt hat. Das ist die Crew. Hier ist der Captain... Warum talkst du dann? Für mich? Entschuldigen Sie, Captain. Zerro, aber hat richtig gesagt. Muss man dazu sagen, weil keine Fehlinformation. Ich bin der Captain. Aha, Sie sind von der Merino. Sie haben gerade eben angedockt, oder? Ja, genau. Wie heißt das, Chef? Merino. Merino. Merina. Ich fände das nicht nett, sie immer so unpersönlich anzusehen. Ja, wie nennst du den, Fiona? Fiona? Wie nennst du den? Der Flugzeug. Warum den? Das ist eine Sie. Ja, genau. Wie nennst du sie? Setzen Sie sich doch schon mal. Wir nehmen gleich das als erstes mal kurz Blutproben. Also alles nur Standard, keine Sache. Ich ruf ein bisschen holprig, ein bisschen zappzapper ab. Hast du noch einen super Vitamin-Cocktail oder so? Ich kann selbstverständlich einen Vitamin-Cocktail. Haben Sie irgendwelche Beschwerden ansonsten? Beschwerden? Hast du dich beschwert? Nee, 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 nee. Warum? Mir fehlt hier Aktivität, bin ich ganz ehrlich. Und wieder ein bisschen das Vitamin-Cocktail würde ich auch nehmen, würde aber auch eine schöne Trainingseinheit nehmen oder alternativ endlich mal die Quarantäne hinter uns bringen und mal loslegen. Je schneller wir das Ganze hinter uns bringen. Dr. Alma hat übrigens, zieht frische Handschuhe an, setzt sich dann hin. Wer will als erstes? Gerne, hier. Daran können Sie uns sagen, wie lange die Quarantäne jetzt geht? In Ihrem Fall, glaube ich, tatsächlich nur 24 Stunden. Also keine Aufregung. Wir haben hier noch ganz andere Fälle. Sie sind dann mehr oder weniger ein kleines Licht dabei. Welchen Arm bevorzugen Sie? Ah, rechts hier bitte. Naja, sehr gut. Wer macht das Ganze relativ sicher, summt denn währenddessen weiter mit der Musik mit. Ansonsten angenehmen Flug gehabt, keine irgendwelche Zwischenfälle, Probleme? Alles super. Bob hat mal Kapsel gekotzt, aber sonst alles gut. Wer ist Bob von Ihnen? Naja. Oh. Ja. Der ist schon ein bisschen müde. Oh, hey Bob. Ja, aufpassen, der Nucke, der Daumen zu reinbeißen. Ich verstehe. Ja. Ich bin kein Tierarzt. Ich weiß nicht, ob ich Bob helfen kann, aber... Der kann sich selbst nicht helfen. Er ist auch nicht so wichtig. Okay. Hey, bräuchte ich nicht. Wir haben hier ein übergeordneter Ziel. Bitte eine Faust machen. Sie sollten mehr als qualifiziert genug sein, um sich um Bob zu kümmern. Ja, siehst du auch, Bob wird auch gerettet. Super. Das ist per se richtig. Aber ich nehme an, dass er schlicht und einfach nur eine leichte Reaktion auf die Mittel für den Kryoschlaf hat. Es sollte eben in ein paar Stunden wieder besser gehen. Wenn nicht, kommen Sie wieder vorbei und dann mache ich mich schlau. Wie, was und in welchen Dusen ich Frettchen verarbeiten kann. Verbrechen kann. Jetzt klopft deine Tümer. Es kommen Snacks rein. Oh, Snacks. Oh, und bedienen Sie sich da drüben. Das sind die Vitamine. Geil, danke. Ich habe ein bisschen ein Diät auf dem Settel, das im Krieg war. Ja, das ist mir auch ein bisschen. Aber haben Sie auch ein Getränk für mich? Selbstverständlich. Super großen Dorst, weißt du? So, Wasser wäre super. Oder wieder Zero. Nicht wie die Frau, sondern von der Tränke her. Okay, gut. Vielen Dank, Herr Anthony. Hervorragende Ader. Das ist der Traum eines jeden Arztes und jeder Schwester. Da ist das wieder Training. Gut. Er beklebt das Ganze, stellt das ab. Wer als nächstes? Danke. Ich würde es machen. Auch als Vorbild von Funktionen her. Kann man sie her, Käpt'n? Keine Sorge, Bob, du musst kein Blut spenden. Gott, er macht das Ganze auch. Sommt wieder vor sich hin. Ja, ich glaube auch nicht, dass Sie lange auf der Station bleiben werden. Wahrscheinlich hätten Sie eigentlich umgeleitet werden müssen. Also stellen Sie sich schon mal darauf ein, dass es bald wieder losgeht. Das ist okay. Aber wenn ich ehrlich bin, hier ist auch... Du kannst nicht, du bist da in der Kamera. Bist auch hier beim... Bist auch hier, aber ich arbeite auch hier. Ja, ich bin auch hier. Ich arbeite mit so vielen Menschen einfach. Ich betreibe die Krankenschutzstation hier nicht alleine. Das überrascht sich hoffentlich nicht, dass ich... Ja. Vielen Dank, Latti. Bitte schön. Ja. Gut, er stellt die nächste Probe ab. Mit Fiona. Ja. Sie wirken ja ein bisschen lethargisch. Ist alles gut? Ja. Haben Sie vielleicht Eisenmeider oder sowas? Nein. Ja, genau. Wir werden das feststellen. Keine Sorge, Sie werden hier auf Herz und Nieren geprüft. Desinfiziert. Vielleicht haben Sie was, um die anderen leiser zu machen? Irgendwas? Richtig zu laut. Ja, viel zu laut. Es ist schon mal sehr leid. Ich versuche leiser zu reden. Haben Sie Kopfschmerzen? Wenn das so weitergeht, ja. Okay, melden las ich. Gut. Denn er gibt die ab und dann schaut er hoch, schaut in eine Akte, schaut wieder zu Zero und und sagt, ist schon erledigt. Okay, muss ich, muss. Zero nicht, oder? Ähm, muss, äh, ah, ich verstehe. Ähm, naja, das klären Sie sicherlich unter sich. Und in dem Moment geht ein Alarm los im Nebenraum. Ein, ein rotes Licht blinkt über einer Tür auf und er, bleiben Sie einen Moment hier, okay? Was ist los? Ähm. Ich habe nichts geklaut, wirklich. Nein, 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 das ist ein Notfall mit einem anderen Patienten. Ich muss direkt rüber. Er steht auf und macht direkt, zack, zack, die Handschuhe ab, zieht Neuer an und eine Maske auf und dergleichen und hebt eine Keycard, um die Tür zu öffnen und verschwindet aus eurem Raum raus. Und die Tür geht hinter ihm wieder zu? Die Tür schließt sich hinter ihm, also nicht so innerhalb von einer zehntel Sekunde, sondern fällt zu, falls du irgendwas dagegen machen willst, aber sie fällt wieder zu. Okay. Ach so, ja, nee, also ich fühle mich ja jetzt sicher, also alles gut. Sie fällt zu. Ich würde mich gerne im Raum umsehen. Ja, es ist eine ziemlich moderne, eingerichtete medizinische Station mit verschiedenen Scannern, einigen automatischen Geräten, die wichtigste und einfache chirurgische Eingriffe auch selber machen können mit verschiedensten Analysegeräten. Eure Blutproben stehen jetzt aber tatsächlich einfach nur in einem Kühlbehältnis, mit dem ist noch nichts weiter gemacht worden. Er ist mehr oder weniger einfach aufgestanden, hat Sicherheitsvorkehrungen getroffen und ist rüber in den anderen Raum. Ich würde gerne ein Gerät suchen. Was nicht gefährlich aussieht. Das ist eine kleine Zentrifuge, die sieht nicht gefährlich aus. Da ist nichts Scharfes dran, das ist alles rund. Bob, willst du mal ein bisschen Körsel fahren? Zentrifuge, Kraft, Michelle, im Kreis. Bob, riecht es nicht so halb auf und stupfst seine Nase gegen dein Ohrläppchen und drückt den Kopf gegen deine Wange. Ich bin schon ein bisschen Mühe. Ich bin schon ein bisschen Mühe. Ich mache mir ein bisschen später. Zahne, gut. Ich würde irgendwas nehmen, wo es ein Scannergeräte ist, wo es mir vor die Augen hält. was verdacht auf grüner star kann ich sein dann gibt es nebenan ein geräusch das im ersten moment vielleicht an einen weiteren alarm erinnert aber dann immer schriller wird es ist das war sehr passend anweisungen ist die karantäne befolgen und uns innerhalb dieses karantäne raums befinden wir sind hier sicher okay das ist eine einrichtung ist die firma nummer von weyland yutani das ist eine einrichtung von weyland yutani hier ist alles sicher und normkonform die mitarbeiterinnen wirken äußerst professionell es gibt keinen grunden zur sorge am besten warten wir einfach ab okay okay das ist ein guter punkt weil du tust immer so tun als wenn der laden dir gehört weißt und überhaupt um hast du nicht pixa bekommen wir haben alle pixa bekommen durch einen pixa bekommen aber hast du keinen pixa bekommen wenn weyland yutani sagt dass es keinen grund gibt bei mir einen pixa zu machen dann respektiere ich das denn wir alle arbeiten für weyland yutani doch natürlich sie wollen von ihnen gebucht und haben einen vertrag dafür unterschrieben stimmt das ist richtig ne gold aber du hast ein bisschen extra was bekommen weiß ich denke nicht dass ich ein extra was bin ich bin einfach nur die leiterin der wissenschaftsstation und begebe mich jeden tag in quarantäne während ich mit den gefährlichen proben arbeite und das ist in meiner akte vermerkt nein ich bin die leiterin der wissenschaftsstation und kümmere mich um unsere proben ich traue ich alle nicht aber ich habe etwas bollert gegen die tür durch die der arzt eben verschwunden ist also also es ist okay wenn wir hier bleiben bin ich fein mit aber ich finde es jetzt nicht angenehm also ich gehe zur tür und lausche daran auf der anderen seite so ein ja leute ich sage es ist das klingt alles nicht sehr gut es gebe natürlich an dieser stelle die möglichkeit den prozess der quarantäne zu beschleunigen ich kenne zwar nicht alle gerätschaften in diesem raum aber natürlich bin ich die leiterin der wissenschaftsabteilung und ich könnte unser blut vorab untersuchen um herauszufinden ob wir diese quarantäne vielleicht sogar schon früher verlassen können ab in die zentri für wuhr und vor allem auf zentri für wuhr damit warte mal zentri für wuhr ja aber das problem ist stehst du noch an der tür ich stehe noch an der tür du hast auf der anderen seite jemanden oh leute das ist super creepy da hinter der tür da kratzt was und da schreit jemand hilfe und ich würde jetzt gern was machen ich würde mich mal nach einem lüftungsschächte oder so ich schaue mich nach kameras also es gibt eine ganze reihe kleine lüftungsschächte und natürlich kameras in jeder ecke eine die die medizinische station beobachtet ganz kurz unser captain hat nichts drauf unsere pilotin schläft noch silo ich kann ich nicht leiden aber kannst du irgendwas machen siehst du irgendwo im bildschirm können wir irgendwie kameras nach draußen für irgendwas beobachten ohne diese fucking tür aufzumachen ich würde weiterhin auch noch ich würde mal achso tür nur noch also auch menschengröße dadurch passt durch einen schacht irgendwie irgendwas wo man flüchten könnte also ein zwölfjähriger mensch würde da vielleicht durchpassen aber du nicht es gibt es gibt die eine tür die in den anderen bereich führt und es gibt die durch die durch die sicherheitsschleuse reingekommen seid und nun welcher tür ist jetzt das geräusch hinter der tür wo der arzt durchgegangen ist also in anderen bereich der krankenstation nicht durch die wir gekommen sind und die kommen wir aber nicht mehr raus habt ihr noch nicht versucht also wir haben zwei türen eine durch die wir reinkam eine durch wo das kratzen der ist weiter tiefer in die station ich würde mich gerne im raum umschauen ob ich irgendwas von ihren anweisungen umsetzen kann das ist auf jeden fall ein terminal an dem du versuchen kannst auf irgendwelche daten zuzugreifen dann würde ich das probieren das ist ein wurf auf comtech witz und comtech alles was mit das ist großartig darin bin ich nicht maximal scheiße ich habe nicht genug würfel dafür ja du musst wieder welche zusätzlich würfeln müssen du bist so ein kleiner irobot sie ist sehr spezialisiert eine sechs da ist schon mal ein erfolg zwei sechsen ja komm das reicht doch schon das ist doch schon drei sechsen vier sechsen ich hätte noch zwei ja dann kannst du sie noch würfeln wir sind bei fünf sechsen was du bist mehr oder weniger sofort im system was möchtest du denn was möchtest du denn ich würde in folgende reihenfolge vorgehen erstmal möchte ich überprüfen ob irgendein alarm losgelöst wurde und überprüfen was für ein alarm losgelöst wurde es wurde ein alarm ausgelöst erstens dass die vitalwerte eines patienten eingebrochen ganz kurz das weiß nur ich das wissen die anderen nicht okay erstens die vitalwerte eines patienten sind eingebrochen zweitens ein erster aber noch kein roter alarm sondern eine sozusagen eine zwischenstufe ein gelber alarm für kontaminationsdurchbruch und drittens dass auf keinen fall jemand aus der quarantäne zu herauskommen darf und weil du so gut gewürfelt hast siehst du dass auch ein protokoll angefangen hat zu laufen das zeitlich runter zählt dass als das reinigungsprotokoll einfach nur genannt ist wundervoll das klingt großartig kann ich nachschauen wie viele menschen sich gerade auf der stadt also generell auf dem ganzen dingen befinden 120 120 ok kann ich zugreifen auf die quarantänemaßnahmen also wie was genau gemacht werden muss damit wir die quarantäne verlassen dürfen ihr müsst nachweisen dass ihr keinen also ihr müsstet nachweisen für euch ursprünglich dass ihr keinen fremden erregern kann ich das in diesem labor umsetzen das kannst du versuchen ja wundervoll cool dann würde ich mich zu den anderen umdrehen unter der tür neben dir sickert etwas hindurch es ist schleimig gelblich und enthält rote schlieren ich kann nicht empfehlen mich dem zu nähern bitte geh einen schritt nach hinten ich habe auf das protokoll zugegriffen wir haben es sind auf der auf der station befinden sich gerade 120 personen es wurde kein roter alarm ausgelöst aber ein gelber alarm die vitalwerte eines des patienten das hat nichts damit zu tun der gelbe alarm ist die vorstufe zum roten alarm das heißt es ist momentan noch keine sorge übrig ein patient ist in seinen vitalwerten gesunken ich gehe davon aus dass das den orangenen alarm ausgelöst hat ich möchte an dieser stelle einmal die vorwarnung geben dass ein protokoll abgespielt wird das zu einer säuberung des ganzen bereichs führen soll was auch immer das bedeuten soll das positive ich kann unsere quarantäne beenden und würde mich jetzt um unsere proben kümmern dann können wir auch mit der firma diesen raum verlassen es ist mir leider nicht möglich den zu verlassen solange wir diese quarantäne nicht abgeschlossen haben es war probiert es ist mir nicht möglich das zu tun ich musste mich an die regeln an die regeln die wir alle unterschrieben haben halten ja okay 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 ich setz mich ich finde das nicht gut ich finde das nicht gut ich trete zurück es läuft auch immer noch entspannter blues im hintergrund ich nehme mich um die proben oder versuche mich darum zu kümmern jemand zupft an einem bass hintergrund singt jemand ja diese pfütze breitet sich lang ich kann mich jetzt hier der raum ist noch groß genug aber ich möchte euch wenigstens in kenntnis setzen dass dieser schleim mehr wird und ich den anweisungen irgendwann nicht mehr folge leisten kann außer auf irgendwelche gerätschaften zu klettern und wenigstens dass jemand noch ein Auge auf diesen schleim hat zum beispiel unsere pilotin die scheinbar immer noch ihr nickerchen macht und zugegebenermaßen jetzt hier auch nicht viel machen kann aber wenigstens mal ein zweites Auge ich weiß auch gar nicht warum der vorwärfe hier sein sollte ich kann nichts machen ich war hier einfach nur auf die befehle vom captain und wir mussten den Schirm verletzen und ich weiß du bist so super laut und es tut alles weh aber es ist da waren kratzen und eine hilfe hinter der tür und jetzt kommt der schleim raus und scheinbar ist es für alle jetzt nicht mehr so wichtig der captain stand ja auch neben einem der der luftschächte um den zu begutachten und so passt nicht und du hörst den luftschach so ein etwas bewegt sich da ist es überhaupt noch da ist es wach ja bob hängt auf deine schulter hat sich jetzt aufgerichtet blinzelt im kreis und steckt dann seine nase in dein ohr also ich bin der captain vom kommando her deswegen will ich jetzt mal ein aufgabenverteilung machen haben alle ohren gespitzt damit zuhören können ja bitte nicken super frau zerro macht dass wir hier rauskommen das wäre super von aktivität her ist fast erledigt frau piloten hast du mal Bock an den schach zu gucken was da rumkrabbelt ich habe ein bisschen angst vor krabbeldings deswegen wäre es super wenn du mal ein Auge reinschmeißen kannst ja und ansonsten frau nancy hast vielleicht du hast ja muckis hast gesagt vielleicht kannst du mal eine tür aufbrechen wo wir reinkommen sind weil ehrlich alarmstufe gelb ist schon fast rot und bei rot wird blitze aktiv und kriegst du ein knäuschen will ich nicht das ist tatsächlich nicht korrekt bei alarmstufe rot werden meistens keine blitze aktiv weil das eine unkontrollierbare energiequelle wäre die es nicht gefährden würde entschuldigung ich mache es ein bisschen heiß aber ich finde sie auch massiv unsympathisch von daher verstehe ich das voll ich ertraue meinen muskeln und so aber diese tür ich glaube da kann man auch über das system sehr viel mehr machen also tatsächlich wäre es großartig wenn du dich dann auch hier so um die tür kümmern könntest ja ich habe nichts mehr zu tun also falls du noch eine aufgabe hast ich schließe mich auch gerne der knotten an und schauen nach krabbelzeugs ok das heißt ich würde mich um mein blut ich bin maximal überfordert also ich würde ich auch versuchen mal ein bisschen mit zu geben weil ich mir so denke ja also ich dachte es wird übelst chillig so dieser ganze auftrag und das ist jetzt irgendwie schon stressig so erst nur ihr sollt getreide transportieren weißt ja genau und jetzt auf einmal gelbe flüssigkeit alarmstufe gelb die nervige wissenschaftlerin so ich liebe charaktere die jeder hast ich würde mich ums blut kümmern ich bin nützlich dann können sie mich nicht aussetzen ich würde mich um die was muss ich dann würfeln damit ich diese proben hinter mir kann observation das sind wieder zu viele oh mein gott naja jetzt hat es beschrieben aber ich habe noch zwei ja nein euer blut ist tatsächlich alles vollkommen sauber und ihr habt tatsächlich eine etwas wenig eisen im blut und er seine leberwerte sind nicht gut seh ich irgendwas in dem labor was ich ihnen also was ich ihr für die eisenwerte geben kann cool was ist das und das ist ein depot injektor okay dass der implantierten so ein stäbchen das über die nächsten monate hinweck haltet schießt man das in so einem arm oder so ja okay perfekt darf ich loslegen sind wir bereit wundervoll wundervoll an dieser stelle sie hat alles in ordnung die blutwerpe sind tatsächlich wie der sehr fähige doktor gesagt hat eisentechnisch sehr am arsch das erklärt auch die anständige andauernde müdigkeit das sollte sich innerhalb der nächsten zehn minuten geregelt haben und dann sollte es die auch wieder wesentlich besser gehen das ist für unser aller überleben unfassbar wichtig denn so kann sie ja wohl kaum ein schiff fliegen können wir ja mal kurz über compliance und conclusion und so reden können wir auch kurz darüber reden dass ich das unglaublich toll das schiff hier hingesteuert habe auf jeden fall das möchte ich gar nicht außer frage stellen das kann aber gerade anders ich glaube die eisenwerte waren vor wenigen monaten noch wesentlich besser ich gehe davon aus dass es ein nebeneffekt der kryokapsel und es sollte sich bald wieder beruhigt haben das wundervolle ist die quarantäne werte sind in ordnung das heißt wir alle dürfen tatsächlich achten achtungen da draußen ihr müsst irgendetwas muten oder ausschalten ihr macht grad was ganz furchtbares das hat sich an wie ein fön das positive ist die ganzen quarantäne werte sind in ordnung wir können die quarantäne verlassen es gibt für mich jetzt keine bedenken an der stelle wir sind alle gesund und nicht infiziert ich kann mich jetzt um die tür kümmern und diese öffnen warte können wir darüber erst nachdenken mach auf den laden ich kann versuchen mich um kameras zu kümmern ich kann versuchen mich um kameras zu kümmern du kannst du mal die tür aufmachen welche tür also wenn wir von hierarchie her jetzt ein bisschen kritisieren wollen ok aber falsche augenblick wenn ich sage tür bitte wenn ich sage zacko ob ich die tür auf die tür von der wir gekommen sind das ist wieder eine comtech-aufgabe schon wieder schon wieder es ist insane du machst jetzt völlig comtech-ding das ist wieder eine comtech-aufgabe ich versuche mich zu verkacken ich habe ein weites gesicht gesehen das ist eine scheiße Idee aber ganz kurz an die regie was auch immer ihr geändert habt der sound war super ihr habt ihn wieder gerippt es ist für mich ganz furchtbar echt ich höre mich vor allen dingen ah jetzt höre ich mich selber wieder ich hab nur jetzt ist gut alles gut mach weiter ist alles super wirklich einmal ja man kann auch mit sehr vielen würfeln wenig würfeln eine sechs heißt aber dass das grundlegend geschafft hast das heißt du findest das protokoll zum aufheben der quarantäne drückst du mit einem öffnet sich die tür so ein kleines stückchen so dass man sie jetzt tatsächlich einfach weiter jetzt nicht aufmachen kann auf der anderen seite siehst du flackerndes licht die tür ist geöffnet können wir bitte erst nach den krabbeln Fiona du tust weiter krabbeln also nach den Viechern gucken Nancy du mal bitte aus der Tür raus geben wo du reinkommst jawoll und du mal gucken ob da ein bisschen ärger ist oder so Zerro super Arbeit wirklich muss ich auch mal sagen oder Dankeschön Herzlichen Glückwunsch ich soll es so tief dreh mich um laufen Richtung der Tür bewege mich langsam zur Tür und darf so einen Meter vor der Öffnung stehen das sehe ich eine behandschuhte Hand die an die Tür greift und aufschiebt und hinter sich so einen von den Soldaten der dir fragend und auch etwas misstrauisch entgegen schaut ja ich ja ich hab dir den Alarm aufgehört so ja wir haben den Alarm gehört selbstverständlich was ist das Problem hinter uns also die Frau Doktorin da ist weg unser Blut ist clean wir können raus und ihr solltet euch ganz dringend mit einer Reinigungseinheit um die Tür hinter uns kümmern ich darf aber nur um Vorschlag weil ich bin also kriegen wir das mit wie ja ich werde mich mal dazu gesellen mit einer Kompetenz kann ich vielleicht helfen ich müsste das all clear von Dr. Mark bekommen damit sie den Raum hier verlassen können ich habe eine Aussage zu machen ich bin Captain vom Meridian Schiff Meriro wo wir mitgekommen sind und ähm herzlichen Glückwunsch dass wir uns kennenlernen ich habe eine Frage warum ist da diese gelbe Zeug auf dem Boden ich zeig dir welches gelbe Zeug? ich zeig dir halt direkt drauf und dann haben wir gemerkt Alarmstufe gelb und das Fasso rot und hier Reed ich glaube wir haben einen Zwischenfall in der Containment Zone ja sag ich doch verstanden treten sie zurück woran? bleiben sie da drin er gibt die Waffe treten sie zurück nein sie kommt zurück ich trete einen mini Schritt zurück er zieht eine Keycard er hält sie rechts daneben und die Tür schließt sich für mich pfff scheiße also ich kann das jetzt nicht vollends bewerten aber das fühlt sich jetzt ähnlich gut an wie der Schleim vorhin äh ich guck in der Zeit mal nach dem Krabbelzeug das ist ja auch noch du ziehst das Gitter von der Lüftungsschaft ab da ist natürlich Dumpen drin da kannst du erstmal nichts sehen in dieser Schleim brauchst du eine Taschenlampe? ja ich glaube ich habe eine Taschenlampe hast du ja mal gucken ich reiche unserer Piloten eine Taschenlampe du leuchtest rein und du siehst eine Spur aus Schleim und irgendwo hinten an der Biegung bewegt sich etwas wie ein Rattengroß oder so etwas mit einem Klackern um die Ecke und verschwindet aus dem Unterscheid ich glaube da sind Ratten das ist ok Schleimratten beruhigend mir ist nicht bekannt dass es eines Spezies namens Schleimratten gibt wir können einmal Bob reinschicken und Bob Kamerbar auf den Rücken binden nein also ich glaube das ist nicht gut was da drin ist vielleicht hat das ja was zu tun mit dem Schleim hinter der Tür Bob der seinen Namen gehört hat dann ich würde es ignorieren ich würde einfach mal versuchen ich habe ja das Talent Influence ich verstehe dass du dich jemandem beeinflussen kann vielleicht ja dein Influence macht folgendes du kannst alle Würfe die sich auf Empathie beziehen kannst du zweimal pushen das heißt du kannst sagen du würfelst den Wurf nochmal alles bis auf die Sechsen dann kannst du mehr Sechsen bekommen und normalerweise kann man einen Wurf immer nur einmal pushen ah geil aber du darfst das zweimal dadurch erhöht sich die Chance tatsächlich noch auf euch zu haben ich würde gerne mit all meinen äh intellektuellen Fähigkeiten die ich hier habe äh würde ich versuchen Zero die in meinen Augen gerade die stärkste Waffe ist die wir haben weil sie das Ding da wirklich geben ich bin ein Mensch Waffe du hörst das gerade nicht was ich sage ich würde ich versuchen das ist nur sein interner Monolog zu beeinflussen dass sie alles versucht ähm dieses Terminal so zu manipulieren dass wir Zugriff auf die ähm Kamerasichten bekommen dann sprich sie direkt erstmal an vielleicht will sie das ja sowieso Zerro du wärst ja super schlau kaum vom Gedächtnis her weißt und du hast ja eben schon ein bisschen länger rumprobiert von Quarantäne her und hast gesagt ey pass mal ein bisschen auf kannst auch mal reingucken und auf Kamera zugreifen sie wollen Kamera zugriff ja na klar das sollte kein Problem sein ich würde das mal probieren du bist schon im System drin welche Kameras willst du denn welche kann ich haben du kannst alle hier in der medizinischen Station und im Sicherheitsbereich davor der Schleim der Schleim der Schleim der Schleim hinter der Tür wo der Schleim rückkommt und so auf der Bereich dann würde ich gerne gucken ob ich da eine Kamera dafür anvisieren kann auf der anderen Seite ja das ist kein Problem du kannst die aufrufen auf den Bildschirm willst du erstmal klein selber drauf spitzen oder willst du direkt auf den Bildschirm das alle sofort sehen können ich würde erstmal klein drauf spitzen du siehst dass da das Licht zum Teil ausgefallen ist und eine zusammengesunkene hochgewachsene Gestalt liegt mit dem Gesicht nach unten in einer Pfütze vor der Tür erkenne ich die Person haben wir die schon mal gesehen das ist der also vom Kittel her von der Größe her von den Haaren her müsste das Doktor Allmacht sein und daneben siehst du ein ungestütztes Patientenbett das so auf der Seite liegt und abgerissene Bänder wo offensichtlich jemand festgehalten wurde und das Bein von einer weiteren Person die im Hintergrund liegt und überall dunkle Flecken sehen wir das auch weil ich hab sie ja quasi beauftragt gucken wir über die Schulter sie hat das erstmal ganz klein aufgerufen dann müsstest du also wirklich quasi dich über ihre Schulter hängen würde ich versuchen würde ich zulassen ja dann siehst du das auch und das gibt direkt einen Punkt Stress also die offensichtlichen Leichen und die Körperflüsse wo fang ich da an? ist egal egal was hier los? ich gehe davon aus das wird der Grund für den gelben Alarm sein im Normalfall sollten solche Stationen darauf ausgelegt sein auf so etwas zu reagieren wobei ich an dieser Stelle sagen muss dass es doch etwas beunruhigend ist dass der Leiter wir haben einen zwischen es ist nichts Schlimmes passiert aber es wäre ganz gut wenn wir versuchen würden zu unserem Schiff zurückzukehren und unsere dort gelagerten Proben sichern denn unsere Hauptaufgabe ist diese Proben zu sichern und sicher hier hinunter zu bekommen ich fürchte wir sind nicht die Experten die für diese Mission diese Art der Mission gedacht sind und wir sollten unbedingt um Verstärkung bitten in dem Schaft taucht etwas um die Ecke wieder auf etwas hast keine Ahnung was für ein Körperteil ist aber es ist rundlich stumpf und sieht gleichzeitig fleischig und leicht metallisch aus mit einem starken Schimmer Was macht das? Bewegt sich das? Du machst das vielleicht nur langsam um die Ecke und dann öffnet sich ein Spalter der sich Stück für Stück zurückzieht wie ein Lefzen und du siehst Zähne die aber silbrig fast wie Quecksilber schimmern und hörst dann das Ich mach das Gitter wieder drauf Du machst das Gitter wieder drauf und du hörst in dem Luftschach TAK 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 etwas das sich nähert Oh oh Achtung Was los? Ich bewege mich da weg etwas drück gegen das Gitter Da würde ich aufpassen da ist Eis Ich gehe zum Gitter schaue nach oben unter das Gitter Was sehe ich? Du siehst etwas was dir entgegenspringt mit einem lauten Kreischen und du siehst vor allem gegen Zähne die gegen das Gitter drücken was tust du? Ich drücke gegen das Gitter und du kriegst so dass meine Hände nicht fressen werden Du drückst dagegen von der anderen Seite mit den flachen Händen Ich weiß nicht ist das Gitter also es ist wie also es würde jemand von der anderen Seite dagegen boxen Ich weiß nicht ob also ich weiß nicht wie fest ist das Gitter also es ist zu zu? Das könnte man jetzt wieder runter schieben weil sie ja vorhin alles abgemacht hat Wir müssen das wieder zuschieben ich halte die Hände nach oben Was immer das auf der anderen Seite ist du kannst es durch deine deine Hände fast nicht sehen stößt immer wieder dagegen es ist als würde jemand die Schrauben die Schrauben schnell Hallo irgendjemand Mach mal einen Wurf auf Stamina ob du das halten kannst Ich würde versuchen das ist oben deine Strength 5 und 2 ne? Ja also 8 insgesamt 2 4 6 8 Oh das ist nur einer Das ist eine 6 Mal gucken wie stark ist das Ficht denn? Ok kann jemand kann jemand bitte kann jemand bitte ganz schnell die Schrauben der Schraubenschlüssel liegt hier nach unten Ich würde dir den Schraubenschlüssel reichen also so hinhalten Ihr müsst schon fest schrauben ich muss das halten Ihr versteht euch dem vor Kannst du es tatsächlich halten? Ok ich würde irgendwie schnell versuchen zu helfen Ja Ihr könnt die ganzen Schrauben da reindrehen und ihr seht wie langsam anfängt so ein gelblicher Schleim über ihre Finger Ist das ekelig? Boah Ne Und deine Haut klingt an zu brennen Aaaaaaah Das ist schon fest? Das ist gar nicht los aber es ist schon fest und wer ist es fest? Muuuuuuu Mach doch mal einen Wurf auf Mobility No Du wirst doch mal ein paar Schrauben reinkriegen Du musst mal die solche da aushalten Du hast geholfen Ja Dann darfst du einen Würfel mehr würfeln Ähm Also Ich hab nur den Schraubenschlüssel gehalten Ich hab nur den Schraubenschlüssel gehalten Ich hab nur den Schraubenschlüssel gehalten Also Use this Hallo Und dir beide geholfen und darfst du insgesamt fünf Oh Komm bitte Oh und du musst diesen Drei 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 Du musst diesen Würfel dazu würfeln Das ist dein Stresswürfel Der kann auch noch eine weitere sechs erzeugen Aber drei 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 Das ist ja kein Problem Du hast problemlos tatsächlich die Schrauben angezogen Und ihr seht kurz noch Wie sich dieses offene Maul mit den metallartigen Zähnen dagegen presst Irgendetwas in dem Rachen von dem Ding bewegt sich noch Und dann bringt es sich um Und mit einem Verstehen Ein weiterer Stress für alle die das sehen Also für mich auch, ne? Ähm Ich schauf meine Hände Ich hab die aktuell schon von meiner Kleidung Und schauf meine Hände Die Haut ist gereizt Unrücklich Wo der Schleimding die sie berührt hat Und dass sie sich fängt an zu jucken Und du siehst dass sie sich immer weiter ausbreitet Na ja Leute Ich halt wirklich viel aus Aber damit hab ich da Hab ich nicht wieder beschrieben Ich halte die Stero hin und sag Mach was! Äh Weiß ich Kann ich was tun? Ja du kannst auch Kannst einen Wurf auf Medical Aid machen Da bist du nicht so toll Das tut mir leid Ja das tut mir leid Wer hat kein Medical Aid? Oh mein Gott Ich hab gar kein Medical Aid Ja vier ne? Ich kann gar nichts Oh Gott Oh ich will mich nicht von dir verarsten lassen Sie wischt das grob ab Aber mir hilft das nicht Du verlierst einen gesunden Also einen Hälfte Oha Weißt du ich dachte du hast was drauf Wow Ich verliere einen Aber guck mal die Ich fahr jetzt nur um mich fünf an Nein du hast fünf angekreuzt Das sind die hast du Und einen davon verlierst du jetzt Achso Das heißt was mach ich Also ich streich jetzt noch einen durch Nee du kannst den einfach ausmalen Und dann ist dunkel der ist weg Welchen jetzt? Aber was machen Eins von den Kreuzen Eins von den Kreuzen Ja Achso die hast du die Ich würde mal nach irgendwie Ist das alles unterschiedlich bei allen Ich würde mal nach einem Verband Oder sowas schauen Ist ja eine Medizinstation Oh ja das kannst du Natürlich Und da kannst du auch gerne einen Wurf Auf Medical Aid machen Aber ich verliere da nicht Wenn ich den Verband nicht finde oder Verliere ich jetzt nicht einen Sie vielleicht Ich hole mal besser schauen Ich hole mal besser schauen Super lieb wäre das Das sieht nicht gut aus Nee das sieht nicht gut aus Möchtest du Und du musst deine zwei Stresswürfel noch nehmen Schon wieder? Ja jedes Mal Warum musst du immer Stresswürfel? Ah da Oh das Was gerade passiert ist Das Carla hat eine Eins gewürfelt Auf einem Stresswürfel Und das zeigt Oh das ist gar nicht gut ne Einen Facehugger Das bedeutet jetzt Dass das Adrenalin Das in deinem Blut schwimmt Und dir zwar mehr Mehr Geschwindigkeit Und Stärke geben kann Und dich auch aufmerksamer machen kann Aber auch mitzuführen kann Dass du Panik verfällst Und dementsprechend Machen wir jetzt einen Stresswurf Du überführst einen von den sechs Und zählst deine beiden Stresspunkte dazu Den? Schauen wir mal was das Ergebnis ist Den? Ist egal welchen Drei 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 Plus zwei sind fünf Da passiert erstmal noch nix Bist du stressigert? Aber habe ich jetzt welche gefunden? Ja Okay Ne du hast keine einzige sechs gewürfelt Nein Du findest nichts weiter Irgendwie Du bist desorientiert Die haben alle komische Namen Das ist alles mit Weyland-Yutani-Codes versehen Du ziehst irgendwelche Watte raus Und drückst dir eher auf die Hände Ich bin halt wirklich Ah das tut weh Ja das muss weh tun Dann wirkt's auch Weisch Ja hast recht Breitet sich das aus? Hat es gestoppt? Das hatte Also es ist jetzt zumindest Okay Alles gut Ja Halt dich aus Also was sagt der Captain? Genau Ach frag doch Gute Frage Ich kriege ich ein Sternchen auf die Finger Super Frage Also ich bin ein bisschen aufgeregt Weil es fiel auf einmal Von Decker und Boden und alles Du tust mal bitte Du tust mal bitte Im Computer gucken Ob Bewegung ist Von Kameraperspektive her Irgendwie ein Bild Ich soll schauen ob ich Kameras finde Die sich bewegen Dann tust du ein Kamerabild gucken Ob du Bewegung siehst Weisch Soll ich nach etwas speziellem Ausschau halten? Nach Menschen die sich bewegen? Naja Gegenständen die sich bewegen? Spezies Du tust nicht Natürlich mal bewegen Nach Bewegung von Unregelmäßigkeiten her Vielleicht im Wald Unregelmäßige Bewegungen auf einer Quarantäne Station Du wenn ich ausreden lassen weisch Also guckst du in die Kamera Ob sie Bewegung ist Ob sich jemand boxen tut Oder streiten Oder umbringen vielleicht Also suche ich nach Unregelmäßigkeiten im menschlichen Verhalten Oder äh Anderer Verhalten Spezies Unregelmäßigkeiten in menschlichem oder anderem Spezi Verhalten Ja Jawoll Ein Ruck geht durch die Station Und das Licht dimmelt sich plötzlich Oh mein Oh Ja Kann ich fixen Kann ich fixen Zeigt mir nur wo der Sicherungskasten ist Ja Wenn die Das Licht flackert Und größtenteils ausfällt Musst du dich erst blind orientieren In der Station Ah ja Für eine Taschenlampe Du hast eine Taschenlampe Das heißt du Du holst die Du hast noch meine Taschenlampe Oh ja Ja Dankeschön Vielen Dank Ich leuchte mit der Taschenlampe umher Und schaue mich nochmal um Ob ich irgendwo irgendwas finde Mit einem Leuchtstreifen ist auf jeden Fall ein Notfallkasten versehen Ich erlaufe durch den Notfallkasten Und du siehst darin, dass da auf jeden Fall Lichtquellen sind Die du auch an die anderen austeilen kannst Okay Lichtquellen Sehr schön Ich verteile weitere Taschenlampen Wie viele habe ich davon Oh ja Beziehungsweise Leuchtstäbe Das sind Sicherungsleuchtstäbe Die könnt ihr einmal alle bitte verteilen Dass wir uns alle sehen Und damit wir uns nicht verlieren Das ist unglaublich wichtig Und das ist eine kleine Sicherheitsmaßnahme Die ich euch hier als Sicherheitschef mitgebe Bitte Bitte macht ihr euch beide um beide Hände Damit wir euch jederzeit alles sehen können Normalerweise würde ich jetzt anfangen mit euch zu dancen Aber das ist jetzt eine ernsthafte Sache Und ich hoffe, dass ihr körperlich alle gut gewappnet seid hierfür Was finde ich noch in dem Kasten? Was du in dem Kasten noch findest, ist tatsächlich ein kleines Schweißgerät Mit dem man Also Schweißgerät Ja, die Bestände mit dem man tatsächlich einen Leck in der Hülle im Notfall reparieren könnte Wenn es einen Mikrometeoriten einschneiden Oder aufschneiden Oder aufschneiden Das ist richtig Leute, ich habe ein Schweißgerät Ich folge nur Anweisungen Sag mir, was ich damit tun soll Am besten nicht vom Kasten Ich hab dich gerne, aber du hast keinen Plan Doch Also Zerro Wie sieht's aus? Hast du was gefunden? Hab ich was gefunden? Du findest haufenweise Notfallsignale jetzt Wie viele, genau? Tatsächlich siehst du das Die, sozusagen, Lebenssignale Die meisten Leute, die auf der Station angestellt sind Tragen einen Transmitter bei sich Für die Vitalzeichen wahrscheinlich Ja, und das ist von 120 runtergegangen auf 72 Ok Auf dem Schiff haben sich zum Anflug unserer Situation 120 menschliche Lebewesen befunden Zum jetzigen Zeitpunkt leben auf dieser Station nur mehr 72 Wo sind die alle herren? Es könnte sein, dass sie alle die Raumstation verlassen haben Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich Denn dann würden sie wahrscheinlich abgemeldet worden sein Ich gehe davon aus, dass sie tot sind Oder es eine massenweise Störung gibt, die verhindert, dass die Signale an das System angeschossen geschickt werden können, das vermute ich aber nicht Ich schlender kurz rüber zu der Tür, wo wir hergekommen sind Ja, du siehst, dass da auf der anderen Seite noch eine weitere Sicherheitsstür zugegangen ist Wir sehen das Keypad neben der Tür und zeigt an, dass es sich nur noch auf Anweisung des leitenden Arztes der Station ergibt Ganz kurz zu der Tür, die hat quasi eine Glasscheibe und durch die sehen wir die Schleuse und nochmal eine weitere Tür Ihr seht da den Sicherheitsbereich Und sehen wir nochmal über den hinaus? Nein, tatsächlich nicht, nur in den Sicherheitsbereich rein Ihr seht auf der anderen Seite zwar die andere Tür, durch die ihr reingekommen seid, aber dahinter ist Dunkelheit Okay, verstehe Ich klopfe dagegen Nichts Nenner Versuch, aber ich meine, normalerweise fliegst du diese Dinger auch und öffnest keine Türen Lass mich mal schauen Ich nehme mein Schweißgerät und laufe zur Tür Da hat sich, wie gesagt, eine zweite Tür, eine Sicherheitstür davor geschlossen Das heißt, du müsstest dich jetzt tatsächlich durch 6-7 cm gehärteten Stahl durcharbeiten Ich möchte an dieser Stelle einmal auf das Risiko hinweisen, so ein Schweißgerät im Weltall zu benutzen Wir befinden uns hier in einer hochkomplexen Anlage und jegliche Störungen können dazu führen, dass es hier einen massiven Druckabfall gibt, der gegebenenfalls lebensgefährlich ist Darf ich einen Vorschlag machen? Ja Mein Vorschlag wäre, unser Team zu evakuieren und uns zurück auf unser Schiff zu bewegen, um unsere Proben zu sichern, für die wir ursprünglich losgeschickt wurden Und mit diesem Schiff einfach wieder abzudocken Ich würde abdocken empfehlen und vielleicht im direkten Umkreis, aber abseits von einem möglichen Explosionsradius halten und auf Verstärkung warten Das ist ein Problem von Durchführung her, doppelte Sicherheitsstür, dann anderer Seite ist der Kollege, der gesagt hat, peng, peng, geh wieder rein Der war hinter der selben Tür, der ist nicht mehr zu sehen, der Kollege Achso, der ist schon weg jetzt? Ja Ah Ja Zwei Türen Die, wo jetzt eine zweite Sicherheitsstür zu ist und wo auch der Bewaffnete war und die, durch die der Arzt gegangen ist Da ist gar keine Schleuse, ne, auf der anderen Seite Okay, dann tun wir das machen, du tust mal beide Türen öffnen, wenn du kannst Beide Türen gleichzeitig? Ja, ne, die doppelte Sicherheitsstür Die doppelte Sicherheitsstür Wo wir hergekommen sind Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das außerhalb meiner Fähigkeiten liegt Weil diese Ich versuche es Das ist eine weitere Comtech-Aufgabe, aber du kriegst zwei Würfel abgezogen Weil das eine erhöhte Sicherheitsstufe ist Nein Du musst im Grunde die Keycard von dem Arzt faken Oh Die Macht Ich sehe es jetzt nicht Dankeschön Mein Glück hat mich verlassen Ah, eine Sechs Zwei Sechsen Zwei Sechsen Zwei Sechsen Du schaffst es tatsächlich einen einmaligen, quasi durch eine Hintertür einmalig zu faken, dass der Code eingegeben wird in das Schloss Es gibt einen Knacken und die Tür öffnet sich und auch die schwere Sicherheitstür dahinter Auf der anderen Seite flackert das Licht Und ihr hört einen Alarm, der in der Ferne sich regelmäßig wiederholt Das regelmäßig erklingt Und ansonsten ist der Sicherheitsbereich leer Ich checke Sicherheitsbereich leer Ich warte auf Anweisungen Crew Lassen wir uns zusammen rausgehen Frau und Kinder vor Finde ich cool Let's go Genau Also ich würde alle versuchen zu überzeugen, dass wir jetzt gemeinsam geschlossen den Raum verlassen Richtung der Schleuse, wo wir durchgegangen sind Ja und das heißt der nächste Schritt wäre, dass ihr den Gang zurückgeht, der an der Messe vorbeigeführt hat Da erinnert ihr euch noch daran, dass ihr daran vorbei hineingebracht wurdet von den beiden Bewaffneten Es herrscht tatsächlich ein bisschen Chaos hier im Sicherheitsbereich Als wäre der letzte Bewaffnete hier sehr eilig rausgerannt, Sachen sind umgeschmissen worden Jemand hat den Feuerlöscher von der Wand gerissen, der da vorher noch hing Und als ihr in den Gang hineingeht, seht ihr, dass der nach zwei Türen, nach zwei Abzweigungen an einem Sicherheitsshot endet, das ihn abgeschnitten hat Ah Super Ja Also ich gucke, ob da irgendwo eine Waffe liegt Dann mach noch mal einen Wurf auf Observation Ist da eigentlich auch so dunkel? Flackernes Licht Aber vielleicht sollten wir das nicht so dauert mich machen Ja ja, ne Weil das wäre mir im Raum so dunkel war 2,6 Ihr könnt ihr besser sehen Ja, du findest tatsächlich Erstens eure Kiste Und zweitens noch ein Sicherheitsspind, der aufgerissen wurde und nicht wieder richtig verschlossen, in dem noch eine weitere Pistole liegt Das heißt, wir haben dann zwei Pistolen Einmal die Waffe, die der Käpt'n abgegeben hat Und einmal die, die jetzt im Sicherheitsding ist Jawohl Oh, super, meinen Waffen Kannst du es mal geben? Die eine, den ich War eh in einer Die andere gucke ich Wieviel? Okay Es ist ein Magazin drin Bei mir? Wie viel ist es bei mir? Das, was drin war Also auch ein Magazin Stand nicht dabei, genau Okay Was ist überhaupt, wenn ich noch mal fragen darf Ein 6-und-T-Pad? Das ist tatsächlich ein, mehr oder weniger ein iPad Okay Voll geil Und das in den 80ern? Also in den 2180er Oh, Entschuldigung Ja Ganz so spektakulär Das ist schon vorher Rechte Version Alter Nur die, nur die Fünfer Ne, warte, ne, warte, ne, warte, ne, warte, ne Natürlich verstecken, wenn es keiner sieht Ist mir peinlich Sehen wir noch irgendwas anderes in dem Flur? Also wir haben jetzt zwei Waffen gefunden Gibt es noch irgendwas Auffälliges, wenn ich mich umschaue, was mir auffällt, was irgendwie unregelmäßig kann Spuren ist seltsam korrodiert Da sind Spuren, wo das Metall tiefe Poren aufweist Kann ich erkennen, woher das kommt? Kann ich mal darauf würfeln, dass ich eine Idee bekomme, was das ist? Das ist wieder Observation Du kannst sogar Analyse machen Mit dem, dem hier? Genau Nein, also das ist, wenn du einen Computer machen willst, du hast eine Sonderfähigkeitsanalyse Ah, cool Die bedeutet, wenn du das erfolgreich machst, beruhigen sich auch die Leute rings um dich herum, weil du ihnen eine logische Erklärung gibst Auch wenn die logische Erklärung furchtbar ist? Ja Weltklasse, ich würde das machen Gut Wie viel muss ich würfeln? Wieder deine Observation Das ist viel, ich bräuchte wieder einen Würfel extra da drüben, bitte Dankeschön Kann ich die gleich behalten, die sechs? Und der war ja Ich will halt genau hier drauf landen, ich habe aber noch zwei, ne? Ja, okay Ich will halt auf dem Ding drauf landen, ich habe nur eine sechs bekommen leider Das reicht aber tatsächlich gerade eben, um sich ziemlich sicher zu sein, dass hier jemand eine extrem starke Säure verspritzt haben muss, die sich in das Metall hineingefressen hat, also wahrscheinlich irgendein Container beschädigt worden ist Die Verletzung der Metallschicht auf dem Boden kommt offensichtlich von Einwirkungen einer nicht identifizierten Säure, da diese Säure Metall zerfressen kann, kann ich derzeit nicht bestimmen, wie viele andere Objekte auch zerfressen werden könnten Es könnte sein, dass es für die Haut komplett harmlos ist, es könnte sein, dass es nicht harmlos ist, ich würde deswegen empfehlen, mich von Flüssigkeiten fernzuhalten Es hat Metall zerfressen, inwiefern kann das überhaupt nicht? Es gibt Säuren, die tatsächlich unterschiedliche chemische Substanzen und Bondings zerfressen und das kann einen großen Unterschied geben, zum Beispiel das Plastik sehr gut gegen diverse unterschiedliche Flüssigkeiten Wir können zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, was durch diese Säure verletzt werden kann Ich kann aber mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es sich dabei potenziell um eine andere Säure handelt, als die, die deine Hände verletzt haben Ja, das ist das, danke für diese wertvolle Info Ihr verliert dadurch alle einen Punkt Stress tatsächlich Verlieren wir? Ja, ja Eigentlich, ich hatte auch gesagt, eigentlich wären Bleistifte besser Ja, ja Also ich kriege den jetzt wieder quasi Ja Okay Du gibst ihn wieder an Oh, ich habe es falsch rum gemacht Ne, das ist immer noch falsch Das ist ein Stresspunkt Also das ist quasi wieder weg Ja Es gibt wie gesagt zwei Türen Das eine führt, da steht nur drauf Maintenance und das andere ist beschriftet mit Horticulture Zu welchen müssen wir gehen, damit wir wieder zurückkommen? Ich gehe nicht gerade aus, da ist ein Sicherheitsschott runtergefallen Das heißt, da ist keine Tür Das heißt, wir müssen Da ist ein Schott Das ist so eine Wand, die runterfällt Eine schwere Metallwand, eine Sicherheitswand, die herabgelassen wurde Links und rechts davon sind zwei Türen quasi Also Okay, jawohl Ich habe im Terminal keinen Plan von dem Ganzen abgerufen vorhin, ne? Du hast zumindest nicht gesagt, dass du es tust Wundervoll Das heißt, ich habe keinen Plan abgerufen Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen Aber to be fair, mir hat auch niemand gesagt, dass ich das tun soll Ist nicht meine Schuld Was macht eigentlich währenddessen Fiona? Du trippst hinterher? Ja, ich trippe hinterher und habe meine Waffe in der Hand Fiona, hast du nicht Ahnung von diesen ganzen Raumschiffen und Gedöns und Shuttles und so Und solltest dich nicht hier eigentlich auskennen wie deine Westentasche? Ich war hier noch nie Aber du wusstest doch, wo wir hinfliegen, oder? Hast du nicht einen Plan oder so dabei? Jetzt nicht direkt Plan, aber ich weiß auch nur das, was ihr wisst Ich kann die fliegen Auch kein Gerät zum Abrufen oder so? Ich habe jetzt nicht so viel mitgenommen Okay, okay Ja gut dann, Anweisung, Chef Ja, ähm, gute Frage, nicht Frage Wir müssen mal bitte jetzt schauen, wo wir hier ran müssen, weißt? Der Weg, über den wir hierher gekommen sind, ist leider versperrt Hier ist eine Sicherheitswand hinuntergefahren Wir haben zwei Türen, ich würde an dieser Stelle empfehlen, durch den Maintenance-Raum zu gehen Da, was war das andere? Irgendwelche Pflanzen, ne? Und die kann schon das ganze Labor Weil wir nicht wissen, was auf diesem Schiff in dem potenziellen Pflanzen-Labor gehalten wird Und biologische Produkte immer ein erhöhtes Risiko für Menschen mit sich bringen könnten Und deswegen willst du da hingehen? Deswegen möchte ich durch den Maintenance-Raum gehen Ja, dann Let's go Ihr werdet durch den Pflanzen-Raum gehen wollen Nein, Maintenance-Raum Pflanzen-Raum, genau Ne, klingt nicht klug Genau Wir können Bob vorschicken Ich würde versuchen alle zu überzeugen, dass wir durch den Pflanzenraum Bob benies leise und kriecht in seinen Kragen hinein Das würde er sich verstecken Also ich würde wirklich durch den Pflanzenraum Ich würde alles geben, dass die mitkommen Also, dass sie davon auch überzeugt sind Das ist die richtige Du gehst in Richtung Pflanzenraum Ja Ja Komm mit Super Ne, macht keinen Sinn Ich komme hinterher Muss ich hinterher? Hast du irgendwas gewürfelt? Ne, oder? Genau, aber ich würde es zu gut machen Also ich will auf jeden Fall, dass alle überzeugt sind Auch Dann musst du würfeln Wenn du tatsächlich die Leute überzeugen willst Die sich dagegen sperren Dann würfelst du auf Command Also 5 plus 3, 8 Würfel Und du kannst es zweimal pushen Können wir gegenwürfeln? Ja, das könnt ihr Kann jemand aus der Regie mal eine Uhr abholen? Die macht die ganze Zeit irgendwelche Geräusche Und ich habe das Gefühl, die stört total Vielleicht kann die jemand gleich mal abholen Da kommt schon jemand Auch die Regie Ja Hallo Tag Dankeschön Danke Acht Stück, ja? Ich versuche das jetzt hier auch mal drauf zu machen Wie viele sind das denn? Sind das 8? Das sind 8, ja Nee, das bringt ja nicht, wenn du das verschiebst Oh, Entschuldigung, ja Sorry 2, 4, 6, 7 7 Oder 8, 9 sind das, oder? Das sind 9 Und ich darf das zweimal pushen, hast du gesagt? Was heißt nochmal pushen? Acht Würfel würfeln Pushen heißt, dass du alles außer 6 nochmal würfelst Aber jedes Mal, dass du machst, bekommst du einen Stress dazu Du hast auch immer noch einen Stress, also Ach, den muss ich auch würfeln? Ah, okay Der ist nicht optional Achso Okay Das ist ein Erfolg Ja Ich pack die Mandel Ich würde das jetzt nochmal pushen wollen Okay, dann würfel alles außer den 6 nochmal Und nochmal einen gelben auch? Ja Nein, sogar 2 gelbe, weil du jetzt sofort einen weiteren Stress dadurch bekommst, dass du den Ach, Scheiße Und den geben auch noch, oder? Den wir hier Auch den haben Er hat schon Achso Zweierfolge Und hier auch eine 6 Und hier eine 1 Dann musst du jetzt direkt deinen Panikwurf ablegen Ach, Scheiße 1 wie 6 plus 2 Plus 2 heißt? Also du würfelst das und auf das Ergebnis addieren wir noch deine 2 Stresspunkte drauf Oh mein Gott 6 Du, deine Stimme, die flattert so ein bisschen Und es ist auch nicht wirklich überzeugend für Leute, die sich dagegen sperren wollen Die müssen ja gar nicht bewürfeln Aber zumindest du spürst zwar wie dein Puls dir so gegen deinen Kiefer pocht Und wie der Schweiß sich auf deinen Handflächen sammelt Aber du behältst noch die Kontrolle über dich Also bezeugnen, ein bisschen aufpassen Alles neu für uns, aber Habe ich jetzt jemand überzeugt? Nein Ich auch nicht mit 2 Erfolgen Nein, weil du einen Panikwurf ausgelöst hast Ach, warum mach ich das dann? Ähm Ja Lass mal bitte ein bisschen Pflanzetarium reingucken Bitte Gehts nicht so gut gerade Ein bisschen Kräuterfarben oder so Du willst nur wieder kiffen Ich wäre dafür Ich? Die Piloten ist die ganze Zeit bekämpft Weiß Ich würde sagen Ich bin bei Zero's Plan dabei Ich möchte nicht in giftige Pflanzen laufen Ich werde aber drauf scheißen dann auch Also wenn sie nicht mit will, dann geht sie nicht mit Dann gehst du alleine? Ne, die Piloten kommen mit Wir haben die Waffen Scheiß drauf, dann geh ich auch mit Was sag ich mit dir? Ich geh dahin mit, wo das Team hingeht Ich glaube das größte Risiko besteht auf jeden Fall darin, dass dieses Team sich zum jetzigen Zeitpunkt auftrennt Und da ich ohne Pilotin das Schiff nicht fliegen kann Hat der jetzt einen Panikwurf ausgelöst und wir gehen trotzdem mit? Ja Geil Scheiße Okay, ich sehe die Entschlossenheit von unserer Pilotin und sag mir Okay, da sind schon zwei weg Ist immer sicherer bei der Mehrheit zu bleiben Weil wenn wir irgendwas beseitigen, kämpfen, was weiß ich, müssen Und schließe mich dann, aber nicht ohne Widerworte zu geben, der Pilotin und seinem Käpt'n an Okay Cool Dass das funktioniert hat, ist eine Acht Manchmal ist es weniger wichtig, was man würfelt, sondern mehr irgendwie einfach das Rollenspielen, wie die Dynamik am Tisch ist Die Tür öffnet sich und ihr kommt in einen Raum, der auch teilweise hell erleuchtet ist, teilweise ein bisschen dämmeriger Es gibt so einen Weg, der heller erleuchtet ist, der da durchführt Und rechts und links sind lauter große übereinander an Ketten angebrachte Betten In denen Pflanzen wachsen, teilweise unter Plastikabdeckung, teilweise in einer Ranken, die herabhängen Und es riecht feucht Es gibt hier offensichtlich auch eine Regnungsanlage und irgendwann in letzter Zeit muss die ausgelöst haben Das heißt, es tropft auch die ganze Zeit langsam auf euch herab in den ganzen Raum halten Und die Tür ist einfach so zu öffnen Die war einfach so zu öffnen Ich würde mich gerne umschauen, ob mir was auffällt, was potenziell gefährlich, kontaminiert oder irgendwas anderes sein könnte Du schaust dich um und du siehst einen Fuß, der aber langsam, einen einzelnen Fuß mit einem Schuh dran, der langsam so Der Fuß von einem Menschen? Hinter einem Regal verschwendet, das voll gepflanzt ist, ja Nur ein Fuß? Jetzt würde da jemand liegen, der langsam aus der Sicht Achso, also ein Fuß, der liegt, das ist nicht einfach nur so ein stehender, abgetrennter Fuß, der alleine liegt Ein einzelner Fuß, der weggezogen wird Wir sind nicht allein in diesem Raum Ach Wieso? Es ist unter Umständen möglich, dass dort hinten auf, in welche Richtung ist das? Das war, also du von der Orientierung her glaubst du, ihr müsstet euch rechts halten Und wo ist der Fuß? Und der Fuß ist geradeaus Auf 12 Uhr, bitte schrecken sie sich nicht an dieser Stelle, auf 12 Uhr werden gerade Körperteile durch den Raum gezogen Hallo, ich bin zu Hause, von Bewohnung her Es gibt ein Knacken, ein Krachen, das Regal vor euch zittert, als etwas dagegen stößt und dann hört ihr Schritte oder sowas Ich kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass es sich bei diesem Geräusch um eine menschliche Kreatur handelt Können wir uns bitte fortbewegen, wenn wir wieder nicht reinlaufen, in welche Richtung müssen wir Zero? Äh, 2 Uhr Sehr gut Ich versuche mich irgendwie auszutarieren, schaue kurz auf meine nicht vorhandene Uhr und schließe mich Richtung 12 Uhr zu laufen 2 Uhr 2 Uhr, 2 Uhr, weiter nach rechts bitte Ah, ja, ja, ihr geht vor Dann würde ich einfach voraus gehen Ich würde in die Richtung des Klackens zielen Das bewegt sich nach links weg, also wenn wir bei den Uhrzeiten bleiben, so 10 Uhr Ja, ich Dann hört dann auf Wer oder was auch immer sich da bewegt hat, hält jetzt aufsichtlich still Ich gucke einfach weiter da in die Richtung und gucke mal, was die anderen machen Ich richte meine Taschenlampe in die Richtung von 10 Uhr Klingt etwas reflektiert, kurz wie ein heller Blitz, das Licht der Taschenlampe und bewegt sich dann ruckartig aus dem Schein In welche Richtung? Tatsächlich weiter nach links, bewegt sich jetzt in dem Halbkreis um euch herum, 9 Uhr Ja, klingt jetzt nicht gut, können wir bitte weiter gehen? Ich bin ein bisschen mit meiner Pistole beschäftigt Oh Gott! Heute warst du geschäft! Ich verstehe, wie die funktioniert Wer hatte die Idee, ihm eine Pistole zu geben? Also ich versuch den Sicherungsknopf zu finden Also ich hab das bisschen ignoriert, das Ganze einfach und hab an meiner Pistole rumgewerkelt Gut, du werkelst an deiner Pistole rum Und du leuchtest in die Richtung, du zielst tatsächlich in die Richtung Ja Achso, ich möchte in Richtung quasi 2 Uhr schauen, um zu gucken, wohin wir weiter gehen müssen, ob da was im Weg ist Da stehen ein paar von diesen Pflanzen gerüchten, 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 gerüchten? Ach, gerüchten sich auch Von den Pflanzengerüsten ein bisschen schief, die sind mit Kranken überwachsen, die sich in einem leichten Luftzug bewegen Sieht das aus, als Wolken wie bewegt oder so? Mach mal einen Observationwurf Wir brauchen auf jeden Fall längere Arme Ach komm schon Komm schon Das ist mit einer Bemerkenswert Ich hab aber, warte, Observation, ich darf noch zwei Mal? Eine, scheiße Eine von diesen Ranken ist keine Ranke Zwischen all den Blättern und dergleichen hängt was herab, dass eher aussieht, als hätte jemand mit schwarzem Leder überzogene Wirbelknochen aneinander gereiht Es bewegt sich im gleichen Takt wie die Ranken, rascheln vielleicht nach rechts und nach links Und dahinter ist von den Blättern halb verborgen noch etwas, was in der Dunkelheit kurz schimmert Kann ich das genauer untersuchen? Und schwarz Willst du näher hingehen? Äh, ich würde näher hingehen und ich würde den anderen erstmal noch nichts davon sagen, dass ich da was gefunden habe Diese Ranke zieht sich langsam nach oben und richtet sich auf Oh, ich will doch nicht näher hingehen, ich will doch nicht erbeutlichen Und man sieht und sieht, dass sie am Ende in einem ungefähr so langen, wie aus Horn oder Metall, du bist dir unsicher, was für ein Material es ist, geschnitzten Dorn übergeht Der sich langsam auf deine Augenhöhe hebt Sieh nur was da denn? Ich verstehe, dass das nicht gut ist, ne? Ich frage nur ganz kurz, um sicher zu gehen, dass ich mich nicht gerade selber mit Lore-Story-Spoiler, ich weiß, dass das böse ist, oder? Also das ist auf jeden Fall etwas, was nicht hier sein sollte, dass es keine Pflanze ist Okay, erkenne ich, dass es gefährlich ist Es sieht gefährlich aus Wunderbar! Das war so eine ganz lange Klinge am Ende des Schwanzes Ich wollte ja nur sicher gehen Weil ich war mir nicht klar Ich würde tatsächlich Kann ich nach hinten ausweichen? Du kannst gerne nach hinten ausweichen Wir machen jetzt Initiative Das funktioniert folgendermaßen Ihr zieht Kanten Jeder von euch eine Und ich drei Was? Für das Viech Was, was, was? Entschuldigung, was? Ihr seid einmal dran, das Viech ist dreimal dran Das ist toll! Aber wir sind doch weg, wir verlieren doch nur Zero, also die steht doch am nächsten Das ist richtig, ja? So, wann seid ihr denn dran? Niedrig ist gut, ich habe die Vier, die Sechs und die Neun Ich habe eine Eins Ich habe die Fünf Die Drei Ich habe die Zehn Ups, wir verlieren unsere Piloten Du bist als erstes dran Du siehst, dass Zero sich einem von den Regalen genähert hat, während du noch in die andere Richtung läutet Sondern dann sagt Zero Leute und fängt an sich rückwärts zu bewegen und irgendwas raschelt an der Nähe Habe ich irgendwas, ich habe äh, Cutting Torch habe ich dabei, kann ich damit was machen? Ja, du, das ist tatsächlich, dann kannst du als Waffe einsetzen, aber dafür musst du wirklich nah ran Aber ich ziehe es zumindest mal und habe es in der Hand Du kannst in deiner Runde eine sogenannte Fast-Action oder eine Slow-Action machen Eine Waffe ziehen ist eine Slow-Action, äh, ist eine Fast-Action Ich habe aber nur eine Aktion quasi, ne? Ja, also eine in der du angreifen könntest oder du kannst sie umwandeln in eine Fast-Action, dann kannst du dich noch bewegen oder andere Kleinigkeiten Ich mache eine Fast-Action, ziehe das Torch, aber packe Zero an der Schulter und schmeiße sie zurück Dann hätte ich gerne von dir einen Wurf auf Mobility Mama Das war mit so viel Energie formuliert, ich bin davon ausgegangen, das haut auch so hin Mobility habe ich nur vier, weil ich da sonst nichts drauf habe, ne? Weil ich da irgendwie mit sie vier habe, ah, wirklich Und ihr seht auch, eure Initiative-Karten haben so Merkteile Slow-Action-Use, No-Action-Use, Fast-Action-Use, Both-Actions-Use, so kann man das Ganze tracken Was heißt tracken? Du kannst das so hinlegen, je nachdem, was du genutzt hast Du kannst das so hinlegen, je nachdem, was ihr genutzt habt Also alle können jetzt No-Action-Use Ach so, ah Man kann seine Fast-Action auch außerhalb des eigenen Zuges verwenden, zum Ausweichen zum Beispiel Oh, das ist wie so ein Spontanzauber Quasi Lustig Aber wir können es nur einmal verwenden, was wir jetzt in der Hand haben, ne? In dieser Runde, nächste Runde wieder Und du hast eine Fast-Action gemacht, um die Waffe zu ziehen Und mit der anderen willst du dich bewegen und vor allen Dingen Zero auf der Weg bewegen Okay, aber da kann ich dann beim nächsten Mal keine Fast-Action mehr benutzen? Nein, nächste Runde ist wieder da Wir haben jede Runde eine Fast- und eine Slow Und du benutzt die Slow quasi nochmal als eine Fast-Action, das kann man auch sagen Aber nicht andersrum Ja, schade, wir kriegen das hin Das, nein, gut, okay Oh, und deine Stress musst du noch dazu würfeln Stresslevel habe ich, also ist das immer 1 oder was? Wenn der gerade 1 ist, dann ist er 1 Ich habe keins, gerade aktuell Ich habe das ja resettet vorhin Dann musst du keinen Stress dazu würfeln Gratulation, gleich glaube ich schon Möchtest du diesen Hof pushen, weil du keinen Erfolg gewürfelt hast? Wie mache ich das? Du würfelst alles, was keine 6 war, also nochmal neu und direkt einen Stress dazu Und kriegt einen Stress quasi Ja, du kritzt so Entschuldigung, die Spieleitung muss auch mal Spaß haben Aber nur mit 4 Würfeln, ja okay, komm, mach mal Mit 5 dann jetzt Möchtest du genau wissen, wie die Wahrscheinlichkeit ist? Nein, möchte ich nicht wissen Ab wann ist Stress denn überhaupt? Also mit 5 Würfeln, aber mit nur 4 Dings, ne? Wenn du deine Panikprobe ablegen musst und wenn das eine 7 oder mehr wird, dann passen die Dinge Da ist ein Erfolg, tatsächlich Also du wirfst dich vorwärts und für einen Moment glaubst du, du schaffst es nicht Aber dann kriegst du den Ärmel von der Uniform von Zero zu packen und ziehst sie rückwärts weg von den Lärmen, die sie sind Dankeschön Dann haben wir eine 3, richtig? Damit ist der Kapitän als nächstes dran Ähm, ja ich glaub ich hab mittlerweile rausgefunden, wie man die Waffe entsichert Oder muss ich dafür jetzt noch was machen? Nein Ähm, ja, also ich weiß jetzt gerade gar nicht Die weichen alle von einem von diesen Regalen auf dem Lian her Ja ja, genau, ich mein nur, stehen noch Crewmitglieder zwischen mir und dieser Kreatur Du siehst die Kreatur selber ja noch gar nicht Achso Du siehst das Regal, das offensichtlich Zero und ähm, nicht für Jungen aussondern Nancy Nancy in Panik versetzt hat und irgendwas bewegt sich da und du müsstest nur so einen halben Schritt zur Seite machen, um an den beiden vorbeischießen zu können Und das wäre dann aber auch machbar mit einer anderen Aktion noch Ja, genau Ich will jetzt nicht die Panik crashen, aber ich würde halt wahllos einfach auf dieses Regal warten Du schießt wahllos auf das Regal Wie viel Schuss hast du denn so? Ein Magazin Ein Magazin, das Ganze wird hier so geregelt, dass wenn er tatsächlich dann ein Facehugger auf dem Panik würfeln würfelt, dass dann dein Magazin mehr ist Okay Also wenn du wirklich einen Finschlag würfelst Gut, du hast einen Range Combat Wert Hier, drei, also insgesamt sechs Würfel plus dein Stress Das ist eins Und du kriegst zwei Würfel abgezogen, weil du blind einfach auf irgendetwas schießt und nicht gezielter wird Ah ja, natürlich Das tut dir jetzt ja aber aus hier Natürlich Ah! Das sind zwei Erfolge, das heißt du machst den Grundschaden plus noch einen zusätzlichen Schaden Deine Waffe macht einen Grundschaden, die du hast, die Pistole Mhm Du darfst sogar noch zwei Würfel mehr würfeln bei deiner Bruder Aha! So, nimm sie So, noch weiter ballern hier Das ist halt schade Ja, trotzdem Zwei Erfolge So oder so Und ich darf acht Würfel würfeln, um den Schaden auszugleichen, die du bist und der Kreatur Du schießt und du hörst ein seltsames Geräusch, wie von einem Querschläger, aber fast mit einem hellen Zirpen und dann so TING Und irgendwo schlägt dann die eine Kugel woanders ein Du hast keine Ahnung, was du getroffen hast oder nicht getroffen hast und was es ausgewöhnlich hat Du hast unverständlich, du hast jetzt beide abgewehrt, ne? Genau, weil ich zwei Erfolge gewöffelt habe Damit ist der Schaden wahrscheinlich nicht Was auch immer das ist, das bewegt sich vorwärts und bei Monstern in diesem System ist es so, ich bin jetzt mit der vier dran, dass nicht ich bestimme, was es macht, sondern es wird zufallsgeneniert mit einer fünf Die Kreatur bewegt sich vorwärts, ihr könnt einen langen, gezogenen, glatten Schädel sehen, der erst aussieht wie aus Glas gesponnen und darunter eine schimmernde Schwärze, in der nur einzelne, so wemlich, ich weiße Lichter, sich reflektieren von den Lampen und von der Taschenlappe, die du darauf richtest Darunter öffnet sich langsam ein Maul, in dem Quecksilber, helle Zähne glimmen und dann zuckt dieser seltsame, rankenartige Schwanz vorwärts und versucht Zero zu treffen Ach cool, chillig! Ich habe zehn Würfel für den Angriff Und, 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 Pilotin kann da noch nichts machen, ne? Ne Ich habe tatsächlich nur einen Erfolg, möchtest du versuchen auszuweichen? Oh ja, auf jeden Fall möchte ich versuchen auszuweichen Dann machst du einen Wurf auf Mobility und verbrauchst dafür deine, deine Fast-Action Das ist nicht so gut, ich bin nicht mobil Du hast andere Stärken Mhm Oh mein Gott! Ja, du weißt tatsächlich knapp aus und du spürst, wie diese Klinge an deinem, wirklich so, knapp oben in deinem Ohr, an den Haaren vorbeischrammt und als es sich zurückzieht, siehst du, wie da eine grünglich-gelbe Flüssigkeit von herunter tropft Das Ding, du siehst jetzt eine Hand mit zu vielen Fingern, sechs Fingern, die in schwarz und mit Sehnen überzogen sich kurz ausstreckt und dann wie das Viech ein Zwischen ausstößt und sich rückwärts bewegt Das Regal wird in eure Richtung geschoben und ihr hört etwas davon galoppieren in die Dunkelheit Darf ich da eine Action machen oder was? Und alle, die das gesehen haben, kriegen keinen Stress Hab ich das gesehen? Ja, hab ich das gesehen Das habt ihr jetzt alle gesehen, außer vielleicht Fiona Ich hab auf das andere Ding geguckt Ja gut, dann kriegst du keinen Stress, du hörst nur hinter dir Chaos und etwas, das sich anhört wie ein Peitscheschlag und dann das Rattern und Knirrschen von Regalen, die durch die Gänge geschoben werden Als ob du die Schulter schaust, siehst du den Käpt'n, der hat auch geschossen, hast du auch gehört Hat sie das gehört? Und Nancy hängt tatsächlich an Zero dran und hat sie zurückgezogen, was dich überrascht, weil du nicht den Eindruck hättest, dass Nancy irgendetwas tun würde, um Zero zu helfen Selbst wenn sie dran stehen würde, würde sie nicht draufstehen Überlebenskrieg Ich krapel mich auf, lass Zero am Boden liegen und schau dem Ungetüm nach Als nächstes ist Zero auch dran Das heißt, der Approach ist noch nicht durch quasi Ah Wir machen noch weiter Das Ding hat sich zwar jetzt von euch gelöst Aber die Frage ist, was tust du jetzt? Nur für mein Verständnis Angenommen, das hier ist ein Zimmer Ja Das hier ist die Tür hinaus Und das Viech kam ja von hier irgendwo, oder? Also, ihr seid hier reingekommen Genau, ja Das erste Viech habt ihr hier gehört, das hat sich da bewegt und das hier war hier Ah, das heißt wir sind jetzt Auf halber Strecke Hier Smiley Gut, dass du noch ordnungsvoll bist Ja, bitte, ich hab's einmal für alle gezeichnet, da kann die Regie das einmal zeigen, wenn sie das möchte Klar übersichtlich, vielleicht ein bisschen zu leicht für das Ganze Das bedeutet aber auch, wenn das nach hinten gewandert ist, ist das trotzdem noch, wir können da nicht vorbei sprinten, ne? Doch, ihr könntet versuchen jetzt hier zur Tür zu kommen Wie weit ist denn Fiona hinter uns? Also schon so fünf Meter, oder? Das heißt, sie wär die Letzte Das ist richtig, ja Das ist nicht gut Ist nicht gut, die Letzte zu sein Okay, ähm Ich würd mich zu den anderen umdrehen und sagen Ich glaube, es wäre äußerst sinnvoll, wenn wir versuchen würden, so schnell wie möglich auf unser Schiff zu kommen Ich habe keine Ahnung, um was für ein... Ich hab keine Ahnung, was das ist, ne? Nein Ich habe keine Ahnung, um was für eine Spezies sich hierbei handelt Ich habe so etwas noch nie gesehen und noch nie darüber gelernt Und ich gehe ganz schwer davon aus, dass das den Alarm hier ausgelöst hat Und deswegen würde ich tatsächlich versuchen, zur Tür zu kommen Gut, das heißt, du redest und dann bewegst du dich Und dann bewege ich mich, kann ich das gleichzeitig machen, reden und mich bewegen? Ja, das heißt... Darauf musst du nicht würfeln, ich halte das für grundlegend gegeben Wundervoll, das ist eine Slow-Action, oder? Bewegen ist eine Fast-Action Das ist, aber habe ich überhaupt eine, weil ich bin ja ausgewichen Oh, nee, dann hast du keine mehr, dann kannst du aber deine Slow-Action und eine Fast-Action umdrehen Warum unterscheiden wir überhaupt in den... Weil die Fast-Action sind kleine Sachen Die Slow-Action sind Angriffe zum Beispiel Also wenn du schießen willst, wenn du zuschlagen willst, wenn du komplexe Dinge machen willst Okay Fast-Action ist ja Genau Ja Gut Als nächstes ist leider wieder eine Kreatur dran Und Fiona hört es vor sich tatsächlich jetzt um die Ecke etwas zerren und schleichen Und dann siehst du, wie etwas sich rückwärts bewegt Und es sieht aus, wie jemand, der sich niedrig hingehockt hat, in der kleinen und etwas Dürre gestallt Der einen langen Schweif hat, der sich im Licht hin und her bewegt Und mit so matten, milchartigen Reflexionen das Licht widerspiegelt Und eine Kralle ausgestreckt hat und in den Augen und in dem Schädel von einer Leiche vergraben hat Und das Ding rückwärts zieht Und dann inne hält Der Kopf dreht sich langsam in deine Richtung Du kannst keine Augen ausmachen, sondern nur diesen glatten, diese glatte Kuppel Die wie mit Öl eingereben aussieht und schimmert Und sich langsam in deine Richtung dreht Und... Oh... Und dann öffnet es dir das Maul langsam Du siehst diese in einem perfekt ineinander greifenden Reihen von metallischen Zellen Von denen eine klare Flüssigkeit herabläuft Und du nimmst wahr gewahr, dass die Tropfen, wenn sie auf den Boden fallen Einer fällt auch auf die Leiche, ein Zische von sich gibt Und du siehst, dass in die Stirn von dem Toten hinein sich sofort dieser Tropfen hineinfrisst Als würde man ein heißes Stück Metall nehmen und den Eis versenken Und dann kommt es langsam näher und öffnet das Maul Und wie eine Faust, die losgeschleudert wird, kommt ein zweites, irgendetwas aus dem heraus Als es vorwärts springt und versucht, ihr damit das Gesicht wegzubeißen Cool Ja, super Würfelst du da jetzt drauf, ob das klappt oder was? Ich würfel jetzt drauf, ob das Fiese erwischt Das erste war quasi nur das Würfeln, was es tut Genau Und jetzt, ob es funktioniert, wenn ich es richtig verstanden habe Puh, mein Gott Jetzt haben wir Glück gehabt Kein zweiter Kiefer schnappt nur so fünf Zentimeter oder so vor deinem Gesicht zu Mit einem Geräusch, wie wenn eine Bärenfarbe zuschnappt Ein metallisches Und das Ding hält ganz knapp vor dir inne Kannst immer noch keine Augen ausmachen Aber du spürst einen Atem, der seltsam chemisch riecht Irgendwie ätzend und feucht und heiß Und was passiert mit dir? Abgesehen davon, dass du auch einen Stress bekommst Ähm Ich würde nämlich meine letzte Aktion mal rausziehen Und du darfst als erstes was machen Ich würde ihm ins Gesicht schießen Das klingt nach einer guten Entscheidung Dann würfel mal auf Ranged Combat Das ist das plus das, ne? Genau, das heißt insgesamt acht Würfel für dich Hast du ein scheiß Glück, dass ich so mies würfel? Geht das? Wie viele sind das? Es müssten neun insgesamt sein Alle bis auf einen Würfel Darf sie Stress mit würfeln? Wie viel Stress hast du denn? Ein Der Imposter Stress kann ja auch positiv sein Drei Erfolge tatsächlich Ja, damit machst du tatsächlich drei Schaden Ich schau mal, ob ich das gesockt bekomme Die Kugeln prallen auf die metallisch schimmernde glasartige Haut des Dings Und du... Und es platzt tatsächlich ein großer Teil davon heraus So eine faustgroße Masse löst sich auf dem Schädel Und du siehst unter diesem schwarzen, glibberigen Fleisch tatsächlich etwas, das wie ein metallischer Kamm aussieht oder Knochen oder dergleichen Das Ding stößt einen schrillen Schrei aus, der wirklich wie so eine Raspelfeine in deine Trommelfelle hineingrätscht Und es spritzt eine große Menge von dem durchsichtigen, leicht gelblichen Mund um dich hervor Möchtest du versuchen, davon zurückzuwarten? Ja, das wäre, glaube ich, ganz angebreit Dann noch mal einen Wurf auf Mobility Äh... Ist hier mittendrin Ach, da Ah... Ich finde wieder sechs... Wohen Stress, ne? Wohen Stress, ja Ich weiß gar nicht, wie viel ich dir jetzt gegeben habe Sechs und Stress Perfekt Ja, dein Stress hilft dir sehr Du wirfst dich rückwärts, immer noch die Waffe auf das Ding gerichtet, mit dem anderen Armen guternd Und stößt mehr oder weniger gegen die Schulter vom Captain, der hinter dir steht Dann hast du den Rest der Gruppe aufgeschlossen Ein ganz kurzer Blick über die Schulter zeigt dir, dass Zero vorne weggelaufen ist Aber der Rest sich noch da mehr oder weniger in der Zange befindet In einem Winkel zwischen den beiden Biestern Und das, was dich angegriffen hat, schüttelt den Kopf Es fliegt mehr von diesem ätzenden Blut Und du siehst ringsum, wie die Pflanzen sich überall schmuggeln, zusammenziehen, wo das Blut auf sie trifft Und... Und was tut es? Und dann richtet es seinen Kopf wieder auf dich aus Und du hast fast das Gefühl, was hören zu können Wie ein helles Sirn Es hat keine Augen, aber es richtet diesen Schädel perfekt auf dich aus Als würde es sich auf dich konzentrieren Und hebt eine von diesen sechsfingrigen Händen Ich tippe langsam in deine Richtung Du hast keine Ahnung, was das ist, wo es herkommt Was es erschaffen hat Und was für Material das ist, aus dem es besteht Aber es könnte gleichzeitig ein Kunstwerk sein, eine Maschine oder ein Tier Du bekommst einen Stress dazu und musst sofort einen Panikwurf ablegen Das heißt, ein W6 plus dein Stresslevel Ist doch bei mir jetzt auch keiner dran, oder? Ja Also das ist der W6 und dann zwei Panik, ja? Ein W6 und dann einfach rechnest du nur plus zwei drauf Das ist jetzt einfach, um zu entscheiden, ob dein Charakter in Panik verfällt Ja Nein, du kannst dich noch beherrschen Und wir fangen wieder von vorne an Was macht Nancy, die Blitzschnelle? Können wir kurz Positionen klären? Weil ich dachte, ich wäre bei... Oh, ihr seid diese leckeren Snacks, ja? Ich hab hier ein Bild Und da befinden sich unsere leckeren Snacks Das seid ihr Dann ist Fiona dazugestoßen Zero haut in diese Richtung ab, wo auch die Tür ist Wann ist Zero abgehauen? Letzte Runde schon, die hat gesagt, wir sollten hier weg Hat sich umgedreht und das losmarschiert Und da und da... Ich hatte ja mein schnellen Dings aufgebraucht, um rauszuweichen Deswegen haust du rein? Ich hau nicht rein, ich bin Richtung... Bist du raus? Ich bin nicht raus, ich bin ein paar Meter vorgegangen Das heißt nur, dass wir das ganz kurz klären in dieser kleinen süßen Pause Ich reiß dich zurück, rette dich und du haust jetzt quasi ab in dem Moment Ich hab nichts vor gehabt abzuhauen, ich habe geguckt, dass wir da raus hauen Ich möchte einfach nicht... Du hast schon gesagt, du willst, dass wir gehen und du bist gegangen Also, nur wenn wir diese Pause gerade nutzen Mein Charakter ist nicht mobil Und ich möchte verhindern, dass ich zurückfalle und man mich nochmal retten muss Deswegen versuche ich mich weiter vorne zu halten Ich hab jetzt gedreht Mein Charakter kommt damit klar Das verstehe ich Ich bleibe zurück, um weitere Menschen zu retten Okay, also wir sind die Leckerbissen da in der Mitte Wir sind in der Klemme Aber wir können ja auch ausweichen Liebe Regie, ihr könnt das von oben einmal zeigen Die mit den Leckerbissen Ihr seid die Snacks Wir sind die Schweinchen Und die Kekse sind die Monster Okay, also, haben wir schon irgendwas gelernt da draus? Wir können sie nicht töten, selbst mit viel Schuss Das heißt, ich würde jetzt flüchten Ihr habt eins davon verletzt, aber das hat es nicht besser gemacht Nee, eben Wir können scheinbar nichts machen Das heißt, meine Bin ich wieder dran, oder was? Du kannst dann beide Aktionen benutzen, um dich zu bewegen und einfach laufen Ja, ich laufe einfach Aber bei mir war es ein Problem Dass ich gelaufen bin Du bist schon vor der letzten Aktion gelaufen Du hast es perfekt verteidigt und ich habe es perfekt angenommen Lass es doch so stehen, ist doch alles perfekt Ich laufe! Du rennst, du schließt tatsächlich auch zu Zero auf und kommst zu der Ausgangstür Ja Und siehst du, da ist ein Panel daneben, das du mehr oder weniger einfach nur aktivieren musst Okay Und die Tür geht auf und du schaust in die überraschenden Gesichter von mehreren Leuten, die sich in der Mass Hall, also in der Kantina dort zusammengerockt haben und jetzt in deine Richtung schauen Sehen die überrascht aus? Die sehen sehr überrascht aus, auch ein bisschen ängstlich und haben sich da zusammengekauert und Tische zusammengeschoben Okay, gut, also die haben schon mitbekommen, was abgekommt Die haben mitbekommen, dass irgendwas passiert, auf jeden Fall War das meine Aktion oder kann ich da was machen? Du kannst noch was sagen, auf jeden Fall Ja, ich würde gerne sagen, Hi! Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir uns hier eingekommen haben Ja, also wir würden hier gerne reinkommen und wenn es geht, wenn die anderen gerade alle drin sind, schnell die Tür wieder schließen, wir werden verfolgt Das macht der Käpt'n Bin ich jetzt dran? Schon? Achso Ich bin ehrlich so verwirrt, dass jetzt hier ganz normal gesprochen werden kann, während da noch so Viecher sind Naja, es war ein bisschen viel Text, aber... Es war sehr viel Text, ja Ruhig für das Verhältnis Aber die sind doch bedrohlich für uns, ja? Ja, wir kommen Stresslevel Ja, ich meine, wir können das durchaus selber entscheiden, aber... Okay, es hat sich jetzt gefühlt so ein bisschen entspannt, außer jetzt bei dir Nee, ist nicht entspannt, du bist immer noch mittendrin Ja, aber du hast doch deinen Talk mit den Leuten... Mein Schweinchen ist weg Du bist weg! Ich bin noch nicht raus, ich bin noch da, du bist raus, ne? Jetzt bin ich weg! Sie ist zur Tür raus, ja? Also... Das war meine Action! Du komm mit! Ich hab Bock zum Fight, muss ich sagen Dann weg los! Auf welches von den beiden Bestand willst du schießen? Eins ist schon verletzt Ja, ich würde... Verletzt ist auch näher dran, oder? Ja, das ist Fiona hinterher gekommen und hat versucht ihr Gesicht abzureißen Genau, da würde ich dann auch aus Rachegründen... Gab ja, gibt ja nichts zu brechen, ne? Aber ja, ich würde auch auf das... Schieß auf das Ding, ja? Auf das Ding schießen, ja Leg los! Du hast einen Ranged Combat und deinen Stress dazu Und deine Waffe gibt dir plus zwei Genau, ich muss mal gucken... Wo ist denn nochmal Ranged Combat? Ach so, da, drei und dann sind das sechs bis zwei, ne? Acht insgesamt und dann noch deine Stresswürfel Das sind dann zwei nochmal Oh Gott! Das sieht jetzt so aus, als wär's nicht so geil Du machst jetzt einen Panikwurf, das ist korrekt, ja Na gut! Das ist jetzt nochmal... Also, ein V6 Jetzt müsst ihr mal was, die V6 Du, beim... Das gelingt dir zwar nicht, du schießt irgendwo ins Nichts Und merkst das dann... Oh no! Weil tatsächlich der... Der Streifen leer ist, nachdem du mehrere Schüsse abgefeuert hast Aber zumindest kannst du halbwegs die Kontrolle über dich behalten Und über deine Blasen Scheiße! Das ist jetzt blöd Das war deine... Ja, Fiona, mein... Beschorn ist alle Was soll man dazu sagen? Ja, ähm... Hab ich doch die Möglichkeit überhaupt noch was zu tun? Oder ist das jetzt schon... Du kannst jetzt noch laufen? Du hast noch eine Fast Action Lauf! Ihr solltet alle laufen! Also ich will ja nicht... Ich will wirklich nicht hart reintrollen, aber ich will ja auch nicht einfach gehen Das ist so mein Ding gerade Mach wie du willst! Du kannst auch gerne da bleiben und versuchen irgendwie dich zu wehren Aber ich kann ja nur laufen und jetzt nicht mehr schlagen oder so Ähm... Stehe ich hinter oder vor, Fiona? Hinter! Das ist gut Ähm... Ich würde ihn einfach nochmal einen Schritt zurück machen So einen Sicherheitsabstand teilen, irgendwie zu sagen Aber ich würde noch bleiben Ja Ja Gut Das Viech ist dran Und das im Kreis tatsächlich erstmal Euch ein wenig Ihr legt den Kopf immer wieder schief Ihr seht das immer nur so zwischendurch zwischen den Regalen auftauchen Das macht seltsame Geräusche Und dann wirft es sich vorwärts und versucht dich zu packen Hä? Aber ich bin doch hinten! Scheiße! Ihr solltet alle laufen! Drei Erfolge und ich darf ihn noch einwürfeln Äh... Das ist jetzt scheiße, ne? Du wirst von dem Ding gepackt Es springt dich an Eine Hand auf die rechte Schulter, eine Hand auf die linke Schulter Mit einem Kreischen zischt Bob aus deinem Hemdkragen heraus Und springt von dir runter auf Fiona Der blickt sich in Sicherheit Von der oder Seite Und dann... Die Beine krallen sich an deine Oberschenkel Dieser seltsame Schweif wickelt sich einmal halb um dich herum Und es reißt dich zu Boden Ihr rollt mehrere Schritte durch die Gegend Und es wölbt sich über dir Blickt ist vielleicht das falsche Wort Aber... Dieser Kopf mit dem... Mit dem Ineinandergreifen der silbrigen Zähnen Hängt über dir und nähert sich langsam deinem Gesicht Aber erstmal hat es dich nur gepackt Du könntest versuchen dich zu befreien Nächste Runde Ich baue auf dich Ja, Fiona Aber es ist noch zwei Mal dran, wieso? Was macht Zero? Wenn sie sich umschaut, sieht sie, dass der Captain gepackt wurde Okay Und Fiona, der allein steht Ähm... Gibt es irgendwas, was ich werfen kann? Ja, das sind eine ganze Reihe schwere Gegenstände Wundervoll Wie gut bin ich im Werfen? Ich brauche... Also das Ding ist auf mir drauf Ja Dein Ranged Combat ist insgesamt eine 4 Aber nur zum Verständnis Wenn ich was Stumpfes werfe Mhm Dann werde ich ja niemals dieses Viech so verletzen Das ist... Unwahrscheinlich Das heißt die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass ich damit die Aufmerksamkeit bekomme Ja Weil das wäre das Ziel Gut Ich will nur die Aufmerksamkeit Ich will nicht, dass es platzt Mhm Was habe ich denn um mich rum, was ich werfen könnte? Mehrere Blumentöpfe, eine schwere Gießkanne Und ein Analysegerät, das die Feuchtigkeit der Erde feststellt Und leise vor sich hin piept Die Pflanzen sind viel zu stark gegossen worden Ich hasse, dass mein Charakter einfach solche Dinge einfach mitbekommt Das ist stupid Ja, wie groß ist dann so ein... So ein... Okay, andere Geschichte Kann ich eine... Boah, wie wahrscheinlich ist das, dass so ein Viech auf eine Sprenkelanlage oder sowas reagiert Kann ich einen Alarm auslösen irgendwie? Gibt das irgendwie eine Sprenkelanlage, die zum Beispiel wasserlos löst oder die einen richtig lauten Ton von sich gibt oder sowas? Ja, auf jeden Fall Kriege ich das ausgelöst? Also ich würde... Kann ich irgendwie Feuer machen? Nein, du siehst tatsächlich den Knopf für einen von diesen Alarmen an der Wand Und kannst hinrennen Ja Deine schnelle Aktion und dann da draufschlagen Das würde ich machen Das heißt, Zero biegt vor der Tür nach links ab Und boxt tatsächlich einfach mit der bloßen Faust gegen das Glas Ja Oder willst du irgendeinen Gegenstand dafür nehmen? Ich würde das mit meiner Hand machen Einfach mit deiner bloßen Hand Dann mach einmal einen Wurf auf Close Combat, nur um zu sehen, ob du dich dabei verlässt Eins, zwei, drei, vier, fünf... Wieviel waren das? Sechs, sieben, bräuchten Sehr, sieben, bräuchten Legt euch nicht mit ihr an Sie boxt euch um Äh, ich hab zwei Sechser Ja, das zerklirrt einfach unter deiner Faust und sofort geht ein lautes Schnarren los Und die Sprinkleranlage löst aus Auf einmal hängt ein feiner Nebel in der Luft Mit irgendetwas versetztem Wasser, das auf euch herab plätschert Haare werden sofort, zack, an den Kopf gelegt Eure Kleidung wird durchnässt Und das Ding, das auf ihm draufhockt, richtet den Kopf auf Und schüttelt ihn dann langsam fast wie einen Hund Und lockert seinen Griff, während es sich umschaut Du spürst, wie das Ding tatsächlich so die Kehle und der ganze Körper sich ausdehnt und zusammenzieht Als würde es atmen, aber du hast keine Ahnung, wodurch es atmet Denn es ist nicht durch seinen Maul, das bewegt sich nichts Tatsächlich Und dann fängt es an, eine Hand zumindest von dir zu lesen, sich langsam rückwärts zu bewegen Und dahinter siehst du Fiona, auf ihrer Schulter hängt Bob und kreischt, sobald ihr das Frettchen es nur kann War nicht ganz miserabel Viel Glück Danke Finish mit Fiona Ich wäre echt gerne gestorben jetzt Also ich hätte gerne irgendwie so einen Biss bekommen Oder so Also den habe ich auch ausgewöfelt Alter, hat es gejinxt Gut, das Ding neigt sich über dich Wenn diese Zähne gehen auseinander Es hat so einen Moment tatsächlich, ist es fast wie nachdenklich Für eine halbe Sekunde fast friedlich Es löst seine Krallen ein bisschen von dir Richtet sich auf und dann schnappt der Kopf nach unten Nur der Kopf in einem steilen Winkel Es öffnet die Zähne und dieses Faust Ding, das einen zweiten Mund darin hat, stößt vor in Richtung deines Gesichts Geil Du hast es gejinxt, was soll ich sagen Ganz geil Du bist noch ganz ruhig für deine Situation Ich bin schon im Party verfallen Es ist unglaublich Wow Du kriegst irgendwie Neun Würfel, keine sechs Ja, diese Zähne klein auf die ansonsten nutzlose Waffe, die du irgendwie geschafft hast vor dein Gesicht zu bekommen Beißen auf dem Metall herum Und du siehst, dass sie tatsächlich auch recht tief in das Metall reinbeißen Es gibt ein Hey, das freut mich noch Dann hast du eine Ruhe Feischendes Geräusch, als es darauf herum beißt Und dann Ich geb nochmal, damit Fiona nicht wirklich das absolute Schlusslicht ist quasi dir die Initiative, wovon die Engels nochmal dran sind Ja, ich würde nochmal so Also ich kann ein paar Schritte weglaufen und trotzdem schießen Ja, du läufst dann dem Käpt'n vorbei, der am Boden liegt Und die Waffe in eins der beiden Mäuler von dem Viech gestopft hat Und Das ist meine, schreit Und dann schießt du nochmal Ja Bitte nicht auf mich Ja, auf das Ding an dir Du willst jetzt auf das Ding schießen, bei dem wir rausgefunden haben, dass da Säure rauskommt, das auf dem Käpt'n liegt Ich frag nur nochmal Das beiß da Tu es, tu es Irgendein Tod muss man ja sterben Ja, ich will richtig verätzt werden Tu es Ich habe keine Wahl Okay Ich wollte nur nochmal The Voice of Reason sein Aber wir wollten keine Voice of Reason Also, let's go Nein Diese Gruppe wirkt, als wäre sie nicht ziemlich auf Reason angewiesen Den Stress muss ich da auch mit würfeln, ne? Ja Das wird wundervoll Zwei Erfolge Zwei Erfolge Zwei Erfolge Der Stress gibt dir sogar tatsächlich einen Erfolg Du schießt mir Das macht Zwei Schatten dann insgesamt mit der kleinen Waffe, die du hast Und du siehst tatsächlich, dass auch wirklich wieder eine Furche in den Kopf zieht Es schüttelt diesen Kopf mit einem Schnappen, zieht es wieder sein zweites Maul in den Schädel zurück Und schüttelt sich und es tropft so Einmal über dich drüber Aui Als würde jemand so ein glühendes Stück Metall in deine Haut reinrücken Es gibt auch ein Geräusch, als hätte man gerade Schinken in eine Pfanne geblieben, die sie heißt So Und dann sprintet eins von denen hinter Fiona her Ich würfel immer dasselbe Hast du noch eine Fast Action, mit der du ausweichen kannst? Ich bin ja gelaufen und hab geschossen, also wahrscheinlich nicht Das ist nicht die richtige Antwort Ich meine, natürlich Ach nein Du schaust gerade wieder in Richtung Fiona Und du siehst, wie sie läuft mit dem konzentrierten Gesichtsausdruck Und dann hat sie kein Gesicht mehr Und das hat von hinten durch ihren Schädel gestoßen Von dem Schädelansatz vorwärts Und der Knochen und alles wölbt sich nach außen Du siehst Metall dazwischen aufblitzen Und dann fällt sie um Und du siehst nicht mehr, was mit ihrem Kopf geschehen ist Sondern nur, dass sie jetzt halblos zu Boden fällt Die Waffe löst sich aus ihrer Hand und klackert mehrfach über den Boden Sie ist tot, oder? Äh Sie Du glaubst nicht Äh Moment mal Also nach der Beschreibung, sie hat das überlebt Du hast echt Kind Ja, du kannst Was für einen anderen Charakter würdest du denn gerne spielen? Unter den vielen Flüchtlingen kann jemand sein 400 Euro 400 Euro Ich wollte sterben Oh Mann Passiert Passiert im Besten Ähm Ja, das wäre irgendjemand Das wäre wirklich Also, was arbeitet denn da so? Du kannst einen Mechaniker kriegen Ähm Einen Wissenschaftler Ach, das ist darauf ausgelegt, dass ein paar Leute verrecken, ne? Ja Lol Wir haben schon richtig lange überlebt Ein Pilot Einen Offizier Und einen Medik Vielleicht kriegen wir einen Offizier, der denkt Medik 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 Kann ich einmal zur Spelette? Ich muss schon sehr lange hören Ich frage mich, ob ich überhaupt aufstehen darf Wir könnten an der Stelle tatsächlich Kurze Pause machen Ihr könnt alle pinkeln gehen, euch was zum Trinken holen Wir können kurz durchlüften Ja Und in der Zwischenzeit suchst du dir noch einen Charakter aus Geil Also hier sind quasi fertige Charaktere, wo du einfach die Werte von der Karte nehmen kannst Welchen möchtest du? Das öffnen klingt doch gut Der Medik Der Medik Dann, liebe Regie, könnt ihr uns gerne einmal alle muten, falls ihr euch traut Und einmal kurz in den Screen wechseln, wo man quasi die Sachen sieht, was die nächste Zeit noch abgeht Und Fiona ist RIP Und wir machen ganz kurz paar Minuten Pause Bis gleich Oh Hallo Mensch So Die Augen sitzen immer noch Ja Ja, blöd, wenn sie weg wären, oder? Das wäre ja Hier sind mehrere Spezies unterwegs, die ihre Augen gut sehen können Ja, das stimmt Ja So Der Fall Fiona ist tot Es gibt keine Frage, ob sie das hätte überleben können Okay Ich hab das einfach gesehen, dass sie gestorben ist bei Tether Du hast nur gesehen, dass das Ding vorwärts gesprungen ist Und dann eine Fontaine an Blut und anderen Dingen nach vorne gespritzt ist Und du bist ja schon in den nächsten Raum gelaufen Das heißt, du hast nichts mitbekommen Du bekommst einen Stress dazu Und dann fangen wir wieder von vorne an Du stehst in dem Raum und unter anderem steht jemand auf, der an seinem Overall das Abzeichen hat, mit dem Caduchius Stab, dass er zu den Medics gehört auf der Station Okay, aber da steht nur ich gerade, ne? Okay, ich komm da komplett in Panik Mit einem erhöhten Puls an Hab keine Ahnung, was hinter mir passiert ist Und schau mich erstmal um Wie viele Menschen sehe ich denn da so im Schnitt? Das sind sechs Menschen insgesamt Die sich da verbarrikadiert haben Okay, ähm Ja, ist da irgendjemand, der uns helfen kann? Wir sind zu viert Wir haben Probleme, wir werden verfolgt Und was, kann uns jemand sagen, was abgeht? Ist hier irgendjemand, der irgendwas helfen kann? Ich kann vielleicht helfen Wer bist du? Ich bin Susanne von den Medics hier Medics? Ja Ne, ich weiß nicht, ob Medik jetzt groß hilft Ich hab, ich, also was braucht ihr? Ich kann helfen Wir werden, wir werden verfolgt von Kreaturen, von Aliens Und wir müssen jetzt ganz schnell die Tür gleich verbarrikadieren Und wenn meine Freunde hier durch sind, müssen wir ganz schnell alles zumachen Freunde Sebastian Und damit machen wir bei dir weiter Weil so viel Gespräch ist dann irgendwann nicht mehr möglich Aber so viel Informationen könnt ihr austauschen Du siehst, dass Fiona zum Boden geht Und das Ding dann einen fast so einen eleganten Satz zur Seite macht Du kannst am Boden liegend nicht sehen, was genau mit ihr passiert ist Aber sie bewegt sich nicht mehr Du siehst nur, dass ein weißes Ding Flauschig, aber jetzt mit Rot besprenkelt, kreischend Von ihr weg in Richtung Tür eilt Bob! Bob kommt zurück! Dann bleibt es tatsächlich rutschend stehen Und hebt seinen kleinen Kopf und spät über die Schulter zurück zu dir Und zögert einen Moment, ob es dir zur Hilfe eilen soll Oder irgendetwas zu sein Kostet du da schon Energie hier? Einfach nur Bob rufen nicht Aber was möchtest du jetzt tun? Ich würde ihn nochmal rufen wollen Zweimal kostet Ja, ne ja, ähm Also ich will natürlich, dass er Aber ich weiß glaube ich Dass er jetzt in Sicherheit ist Erstmal, ob er zuerst noch lebt Ich will vor allem aber die Pistole von Fiona nach mir schnappen Mach mal einen Wurf auf Mobility Du streckst dich da unter dem Alien, das dich festhält Machst dich lang Und versuchst mit den Fingerspitzen zu der Waffe zu tasten Und dein Stress Achso, sorry Also Das ist jetzt alles Blödchen, ne? Ja, mach mal einen Panikwurf Sieben So, ne? Das war jetzt nicht so gut, ne? Ja, das war jetzt nicht so gut, ne? Du bist nicht sehr Mobility-mäßig Unterwegs Ne, aber ich mein, die Pistole liegt quasi neben dir Dein Stress steigt nochmal um einen Punkt Deine Hand, die die Notabwaffe ausgestreckt hast Zuckt, zuckt, zuckt Und ich würde dann sagen, dass du sie trotzdem irgendwie mit den Fingerspitzen erreichen kannst Und in deine Hand zerren Und dann? Was war das jetzt für ein Move? Für schnelle, für kurze? Das war ein schneller Jetzt hab ich noch einen kurzen, ne? Äh, einen langsamen Ja Du könntest also zum Beispiel nochmal schießen Auf das mit Säure versehene Ding, das übergehängt Ja Ne, das ist mir zu riskant Dass ich das mal sage, oder? Möchtest du dich aus der Umklammerung? Ich glaube, er hat jetzt ein bisschen Angst, weil er gesehen hat, dass man sterben kann Wie schnell man stirbt Möchtest du dich aus der Umklammerung befreien von dem Ding? Achso, ich bin immer noch da drin! Achso, ich dachte, das ist schon reingehauen Ähm, dann möchte ich gerne versuchen, also wegzukommen Das ist eine Close-Combat-Probe Hab ich wieder Stress auch? Ja Ich hab immer Stress, ne? Du hast inzwischen, glaube ich, vier Stress Ich hab vier Stress, ja So, Close-Combat haben wir zwei nur! Du guckst doch wirklich so vor uns voll an! Ja, du hast das gemacht! Ja, und du hast den Charakter ausgewählt Scheiße! Eigentlich bist du daran wirklich nicht gut, aber deine Panik verleiht dir übermenschliche Stärke Oder ein Panikwurf Einen weiteren Panikwurf Ach, das ist doch scheiße! Aber du hast da Erfolgen? Drei Sieben Erneut, dein Stresswert steigt nochmal um ein Der fällt, ich bin schon crazy Halb crazy Du trittst um dich und das Ding Und schlägst um dich wild, panisch, ohne um dich das irgendwie zu planen Oder sonst irgendetwas Knie, Ellenbogen, Stirn Du schlägst mit allem Mit der Waffe in deiner Hand, die du falsch rum hältst Und das Ding lässt dich tatsächlich los Und du stößt dann ein leises, ja fast schon so zirpendes Groschen Aus Und das Ding, das über Jonas Leiche hockt, hebt auch den Kopf und antwortet mit einem Ist das jetzt so ein, ey, hier liegt noch mehr zu essen, oder? Das ist schwer zu interpretieren, aber die beiden haben miteinander kommuniziert Die scheinen intelligent zu sein, oder zumindest in irgendeiner Form sich miteinander unterhalten zu können Und dann ist unsere Wissenschaftlerin dran, die steht am Feueralarm Es regnet immer noch auch in Strömen auf euch herab, was zum Glück die Säure verdünnt Die brodelnd von deiner Haut runter kocht Und es trieft auch die ganze Zeit in Schleiern von den Köpfen der Kreaturen herunter Das ist immer noch über mir Ja, du hast es tatsächlich dich freigestrampelt Ja, genau Die schütteln sich auch regelmäßig wie nasse Hunde und es spritzt in alle Richtungen nach vorne Sie drehen die Köpfe hin und her, so als könnten sie sich schlechter irgendwie orientieren Was tust du? Der Käpt'n liegt auf dem Rücken am Boden, hat aber zumindest dich freigestrampelt Fiona ist tot Aus den Überresten ihres Kopfes sickert eine Vermengung an Gehirn, Blut und anderen Körperflüssigkeiten heraus Stabil Und du hast Stimmen aus dem Nebenraum Panische Stimmen, aber zumindest andere Menschen Ich habe ja Knicklichter, oder? Leuchtstäbe, ja? Leuchtstäbe, okay, Leuchtstäbe sind entflammbar Aber es regnet Ja, irgendjemand hat den Alarm ausgelöst Ja, das war vielleicht nicht Leuchtstäbe oder eine Fackel? Also es sind so Glühstäbe chemisch, also schon deutlich stabiler als hier die Knicklichter Aber sie knicklichten Ja Schaffe ich es, ein... Die haben ja schon mitbekommen, das ist ja kein T-Rex, den kann ich nicht mit einem Knicklicht wohin locken und fangen mal Du hast keine Ahnung, wie sie sich orientieren, du siehst keine Augen Ach du Scheiße Lässt du den Käpt'n da liegen oder versuchst du ihm zu helfen? Rennen Rennen Bitte, ich bitte dich renn Nimm Bob mit meinen Wegen, aber lass den Rest drücken Also du könntest dich zum Käpt'n bewegen und dann mit deiner Stärke versuchen, ihn da weg zu zerren Ach Jesus Stärker als fast alle hier Gar nicht, ich bin stärker Du könntest einfach gehen Gutscheiß Aber du musst jetzt eine Entscheidung treffen Ach du Scheiße Wir haben eh schon verkackt, Pilotin tot, Commander dann fast tot Finden wir wieder, wir finden alles wieder Aber eine Wissenschaftlerin nochmal wieder zu finden Ähm, was zu werfen, wie viel kostet mich das denn? Ist das eine kurze oder langsame? Ich kann danach nicht mehr gehen Doch, du kannst danach noch gehen Okay, dann würde ich tatsächlich Einen der Blumentöpfe, der um mich herum ist Warte mal, ich bin weitergelaufen Ist neben mir noch immer was, was ich werfen kann? Ja, es steht alles voll mit Blumentöpfen, Gerätschaften Okay, ich würde einen Blumentopf nehmen und ich würde versuchen, auf das Viech, das beim Käpt'n war, einen Blumentopf zu werfen Ja Wiff Mit Ranged Combat Boah Nicht deine Stärke Rüsten mich Neben dir zerschellt mit einem Klirn Ein Topf aus irgendeinem keramischen Material Und Bob, der gerade wieder in deine Richtung gewieselt war, hält inne, erschrocken Der sieht inzwischen ohnehin nur noch halb so groß aus, weil sein flauschiges Fell vollkommen nass geworden ist Eine kleine weiße Nudel, die panisch hin und her guckt, sein Köpfchen pendelt so zwischen den Kreaturen und hier hin und her Und dann fasst er sich ein Herz und rutscht vorwärts Mit einem lauten Er springt er in deine Richtung Das eine Viech aber tatsächlich schüttelt den Kopf und orientiert sich dann in Richtung Zero So Und was tut es? Oh, ich muss wieder zurück zu den Angriffen schlagen Oh Gott Kannst du noch einen Moment über deine Entscheidung nachdenken? Ich weiß nicht, warum wir alle eure Helden ausspielen müssen Ich spiel keinen Helden aus, ich hab danach geworfen Ich hab noch keinen Helden auspielen Ich bin einfach nur dumm Und ich musste halt der Linie treu bleiben Oh, bist du danach eigentlich noch gelaufen? Ich möchte gerne danach den Raum verlassen Dann rennst du Richtung Tür Du stehst im Türrahmen, als das Ding dich versucht anzuspringen Ich hab zwei Erfolge tatsächlich Du trägst keine Rüstung Es packt dich und zerrt dich rückwärts mit einem Hieb Ihr rollt mehrfach, überschlagt euch über den Boden Und es reißt dich herum und du nimmst tatsächlich zwei Punkte Schaden Wo sie sie jetzt hin rollt? Wieder zurück in die Kammer, ein paar Schritte zurück Sehr gut, sehr gut Also nicht gut, aber besser Alle, du musst, als du das siehst, einen weiteren Panikwurf durchführen Natürlich Du musst einfach ein Zelt gehen in den Runden Das ist auch nicht so gut Fünf und du hast inzwischen fünf Stress Eine Zehn Da passt mir sicher was Schönes Zehn klingt nicht gut Du erstarrst Deine nächste langsame Aktion kannst du nicht durchführen Boah! Und du kriegst einen weiteren Stress Ich hab ja verkackt, ich kann ja gar nicht mehr ein Haus ausführen Das kumuliert sich, ja? Ja Und dann pendelt der Kopf von dem Ding über Zero hin und her Und es hebt eine von den Krallen und tippt damit in dein Gesicht Du spürst die spitzen Klauen, die einmal in deine Haut leicht eindringen Und dann stößt es dann aus, zieht sich zurück und springt von dem weg in die Dunkelheit und in den Regen und verschwindet Du Lacker In der nächsten Runde ist vor allen Dingen entscheidend, was macht der Käpt'n Wurde meine Haut beschädigt? Ja Deine Haut wurde beschädigt, du hast einen tiefen Riss am Arm Okay Siehste, siehste im Nebenraum Aber es ist vor allen Dingen jetzt, ob wir aus der Initiative rausgehen oder in ihr bleiben Hängt davon ab, was mit dir jetzt passiert Das eine Ding hat von Zero abgelassen und ist geflohen Aber das andere haut noch vor dir und schaut zwischen dir und Bob, der es angreicht hin und her Oh nein, nicht Bob Also nicht du Ja Wie ich sagen wollte Also ich habe jetzt die Option, mit einer schnellen Aktion noch was zu machen Du kannst wegrennen, ja Beziehungsweise dich davon krabbeln mehr oder weniger Was kann ich noch mit einer schnellen Aktion machen? Eine Waffe bereit machen Aber nicht kämpfen Solche Dinge Nein, nicht kämpfen Rein hypothetisch Kann ich Bob so dressiert, dass er mit Kämpfen kann? Würfel mal auf Command Es ist ein Nagetier Es ist ein Nagetier Nein, es ist ein Marder Es ist ein großes Nagetier Sind das jetzt acht dann? Das sind acht, ne? Ja Acht plus deine sechs Stresswürfel Ja Die habe ich natürlich vergessen Dafür habe ich mich in Gefahr gebracht, ne? Für einen Duden mit sechs Stress Jaa Stimmt Du hast ja deinen Kopf verloren und dein Gesicht Ja, danke Das ist nochmal Salz So, gut mischen, ne? Nancy, weiß das noch gar nicht So, da ist einiges passiert Jaa Vor allen Dingen musst du einen Panikwurf abnehmen Aber Erfolg, Erfolg, Erfolg Bringt nichts, oder was? Ja, du machst jetzt auf jeden Fall erstmal einen Panikwurf Und dann zwei Ich kann doch gar nicht mehr Also ich brauche das ja gar nicht machen Weil ich habe ja schon sechs Stress Ich habe ja immer Also, ja Es geht nur schlimmer als sechs, oder? Ja, ja, ja Achso, ja gut Dann Ja Ja Deutlich Bin ich jetzt bei acht Bei acht Deine Gliedmaßen fangen unkontrollierbar an zu zittern Es fängt mit den Fingern an Dann ziehst du dich die Schultern hoch Bis tatsächlich dein ganzer Körper am Beben ist Und du es nicht kontrollieren kannst Als wäre dir irrsinnig kalt Okay Und Und Dann Tatsächlich kannst du während du auch Du hast Schwierigkeiten zu atmen Du presst dir die Rippen zusammen Aber du kannst dich da wegrollen und kriechen Beziehungsweise du wolltest Bob einen Befehl geben Ja, also Ich will ihn abrichten Basically Du hast ihn schon abgerichtet Das ist die Frage jetzt in der Situation Wie gut er auf dich hört Was wolltest du ihm dann irgendwie zu verstehen geben Und Bob schnellt vorwärts Wie eine fällige Feder Die man abgeschossen hat Und verbeißt sich mit seinen kleinen nadelspitzen Zähnen Nein In einen von den Füßen Und dann schreit er auf Weil es zu hart ist Nein Weil er in Säure gebissen hat Ahhhh Du Möller Ich weiß nicht Ich hab Aber du kannst tatsächlich ein Stückchen von dem Ding wegkriechen Das sich jetzt auch schüttelt Bob fliegt an dir vorbei und rutscht über den Boden Ja, ich würde dann auch gehen Also ein bisschen weg zumindest Was macht Zero? Ja, das war jetzt nicht mein Plan Wir können jetzt kurz mal aus der Initiative rausgehen Weil die anderen beiden eben im anderen Raum sind Du siehst Bob, der sich am Boden windet Und er auch mehr oder weniger Der Boden ist glitschig Da vermischt sich alles mögliche Körperflüssigkeiten, Säure und das Wasser, das immer noch prasselnd herabraut Da ist immer noch ein Vieh, ne? Ja, aber das ist jetzt zurückgewichen und hat Bob abgeschüttelt Habe ich irgendwie eine Stange oder irgendwas Spitzes, was ich rammen könnte? In den Kempten Also würde ich, ich bin ja, ich bin scheiße in Schießen, also in Werfen Aber ich hab ja Close Convert Würde ich es schaffen, irgendwas zu nehmen Du bist ausgesprochen stark Und ich möchte das reinrammen, damit ich das Vieh aufspieße Ja, du nimmst eine Art Klappleiter, die neben dir steht, damit die Leute an den oberen Ebenen von dem Horticulturgebäude herangekommen Beziehungsweise von dieser Kuppel Schlägst die gegen die Wand und reißt eine von den Seitenstreben ab Weltklasse und dann bitte töte mich nicht Und dann versuche ich dieses Vieh aufzuspießen Gut Ein Wurf auf Close Convert Oh mein Gott Ach, hier dürfen die mich schon nie haben Äh, sieben Wir dürfen vor allem Bob nicht verlieren Bob ist verloren Nein Sag das nicht Nein, das sind zwei Zähne abgebrochen Also da liegt noch eine Waffe Ja, die hat er an sich genommen Nachdem er die erste leer geschossen hat Ich hab nur eine getroffen Ja, du triffst das Ding aber doch tatsächlich Oh Mal gucken, ob du ihm Schaden machst Weil das ist ziemlich gut gefallen Ich will ihm gar nicht Schaden machen, ich will ihn nur festhalten Ja, du stemmst es tatsächlich Ein Schritt, zwei Schritt mit seiner immensen Stärke Von dem Käpt'n weg Während es sich an dieser Stange windet Und versucht mit dem Krall nach dir zu schlagen Und dann wie so eine Peitsche Dieser Schweif einmal links, einmal rechts über dich hinweg zischt Dann streckt es den Kopf in deine Richtung Öffnet das Maul und du siehst darin das zweite Maul sich kurz öffnen Dann schüttelt es den Kopf, löst sich von dir und springt ebenfalls in die Dunkelheit Oh mein Gott Schade Die Wissenschaftlerin hat dich gerettet, hast du den Eindruck Bob kommt auf dich zugekrochen Ziemlich langsam und gibt leise quietschende Laute von sich Du siehst, dass seine Nase rot angelaufen ist Und von seinen Schnurhaaren quasi keine mehr übrig sind Ich würde ihn noch einmal zu mich nehmen und versuchen zu versorgen oder so Zumindest zu streicheln Ja, du kannst ihn an dich pressen, der zittert auch Es ist auch recht kalt mit dem Regen, der ständig auf euch runterprasselt Was machst du? Also ich habe ja jetzt Ist das jetzt vorbei? Also gerade wird nicht mehr gekämpft Wir können erstmal die Initiative rausgeben Habe ich auf dem Speer Zeugs kleben? Ja Was ist denn auf dem Speer? Ich möchte das einmal analysieren, was ich auf dem Speer drauf habe Im prasselnden Regen? In halber Dunkelheit? Ja Gut, ein Wolf of Observation Aber mit zwei Würfeln weniger Das sind, dann nehmen wir noch neun Poser I'm sorry Ich bin halt besser als dir Und ich habe verkackt Du hast keine Ahnung Die Spitze löst sich auf und zerfließt regelrecht So so Schleimbatzen im Regen Dann würde ich den Speer einfach liegen lassen Ja Und würde zum Käpt'n gehen Ich glaube wir sollten den Raum jetzt verlassen, Käpt'n Warum? Na Gott Bob, Bob Nur eisenquietschende Laute von sich Nur ganz kurz Angenommen, ich würde ihm eine reinhauen Wie hoch ist das Risiko, dass ich ihn ernsthaft damit verlempfe? Nicht so hoch Aber du bist schon stark Du bist schon echt stark oder er hat nicht viel Lebenspunkte Ich habe eine Idee für die ganze Truppe Erstmal schade Fiona Hat nicht geklappt Das war beim ersten Mal Ähm Für Bob möchte ich ein bisschen jetzt Warmes Plätzchen suchen Deswegen lass mal so neunzig rausgehen Die hat da glaube ich Leute gefunden Zero Machst du da Zero? Zero Ja Finde ich gut Du jetzt Ähm Ich würde tatsächlich äh Folgen und mit dem Käpt'n raus zu den anderen Leuten gehen Vollkommen durchnässt Mit Bob, der sich zitternd an den Käpt'n drückt Kommt er Kommen die beiden aus dem Hultikulturgebäude Und einer von den anderen Leuten, die sich da verschanzt haben Schlägt direkt auf den Verschlussmechanismus Und dann fangen sie an, Tische dagegen zu schieben Okay Wo ist, wo ist äh Die Pilotin? Kaputt Fiona hat es leider nicht geschafft Da ist ein Stachel gekommen Und hat den richtigen Kopf gestorben Gibt es irgendwelche Ähm, irgendein medizinisches Fachpersonal Ja, hier Ja, wir haben einen Patienten Ja, 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 sofort Ja, ja, ja Der Kleine Der hat ein bisschen Säure abbekommen Von Fisch Was drin war Bei den Pflanzen Kannst mal gucken Ja, natürlich Du bekommst ein klatschnasses Frärtchen gereiht Es riecht intensiv nach Moschus und Honig Man blinzelt dich mit kleinen schwarzen Augen an Es gibt ein zirchendes Geräusch von sich Ich schaue mich im ganzen Raum um Und welche Ein- und Ausgänge entdecke ich da denn so? Es gibt noch einen Ausgang Über dem Security steht Und einen Fahrstuhl Security klingt gut Fahrstuhl klingt richtig scheiße Was sehe ich noch in dem Raum? Also Tische Das ist so ja Und ein Band auf dem offensichtlich Also es steht Aber du siehst da mehrere Teller Da wird offensichtlich das Essen in den Raum rein befördert Von irgendwo einer Küche und wieder raus Wenn man dann das Geschirr drauf abstellt Okay Steht wie gesagt aktuell Eine ganze Reihe Tische Ein Automat, wo man sich Getränke ziehen kann Ein paar traurige Plastikpflanzen Dort gibt es sowas, oder? In dem Raum Ja Das heißt eigentlich müsste jetzt auffallen Also du bist auch tropfennass Aber die Leute können mal wenn sie wollen auf Observation würfeln Wegen was? Alles gut Ich habe nur nach gefolgt Oblicht Ja dann will ich auf Observation Dann würfel wir auf Observation Wenn da hier schon so Mit deinem Stress Ja Kann man das auch noch strechen? Oh Alle Würfe bekommen Stress Du bist immer gestresst Du musst tatsächlich mal einen Moment Pause einlegen Und dich mit überhaupt beschäftigen Ne ich würde jetzt auf Observation würfeln Mach das doch Weswegen jetzt genau Warum Observation? Ähm Er könnte vielleicht etwas bemerken Achso 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 Sechs Stress Ne Wir sind dann die Viertel von denen Ich glaube, wer ist das nicht wirklich machen, oder? Natürlich Scheiße Scheiße Oh Scheiße Er mag das Risiko So Scheiße Panik hoch? Natürlich Gerne Ne So Da haben wir mittlerweile Zehn S.N2 Du erstarrst wieder Und vor allen Dingen Also ihr seht auch Wie der Käpt'n Nachdem er das Frettchen übergeben hat Oh Gott Plötzlich Stillsteht Und auf ihren linken Oberarm starrt Nur so ein leichtes Zucken des Kopfes Ihre Haut ist aufgerissen, aber sie blutet nicht Stattdessen sickert da Ein Faden milchweißiger Flüssigkeit heraus Das ist doch Zeit Kein Mensch Sie ist ein Android Hab ich doch gesagt Du Du Sehen wir das auch? Sehen wir das alle? Ja, alle eure Stresslevensteine Gemeins Also ihr werdet dann durch sein Verhalten darauf aufmerksam Du zitterst auch immer noch deine Hände sind Ich bin ein Android C1Z7 und ich bin dafür ausgebildet mit Menschen in den All zu fliegen und mich dem menschlichen Verhalten anzupassen um weniger Stress auszuüben Mit null Empathie großartig Du stresst mich mit deinem Meine Aufgabe ist es die wissenschaftlichen Arbeiten auf unserem gemeinsamen Schiff zu erfüllen und auf unsere Proben acht zu geben Es ist nicht meine Aufgabe und es tut mir sehr leid, falls ich jemandem von euch Stress oder Angst oder Panik zugeführt habe Von mir geht keine Gefahr aus Für uns Für die Proben und die Mission Für uns Wenn ihr die Proben und die Mission nicht gefährdet, gibt es kein Problem Was ist deine Mission jetzt in den nächsten Stunden? Meine Mission ist es, wenn möglich, die Mitarbeitenden der Weyland-Yutani zu evakuieren, falls möglich und auf jeden Fall die Proben zu sichern, die wir auf unserem Schiff haben Ich kann da vielleicht bei helfen Ich kenne mich hier etwas aus und ich Also Ich halte medizinisches Fachpersonal tatsächlich für essentiell, solange ich mit Menschen reise Wir brauchen eine neue Pilotin oder einen neuen Pilot Haben wir einen neuen Pilotin? Pilotin? Ist hier irgendwer Pilot unter euch? Einer zeigt auf Ich habe vor Jahren mal einen Schein gemacht Wie ist dein Name? Johns Du kommst mit Johns Ich bin der Captain Du warst useless die letzten Stunden Trotzdem Captain Habe ich Sternchen auf Brust oder habe ich Sternchen auf Brust? Okay Captain, wo ist der Ausgang? John Johnson Du kommst mit uns Das war meine Idee Wollen Sie das sagen? Wir brauchen einen Captain Ne, ich bin ein Captain Wir brauchen einen Wir sind der Captain, Sir Ist das in Ordnung? Hey Stressiger Tag Ein bisschen auf einmal Krabbeviecher Dann Bestrachen Fiona Dann Bob Ich glaube nicht, dass das ein Drache ist Mit dem wir uns auseinandergesetzt haben Ich gehe von einer außerirdischen Spezies aus Die bis jetzt keinen menschlichen Kontakt hatte Aber äußerst aggressiv ist Wir müssen davon ausgehen, dass wir ihnen kräftemäßig unterlegen sind Und wir sollten fliehen Ja, ich äh Das stimmt Also es gibt da verschiedene Größen Wir hatten das Das hat eine andere Crew hierher gebracht Und äh Wir waren Wir wissen noch nicht viel darüber Was? Aber wir wissen, dass es sehr sehr gefährlich ist Und zwar alles davon Wir reden später darüber, warum wir hier sind Obwohl ihr wisst, dass ihr so ein Vieh auf eurem Schiff habt Aber Sio, wir haben die gleiche Mission Du willst Proben verteidigen Wir wollen hier raus Von daher lass uns weitergehen Du bist brutal, ey Ich kümmere mich um das Frettchen Ja, mach meinen Wurf auf Ich hab ja da so ein Genau Auf Medical Aid Medikit hab ich ja Mhm, das gibt ja auch zwei Bonuspunkte Dann noch zwei weitere Würfe Für mein Verständnis ist mir jetzt ja Alles von Valid Enterprise super wichtig Das bedeutet Eigentlich müsste sich ja meine Mission Jetzt auch dahingehend verändern Dass ich diese Station abrügeln möchte Weil das ja der Firma schadet, wenn das entkommt, oder? Also es würde der Firma sicherlich schaden, wenn es entkommt Deine Logikprozessoren sagen dir aber Dass eine solche Kreatur auch einen immensen Nutzen haben würde Und sehr wertvoll ist Also möglichst nicht vernichten, sondern sichern Nicht vernichten, sondern sichern Auf jeden Fall musst du irgendjemandem mitteilen, was hier los ist Du behandelst das Frettchen nach bestem Wissen und Gewissen Und schmierst dann tatsächlich vorsichtig eine Salbe Die auf jeden Fall den Schmerz und die Reizungen an der Nase und am Zahnfleisch lindern sollte Und es gibt tatsächlich ein freundliches Zirpe von sich Packt deinen Finger mit beiden Pfoten und nibbelt an deinem Fingernagel Leise Lass das mal geschehen Ich lass das geschehen Okay, ich brauch Anweisungen Wo geht's lang? Gibt's irgendein Terminal? Ja, es gibt eins mit dem man eigentlich das Essen hier bestellen kann Kann ich mich da reinhacken? Kannst du gerne versuchen mit Comtech Äh, sind wieder elf Kannst du auch gerne einfach die Gelben dazu würfeln Und dann ignorieren wir halt die Einseilergebnisse Achso, ich hab da eh eins für nicht Ich werde mal Vier, sechs, acht, neun, zehn, elf, jawoll Und das ist die Erklärung, warum sie so krasse Attribute hat Und warum sie niemals einen Wurf pusht und weil sie keinen Stress aufnimmt Weil sie einfach kein Mensch ist Das sind zwei Erfolge Drei sogar? Mhm Ah, okay Ja, irgendwie damit hab ich irgendwie übersehen Gut, nein Kein Problem, das sind immer so viele Erfolge Das sind einfach so viele Würfe Ich bin einfach so gut Ja Du arbeitest dich da durch die verschiedenen Submenüs Und schaffst es dann tatsächlich kurzes davon zu überzeugen Dass es dir Zugang zu der stationsweiten Netzwerke gibt Und was möchtest du machen damit? Äh, ich möchte einen Plan aufrufen Du findest den Plan Die Messe liegt relativ zentral Ihr seid gerade durch die Hortikultur gekommen Und du siehst, dass da der Gang, durch den ihr ursprünglich gegangen seid, beschädigt worden ist Durch eine heftige Dekompression Eine Dekompression bedeutet, dass es für Menschen nicht mehr lebensfähig ist Es ist explodiert und jetzt offen zum harten Vakuum des Alts Okay, das nicht gut Okay Und was du findest dann, dass es im Grunde, wenn man nach Himmelsrichtung gehen würde Oder vielleicht in die Richtung, in die du schaust sozusagen Nach Norden, beziehungsweise 12 Uhr Es einen Bereich gibt, der mit Hochsicherheit versehen ist Und mit der Markierung Studium xenobiologischer Objekte Boah, das will ich nicht Dann der Security-Punkt Der auf 6 Uhr von euch liegt Und wenn ihr da nicht durchgeht, gibt es noch einen anderen Umweg Der aber markiert ist mit einem Symbol für Strahlung Und das Schiff, das angedockt ist, ist mit einem sehr großen Strahlungswarnsymbol versehen Ja, scheiße Dann würde ich gerne auch noch mal gucken, wie viele Menschen noch leben Naja, die beiden Und die 6, die in diesem Raum gefunden haben Das ist alles, was insgesamt für 120 Uhr ist Achso, nein! Ah, du willst die Tracker anschauen Oh mein Gott Aktuell sind es 48 Das klingt doch besser als 6 Ja Entschuldigung, ich habe die Frage falsch verstanden Alles gut, alles gut Okay, kann ich von hier aus auch auf Kameras zugreifen? Das wäre ein weiterer Comptech-Wurf Ich probiere das Okay Eins, zwei Dann bitte, bitte Nimm doch einfach alle Würfel Ey, ich habe gefehlt Ja Oh mein Gott Mit allen Würfeln Nein, du kannst keine Kameras aufrufen Scheiße Dafür ist dieses Terminal wirklich nicht gedacht Es will dich dann fragen, ob du die Udo-Nudeln haben willst oder den gebratenen Reis Boah, ich hätte gerne eine Jack hier Oh Mann Okay Ich rühre mich zu den anderen hin Ich habe einen Plan gefunden und würde quasi einmal den Leuten zeigen, dass sie den Plan anschauen können damit ich es nicht erklären muss und sich jeder selber ein Bild machen kann Das heißt, ihr habt die ganzen Informationen, die mir gerade gesagt wurde, zum Plan Aber ist das jetzt auch, dass dieses also der Gang zu unserem Schiff jetzt auch wechseliert ist? Nein, der Gang zu eurem Schiff Also, ihr habt zwei Möglichkeiten Ihr könnt entweder versuchen durch den Security-Checkpoint zu kommen oder oder den Fahrstuhl nehmen und einen Gang nehmen, der aber mit einem Strahlungsymbol versehen ist Oder das Xenolabor Oder das Xenolabor, ja Das fängt nach keiner guten Wahl und auch der Fahrstuhl könnte stecken bleiben und es bleibt eigentlich nur die Wahl der Security Fahrstuhl Also, ihr habt jetzt den Plan gesehen und ich würde sagen Security ein bisschen zu viel Sicherheit Xenolabor Keine Ahnung was das ist Ich kann dabei sicherlich helfen, da durchzukommen Wo? Bei Xeno? Nein, bei dem Sicherheit Also, wir, also das Ich habe, also Der Aufzug ist bestimmt inzwischen kaputt Cool Ich würde gerne den Aufzug einmal abchecken Vielleicht ist er nicht kaputt Du gehst zu dem Aufzug und du aktivierst den und die Lichter zeigen dir an, dass der sich nach oben bewegt Oh Du hast gelogen? Nein, aber ich weiß ja nicht, ob der stecken bleibt Wir wissen nicht, wo wir hinfahren Im Brandfall nicht benutzen Wo brennt's? Die anderen fünf Leute schauen hin und her zwischen euch Können wir bitte abstimmen? Ich habe Bobs Stimme noch mit dabei Das ist vollkommen okay Bob streckt sich auch in deine Richtung Na komm her Komm her Ja Er wirft sich dir regelrecht entgegen und drückt mit dem Köpfchen unter deinem Kinn und schnust sich an deinen Nacken an und du kannst einen Stress abstreichen Geil! Awww Weil Bob mit dir knutscht Okay, ich plädiere für Security Room wenn wir schon jemanden haben, der uns dabei auch helfen kann und unser Roby ist mit Sicherheit auch nicht für den Aufzug weil es einfach sinnlos ist und der schnellste Weg wahrscheinlich Security wäre Von daher, wer ist für Security? Ich bin ein Android Ein Roby Ein Android Es gibt signifikante Unterschiede zwischen Androiden und Roboter Sind die gerade relevant für deine Mission? Nein, aber ich bin darauf bedacht, dass Sachen korrekt ausgesprochen werden Würdest du dann jetzt nicht Zeit verschwenden, wenn du versuchst mir die zu erklären? Natürlich Möchtest du für Security stimmen oder für den Aufzug? Ich schließe mich der Mehrheit der Personen hier an Aber warum denn? Weil ich darauf programmiert bin, zu verstehen, dass Menschen Angst empfinden Das verstehe ich nicht Ich schließe mich der Mehrheit der Personen an, um nicht mehr Differenzen in eine Gruppe, die von Angst erfüllt ist, zu bringen Wir haben schon Differenzen Deswegen schließe ich mich der Mehrheit an Die Mehrheit ist für Security, bist du jetzt für Security? Dann würde ich mich für Security anschließen Aber wieso ist der Mehrheit für Security? Wir haben Bock und wir haben mich für Aufzug, obwohl du bist allein Du bist nicht in der Crew, oder? Natürlich, den wir gerade in unserer Crew aufgenommen Der Polotipp, den haben wir nicht in der Crew John, wie bist du für Aufzug? Ich bin für Aufzug Aber warum denn? Kann bitte unsere Medik noch sagen Für was sie ist? Ich würde durch Security gehen 3 zu 2 Sorry Wir haben gewonnen Bob zählt nicht Bob ist ein fucking Tier Bob zählt Der ist Teil der Crew Der hat eine Kapseln im Flugzeug drin Der hat auch gebissen und sich den Zähnungszutaten Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich auf das Bedienfeld von dem Lift schlage, dass der defekt ist? Recht hoch Ich würde es probieren Dann mach mal einen Nahkampfangriff Welches ist er hochiert? Sieben insgesamt Also die Androide macht relativ ruhig einen Schritt nach vorne, hebt die Faust Einverkackt Super Ja Und schlägt auf den Knopf Es gibt einen Knacken Die Plastikhülle über dem Knopf zerspringt ein bisschen Aber dann hört ihr das Ding Das den Fahrstuhl ankündigt Und die Türen öffnen sich langsam Ich habe versucht Differenzen aus dem Weg zu schaffen, ich bin leider gescheitert Und du hast ja gesagt, du gehst bei Mehrheit rein Zero, siehst du Bob als Mehrheit an, damit wir das endlich geklärt bekommen Also ich muss dazu sagen, ich glaube, Bob hat ja auch gerade eine Creme bekommen Und vielleicht ist er gerade nicht ganz ansprechbar Mental gar nicht in der Lage Bob hat mehr Gegner verprügelt als du getan hast Ich liebe das Argument, das Frettchen könnte heil sein von den Schmerzmitteln Einfach Ja, da gibt es auch heil Ich sehe tatsächlich eine Problematik darin, ein Lebewesen mit einem so niedrigen IQ zum Wählen zu bereftigen Aber ich darf auch wählen Das ist ein Argument Oder? Darfst du wählen? Na klar Zehru, deine Stimme zählt Es steht gerade 2-2 Es gibt keine Mehrheit, wofür entscheidest du dich? Hast du mich in Androiden eine Entscheidung treffen lassen? Ich bin ja der Captain Der Training ist meine Stimme vielleicht ein bisschen besser Tatsächlich ist die Wichtigkeit in meiner Perspektive darin, dass die Mission erfolgreich erfüllt wird Und ich errechne eine höhere Wahrscheinlichkeit durch Security zu gehen als durch den Lift Oh Gott, ich darf Daher würde ich für Security stimmen, um die Sicherheit der Gruppe zu gefährden Let's go Ich gehe straight up auf die Security Tür zu Ich würde safe beim Aufzug bleiben Und ich würde auch John mitreißen Den potenziellen Pilot Die haben wir von ihm mitgezogen und gesagt Nein Teilen wir uns jetzt auf? Ja, tun wir ein bisschen gucken Wär besser vorankommen, weißt? Ich gehe mich um und rufe den Hinterbliebenen nochmal zurück Gibt's hier noch einen zweiten Piloten? Alle schauen dich an und schütteln die Köpfe Ich bin Ingenieur Ich bin Koch Nur für mein Verständnis Haben wir auch beinhart einfach entschieden Dass wir nur die zwei Leute rekrutieren Ja, komplett richtig Die nützlich sind Und die anderen Überlebenden einfach in der Speise zurück Ich bin... Ich... Wir können einfach versuchen Menschen zu evakuieren Ja, aber wozu denn? Du bist der Android Ich bin der Android Deswegen spreche ich das gerade out of person an Aber ihr lässt gerade alle Leute zurück Ach, du bist aufgerissen? Ja, nö, also Also den Ingenieur würde ich noch mitnehmen Sind das nicht deine Freunde? Hast du nicht mit denen gearbeitet? Das sind einfach nur Leute, mit denen du die gleiche Schicht hast Und gerade beim Essen warst Das war gar nicht los Wir sind alle in Todeseichs Wir wollen alle nur überleben Ich kann das vollkommen nachvollziehen Aber den Ingenieur würde ich tatsächlich gerne mitnehmen Ja Den Koch willst du dann suchen? Wieso brauche ich denn einen Koch? Die klauen mir nur Sauerstoff dann im Raumschiff Gut, der Ingenieur steht auf Und klopft sich irgendwie so ein bisschen Staub von seinem Overall Oh, okay, okay Ihr habt also ein Schiff Die anderen mummeln untereinander Ich hab ein Schiff Da ist nur ein Nancy Also technisch gesehen gehört Veyland Enterprise das Schiff Und du bist lediglich ein Pächter davon Ah Mehr als Nancy Ist das richtig? Finde ich gut Das passt sehr zu dem Setting Dass dir das Schiff gar nicht gehört Sondern du es nur prachtest Gibt es denn unter den anderen Überlebenden Eigentlich noch irgendwie sowas wie eine Patrouille Oder einen Soldaten Jemand mit einer Waffe? Nein Also nicht in dem Raum, ne? Generell wissen wir das nicht, oder? Generell weißt du das nicht? Ja Aber unter denen, die jetzt angehen werden Warte ich eigentlich Okay Vielleicht hat der Koch einen Ball Koch einen Ball Hat der Koch einen Ball? Das Ding ist, du bist eigentlich mein Buddy Und du benimmst dich gar nicht so Es tut mir leid, du bist nicht mein Buddy Mein Buddy ist gestorben Das macht mich so traurig alles Ich eigentlich war ich am Anfang die ganze Zeit immer auf deiner Seite Und du bist aber die erste Person, die mir richtig auf die Nerven geht Ja, aber du musst doch bei mir bleiben Ja, aber du musst bei mir bleiben Nee, aber du bist ja nicht mein Buddy Ich bin dein Buddy Aber ich bin der Käpt'n Aber du hältst dich so Ende Security Tür erwacht ein Panel zum Leben Und ihr seht das Gesicht von der Frau, die euch abgefangen hat Direkt als ihr Angebot dockt habt, die Clayton, Elizabeth Clayton Oh, die lebt noch Halten sie Abstand von dem Security Checkpoint Ah, komm ich nach Ruhe, aufzug nicht Wieso sollen wir Abstand halten? Weil wir keine Informationen darüber haben, ob sie nicht vielleicht infiziert sind Wir sind nicht infiziert, wir haben unser Blut gecheckt Tatsächlich können manche Leute sich nicht daran erinnern, ob sie infiziert wurden auf dem Weg hierher oder nicht Also, haben wir Ausrüstung, um das nachzuschauen? Dazu vermissten sie auf die medizinische Station Ich hab ne Frage Also, alles zurück Halten sie Abstand von dem Security Checkpoint und bewahren sie die Ruhe Okay, Zero, du solltest doch ein höchstes Interesse haben, wieder zurück auf unser Schiff zu kommen Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich durch den Security Checkpoint durchkomme Als Android? Natürlich Als verletzter Android? Kontaminiert mit Säure Wie soll denn eine Maschine von Säure kontaminiert sein? Denn sie ist auf dich runtergetropft Ist das ein Problem? Ich würd gern ne richtige Frage zum Verständnis stellen Wie, also, sind wir grade szenarisch nicht mehr da beim EI-Aufzug und Security-Tür? Wenn ihr, ihr können, wenn ihr, also du könntest entscheiden, hast du einfach John genommen, da reingeschoben und bist runtergefahren Oder hast du noch einen Moment gewartet und dann hörst du das Gespräch mit dir? Genau, ich hätte noch kurz gewartet Dann hörst du das Gespräch mit dir Ja, und wie weit sind wir davon entfernt? Das sind nur so 10 Meter Und die Dame, die Frau Clayton Du weißt nicht, wo genau sie ist? Das ist nur ein Bildschirm, der in der Tür ist Ach so, ich dachte, sie steht da physisch Ach so, ich dachte, sie steht da physisch Sonst hätt ich sie jetzt abgeknallt Das hätt ich mal gut gefunden Na, dann hör ich mal erstmal mal hinzu Okay Ähm, ja Ja, die gesamte Station ist im Lockdown Ohne eine höhere Genehmigung kommen sie sowieso nirgendwo hin Bitte bleiben sie einfach in diesem Bereich Die Tür zum Horticulturzentrum bebt leise Irgendwas klopft oder drückt dagegen Nicht so Bum, 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 sondern so Da, wo wir grad herkamen, oder was? Ja, aus dem Gartenbereich Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade sage Aber ich glaube, dass es tatsächlich eine Option sein könnte, in diesen Lift zu steigen Und was hast du da für eine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, für was auch immer? Bei dieser Tür hinten klopft es gerade Und der Security-Checkboard hat definitiv Waffen Und da scheinen sich Menschen... Machen Sie sich keine Illusionen Sie werden auch die anderen Shots ohne eine höhere Genehmigung nicht öffnen können Und ich sehe nicht, dass sie in irgendeiner Form einen Chip hätten Oder eine Sicherheitskarte In dem Sinne, bewahren Sie doch einfach Ruhe und bleiben Sie dort, wo es... Das Bild grisselt Du als C ist blitzschnell einfach aus dem Bild verschwunden Und dann... Ah! Ah! Nein, trommeln Und dann ist es still Layton out Captain, Captain Okay Ihr wolltet über das... Ja, durch den Aufzug Nee Jetzt ist sie weg! Security Tür Nee Was? Ja, ich gehe durch Aber Aufzug ist meiner Ich glaube, ich hole dich um Aus die Maus Ich gehe jetzt mit Johnson Okay, habe ich das jetzt verstanden? Du willst uns jetzt nicht mal mit dem Lift mitfahren lassen? Ja, nach der Stressaktion Das ist mehr Also Stress, ich komme auch mein Stresslevel an Kriege ich die Security Tür auf? Du kannst mal auf Half-A-Machine-Wey würfeln Ob du sie aufgestemmt bekommst Das ist die erste Option Die zweite ist, ich klopp ihn einfach um und schlag ihn für 5 Minuten bewusstlos Aber gerne erst Security Tür Da, wo jetzt gerade die Frau weggezogen wurde Ja Ach du Scheiße Wie? Du weißt ja nicht, wo die steht Die kann ja überall sein Die ist nur ein Bildschirm Die ist nur ein Bildschirm Die ist nur ein Bildschirm Das heißt dann, dass die irgendwo an der Kamera steht Aber der Aufzug ist, finde ich immer noch eine schlechtere Option Sechs, sieben Ich habe eine voll Sechs Du schaffst es irgendwie, deine Finger da in einen Rand reinzustemmen Dagegen zu drücken Es gibt auch einen Knacken, als deine Servomotoren überspannend werden Aber dann bewegt sich die Tür zur Seite Und du siehst dahinter einen tatsächlich freundlich hell erleuchteten Raum Mehrere Spindel Und den ausgestreckten Arm von Clayton, der langsam Ach so war sie schon da drin? Ja 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 Gezogen wird und du hörst Geräusche Kann ich versuchen mit Wahrnehmung, also mit Observation herauszufinden, wie viele Kreaturen da Potenzial drin sind? Ja Das würde ich gerne einmal probieren wollen, bevor ich überlege, wie ich die Tür wieder zufallen lasse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ja genau Ich habe es nicht Ich sehe einen Erfolg Doch einer Du hörst nur die Geräusche einer Kreatur und was du auch hörst ist ein Pssst Das heißt ich kann davon ausgehen, dass sie verletzt ist? Ja Okay Die Androidin stellt die Tür auf und scheint dann zu horchen Was wärst du? Was siehst du? Was fühlst du? Clayton ist tot, ich gehe davon aus, dass sich hier mindestens ein nichtmenschliches Wesen drin befindet Es scheint verletzt zu sein Okay Ich kann nicht hundertprozentig gewährleisten, dass das die einzige Gefahr in diesem Raum ist Gehen wir davon aus, dass wir irgendwann gegen die Dinger kämpfen müssen? Oder suchen wir wirklich noch einen Weg, wo wir auf keins der Viecher treffen und nehmen wirklich den Aufzug? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf keins dieser Viecher treffen? Ich kann sehr schwer bis jetzt eine Berechnung zu diesem Thema machen Allerdings hatten wir bis jetzt potenziell drei bis vier Begegnungen mit diesen Kreaturen Bei der letzten Bewegung waren es drei In der Verhältnismäßigkeit scheint eine verletzte Kreatur weniger gefährlich zu sein als die drei hinter der anderen Tür Und Clayton könnte eine Waffe haben, die wir snacken können Es ist der Security Breach, man könnte davon ausgehen, dass da vielleicht sogar mehr als eine Waffe ist Ich drehe mich zum Fahrstuhl um, wo John und der Käpt'n drin stehen und sage Haltet ihr an eurem Plan fest? Aufzug oder Waffenarsenal? Waffenarsenal Gott, zirp leise Ich würde einfach nur auf den Knopf drücken und warte bis die Kreatur Nee, das passt doch überhaupt nicht Okay, Waffenarsenal, let's go John, John steht neben dir Okay Dann sind wir jetzt die Crew Das war cool der Hauptgang, oder? Perfekt gemacht für Super Mario-Fan hier von Hollywood her Du heißt Mario Hollywood? Nein, ich bin ein bisschen dumm hier nicht Ich bin ein bisschen dumm Ich dachte, du stehst auf Waffen, ich dachte es wirklich Okay Ich habe nicht quasi den einsichert bekommen Okay Ich habe dann eine halbe Stunde in den Aufzug Ich gehe an den Aufzug und rufe ihn wieder Der hält erstmal unten an Also, der Fahrstuhl hält Fährt runter, ja Die Tür geht auf, aber du siehst, dass gleichzeitig auch der Ruf nach oben aktiviert wurde Jetzt mal stelle ich mein Bein jetzt in die Tür, damit ich nicht zugehe Also John John Hammond, John Ja Du kannst jetzt wieder aufhauen Er hält die Hand für die Laserschranke Danke Du kannst, wenn du willst, wieder aufhauen Ich kann auch allein mit Bob hier ein bisschen Sachen machen Und es sieht super aus, wie sieht es denn eigentlich aus? Das ist ein Gang, der tatsächlich außen an der Station entlang führt Und du siehst links das Schiff, die Odysseus, die da angedockt ist Und du siehst, dass Teile von ihr fehlen und Reste im All sich um sie drehen und wie Flitter im Licht des nahen Sterns aufglitzern und glühen Und vor allen Dingen siehst du, dass da ein Teil rings um den Antrieb zerstört worden ist, was vermutlich die Strahlungswerte erklären dürfte Das ist aber jetzt das andere Schiff, ne? Das ist das andere Schiff, nicht eures Eures kannst du von hier aus nicht sehen Bob Bob Hey, John Als du Bob sagst, mach Bob Ich bin John, Justice Bob Genau Aber sie können mich auch boppen, wenn mir das wichtig ist Nee, da kommst du verwirrt, weißt Der reagiert natürlich Ja, dann sind sie verwirrt Genau Also, pass mal auf Du kannst jetzt, wenn du willst, bei mir mitgehen For safety reason Dann tun wir zu meinem Schiff gehen, Meridian oder so heißt der Und dann tun wir mit, ablösen So richtig schön, Werdein, Space Jump Hier, Hyperantrieb mit Supergeschwindigkeit Oder tust du wieder hochfahren, weil es wird gerade gerufen von Nancy und Medic und so Und Zerro Ja, und tust da ein Glück versuchen Sonst bleib ich allein hier mit Bob Gewissle beschwazieren Sie würden allein hier gehen? Ey, ich tue niemanden zwingen, weißt Du bist ja jetzt ein bisschen unkomfortabel in der Situation gelandet Ziemlich, aber das Schiff gehört Ihnen Also Sie können es öffnen Ich hab so einen Schlüssel, genau Also es ist basically so ein bisschen meins von Kennst du Ehm, Leasingvertrag Die meisten von uns haben so einen Vertrag mit Whale and Yutani, das ist richtig Genau so ist das ungefähr Mein Equipment gehört mir auch quasi nicht So, und ich hab hier noch einen Pistole Kannst du mal sehen Ja, das ist wie gesagt Leasing Ähm, genau Und die oben haben keinen Your Choice Johnny Boy Haben Sie mich gerade noch gerufen hier Die meisten Sind Da hat nicht die Adroidin was von Waffen gesagt? Die kommen mit mir von Anderer Hemisphäre Das ergibt überhaupt keinen Sinn was hier Genau Aber ich bin auch ein bisschen gestresst heute den ganzen Tag Ich versuche nochmal Bob zu streicheln Du hast jetzt eine Weile versucht durch die Entspannung Du kannst noch einen weiteren Stress bekommen Geil Also Du weißt nur hier alles explodieren Alle platzen und alles Aber Ich werde dir seinen Choice selber überlassen Mehr sage ich Ja Ja Er schiebt dich sanft aus dem Fahrstuhl raus Und die Türen schließen sich vor dir Bob macht leise Nein Jetzt hör mal an einen Scheiße Ich will erst mal warten Der Fahrstuhl kommt wieder hoch Die Tür öffnet sich vor dir Und da steht John John, bist du auf unserer Seite? Also wenn die andere Option der Käpt'n ist, ja Wir haben einen Piloten gewonnen, das ist großartig Aber kommen wir überhaupt an Bord des Schiffes? Wenn ihr dann mal fertig seid mit denen, da ist immer noch eine Kreatur Hast du eine Wahrscheinlichkeit berechnet, wie man gegen diese Kreatur vorgehen kann, Android? Immerhin das diesmal richtig, Android Wir müssen davon ausgehen, dass die Kreaturen in sich Säure tragen Das heißt wir wollen dringlichst vermeiden, dass sie explodieren Warte mal, wenn du ein Android bist Kannst du überhaupt riechen und mich als ungenehm riechend wahrnehmen? Nein, ich habe berechnet, dass du dreckig aussiehst Du hast dich als einzige persönlich daran gestört Ich wurde darauf programmiert, darauf zu achten, was andere Menschen als unangenehm betrachten könnten Um mich möglichst menschlich zu verhalten Das soll ihr Stresslevel reduzieren Der Koch zupft dann in deinem Ärmel Sicher, dass wir uns nicht allein durchschlagen wollen? Nein Okay Wie können wir gegen diese Viecher kämpfen? Ich würde tatsächlich Waffen bevorzugen, die spitze gezielte Gewalt auslösen und nicht zu Explosionen oder Prellungen führen Leise klack 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 als Krallen auf den Betonboden bzw. auf den Metallgitterboden drücken Klack 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 Und dann schiebt sich wieder einer von diesen augenlosen, glatten, gläsern wirkenden Köpfen in den schmalen Spalt, den du sehen kannst Das Ding dreht den Kopf langsam hin und her Wie nah ist das? Das ist jetzt nur so drei Meter entfernt Wie sieht das denn aus? Rein theoretisch gesehen Das hat tatsächlich mehr Runden Es ist kleiner sogar noch als das letzte Also es ist so ein Baby Ein Baby vielleicht nicht Es ist kleiner als ein Mensch und es ist kleiner als die anderen beiden, die ihr gesehen habt Diese Tür, die ich immer noch festhalte Würde die zuschnellen, wenn ich sie loslassen würde? Oder würde die so bleiben? Die würde zuschnellen, ja Also wenn du sie genau bis zum richtigen Punkt schiebst und nicht darüber hinaus würde sie sich danach gut gar nicht schließen Das Problem ist, ich kann nicht als Köder fungieren Sie ist nicht lecker Ach wir hätten überhaupt nicht gehen lassen Ach jetzt so Du weißt es gar nicht Ja, sei froh Gut, ich drehe mich zu Nancy um Das ist ein relativ kleines Vieh Wir können davon ausgehen, dass es schwer verletzt wird Sollte es von dieser Tür eingeklemmt werden, die ich gerade noch festhalte Say no more Ich möchte zwei Dinge sagen Erstens, das wird spritzen Das heißt, du solltest dich nicht in eine Nähe begeben, in denen deine Haut verletzt werden kann Zweitens, wir müssen davon ausgehen, dass die Tür durch die Säure potenziell auf einem Level zerstört wird Dass wir sie danach nicht mehr anständig schließen können Habe ich eine Kapuze? Ja Ich stüt mir eine Kapuze über Binde mir die zu Ich habe lange Ärmel Ich habe eine lange Hose Mein Gesicht wird halt Also mein wunderschönes Gesicht wird leider zu Schaden kommen Fürchte ich Aber ich glaube, hier ist niemand in diesem Raum, der das Aushält außer mir Von daher weiß ich genau, was dein Plan ist Ich weiß, in welche Gefahr ich mich begebe Ich komme auf dich zu Und versuche mich so ein bisschen Hautmäßig unter dir durchzuschieben Und ins Sichtfeld der Kreatur zu beraten Mhm Das Ding hält inne Und dreht den Kopf langsam in deine Richtung Und dann duckt es sich Und ihr seht, wie diese seltsamen Ja, falsch rum geformten Beine sich anspannen Wie die einzelnen Seen, die da ineinander verflochten sind Wenn sie knacken, knacken, knacken Und sich ziehen Und dann hetzt es vorwärts in deine Richtung Und das hängt von dir ab, von einem Wurf auf Mobility Ob du die Tür im richtigen Moment schließt Mobility Ach du Scheiße Warum haben wir das nicht vorgaberechnet Oh mein Gott Ich hab ein gutes Gefühl Oh, ich hab nur 6 Oh, jetzt Komm schon, komm schon Du hast nur 3 Nein Ich hab nur 3 Aber du hast eine 6 gewürfelt Du lässt es im richtigen Moment los Oh mein Gott Und es packt diesen Schädel zwischen der Tür und der Kante Und es gibt ein knackendes Geräusch Das Ding kreischt, versucht sich da frei zu finden Eine von den Händen kratzt und greift nach vorne Und dann Pack nach mir Pack nach mir Ja, aber es kratzt nur knapp über dein Overroll Reißt dein Weyland-Yutani-Symbol halb ab Und dann gibt es ein Geräusch, als würde jemand Und eine Melone zerdrücken Als der Schädel vor dir explodiert Kann ich versuchen Nach hinten auszuweichen Und dafür zu sorgen, dass ich sie, die hinter mir steht Auch das ist ein Mobility-Wurf Toll! Du kannst mit Mobility versuchen auszuweichen Ich hab vier Drei Ach so und ein Stress Ich hab's nicht geschafft Ich hab zwei Stress Ähm, warte Und wie viel machst du Mobility? Wir müssen einmal Fernseher drücken, der schädelt sich gleich aus Ich weiß nicht, wo die Fernbedienung ist Das sieht nicht so gut aus Du schaffst es auch nicht Möchtest du den Wurf pushen? Äh Dann würfelst du den nochmal, aber hast direkt drei Stress Nee, nee, nee So viel passiert da nicht Ich krieg mir noch ein paar Spritzer ab Glaube ich Ach so Ihr nehmt beide einen Punkt Schaden Ja, oh mein Gott Als Säure auf euch spritzt Easy Du stellst fest, dass normale dünne Kleidung nicht im geringsten irgendetwas geht Die Säure tut Sondern die frisst sich einfach mit einem knisternden Geräusch durch Wie so ein Funke Geil Kann der Medik da irgendwas gegen tun? Ja Da heil mich Die Kreatur bewegt sich nicht mehr Und die Tür fängt auch langsam an sich so halb zu verflüssigen Mit einem wispernden, knirschenden Geräusch Äh, ja gerne, äh, ja Dann mach ich Dinge aus Gründen Du hast auf jeden Fall auch einen Punkt Stress aufgebaut durch das, was passiert ist Und, ja, dein Medikit gibt dir ja plus zwei auf dein Medical Aid Wurf Okay, das sind dann zehn Plus zwei Stress Dann musst du eine nochmal neun Dann musst du eine nochmal neun Dann musst du eine nochmal neun Dann musst du eine schwarze nochmal neun Ach du jemals Du machst einen Panewurf Ah eins, zwei, zwei Ah, ja Du hast, du beherrschst dich noch Ja Also, zumindest kannst du verhindern, dass die Säure weiteren Schaden anrichtet Indem du sie runterspülst Du machst mal einen Wurf aufs Laminar Während du da unten rausschaust Schießt dann ja Und deinen kleinen Bauchfreund streichelst Ja, ja, ja Zwei plus vier, ne? Ja Mhm Dann kommt ihr da hinten nochmal dran Schüppst jetzt mal was darüber Du spürst, dass deine Haut seltsam warm wird, während du da stehst Kein Panikwurf Du markierst, möchtest du den Wurf pushen? Dann muss ich mehr Panikdings machen, oder? Dann kriegst du einen weiteren Stresswürfel wieder Nö Ja Dann kreuzt du hier mal einen von Gradiation an Gehst du den Gacken weiter entlang? Ja Dann Ja Kommst du zu diesem großen Schacht, den ihr weiter oben schon gesehen habt Der für die Ventilation zuständig ist Der ist auch aktiv Du hörst ein beständiges Brummen Und da sind verschiedene Leitungen und Kabelstränge Die sich in dem Wind, der da rauf gepumpt wird Hin und her bewegen Und stehst dann vor einem geschlossenen Schott Und auf dem Weg oder so gab es jetzt nicht irgendwie so ein Alles ruhig, nichts passiert Oder was? Es passiert nichts Achso Dann musst du sowieso drangreifen und es wieder aufschieben Und die Tür macht jetzt keinen Widerstand mehr Okay, dann würde ich die einmal komplett aufschieben Die Überreste von dem Ding fallen mit so zu Boden Ich würde die gerne nochmal analysieren Mit elf, ne? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, ach du Scheiße Ja, eine Eine Die Bestandteile oder das woraus das Ding besteht Sind Substanzen, die für die meisten Lebewesen erstmal keinen Sinn ergeben Das Gewebe ist zu einheitlich Viele von den Bestandteilen wirken eher inorganischer Natur als organischer Und du kannst nicht feststellen, wo ein Nervensystem oder dergleichen liegen würde Du siehst nur fast kabelähnliche, dünne, schwarze Stränge, die sich durch den zerquetschten Schädel ziehen Und große Blasen, die möglicherweise Organe darstellen Es ist definitiv ein Lebewesen, aber eines, das einen gänzlich anderen evolutionären Pfad eingeschlagen hat Als die Menschheit gegangen ist oder irgendetwas, was auf der Erde existiert Gibt's irgendwas, also ich hab keinen Rucksack oder gibt's irgendeine Tasche oder irgendwas, womit ich... Hier in dem Sicherheitsraum, ja, da sind mehrere Taschen und da sind offene Spinde Und ihr seht in zweien davor noch Waffen Und ihr seht Clayton am Boden liegen und ihr Oberkörper ist halb zerrissen worden und halb aufgelöst Das Zischen von Säure hat aufgehört, aber ihr Gewebe ist zu einem Schleim zerfallen Und die Hand, die sie eben noch gehoben hatte, um mit ihrem... Aber ich hab den Chip, mit dem ich die Türen hier öffnen kann, ist mehr oder weniger mit ihrem Brustkorb verschmolzen Ist der Chip intakt? Du siehst nur so ein leises metallisches Blitzen in dem Schleim Ich will diesen Chip Dann greift man ihren Brustkorb What? Ja, let's go, keine Ahnung, das ist meine Idee Ich will da nicht reingreifen Ich glaub auf meine... Kein Glas voll Dreck, ein Glas voll Schleim Ihh, du machst alles dreckig Ja! Was soll ich tun? Das ist ja glitschig, ich krieg das doch gar nicht rausgegriffen Du hast ne... also so ein sehr kleines Glas Ohhhh Ah doch, passt doch Ah doch, passt... er weiß nicht so genau Was ist das? Du ziehst etwas Kleines heraus, das nur so lange es vielleicht an eine kleine Echse erinnert und mit leisen, zirpenden Geräuschen sich hin und her bewegt und du siehst metallische Zähne aufblitzen am Ende Das ist nicht gut Was machst du damit? Kann ich meine Probe irgendwo reinpacken? Hab ich ein Glas? Ja, vor dir Du siehst deine Thermoskanne Kann ich das in die Thermoskanne drücken? Ja Ich will das ganz schnell in die Thermoskanne drücken Gut, du drückst das Ding in die Thermoskanne Ich weiß nicht, wo wir das hinlegen Moment, lass mal Ja, ja Das ist aber noch nicht der Chip Das Metall blitzt irgendwo noch unten drunter Ach Gott, da ist noch mehr drin Du ziehst diese hin und her wibbelnden kleinen Viecher da raus Oh, das fühlt sich so widerlich an Ich glaub ich hab... oh ich hab was Und du ziehst den in einem mit einem Ring verbundenen Chip heraus An dem... Ich ersetze dir ein Buch Oh mein Gott, es tut mir so leid Ich glaube das bringt das Buch nicht um, wo was fangt Also... Oh mein Gott So Kim werfen Aber warum? Ja, weil du den Chip fangen darfst Es tut mir so leid Oh mein Gott, das ist einfach komplett wieder unten Es ist einfach wieder abgezogen Ja Es tut mir so leid Ja, die halb aufgelösten organischen Überreste von Claytons Brustkorb hängen an deinen Fingern Ja, ich seh's Steht mir Vielen Dank für diesen Heiratsantrag Also doch ein paar Gefühle, ha? Herr Robi Du unten machst nochmal einen Wurf aufs Terminal Kann ich auch was anderes machen, außer nur zu checken, ob ich... Du kannst versuchen die Tür zu öffnen Daneben ist ein Panel Das von dir verlangt, dass du deinen Zugangs-Chip einscannst Ein weiterer Punktstrahlung Ach, wirklich? Er ist so leicht schlecht langsam Ja, ich würde natürlich immer versuchen, da mal aufzuknacken oder so Das ist ein Comtech-Wurf Vier Würfel Plus dein Stress Du tippst da wild drauf rum Und dann hebelst du einfach dann vorne das Ding ab und ziehst an irgendwelchen Kameln und dergleichen und dann gibt es ein leises Knirschen und die Tür geht tatsächlich so ein Stück auf Bob, du machst einen ermutigendes... Genau, du gehst jetzt rein, tust du mal auf der anderen Seite den Knopf drücken, da will ich reinkommen Das ist immer auf Kommand Ich glaube, das war von ihm schon so gewollt, aber ja Er ist ein Frechchen Es ist sehr beschränkt, was er will Es tut mir leid, deine Illusion zu zerstören Hast du mir noch ein paar von den Worten gegeben? Ja Bitteschön Ach, scheiße Aber dreimal... Drei Erfolge von deinem Panikwurf, ja Bob hüpft auf jeden Fall von deiner Schulter runter und verschwindet durch den Spalt in der Tür, aber du machst einen Panikwurf Dein Zittern nimmt zu, aber wenn du einfach weiter atmest, muss es irgendwie gehen, aber alles was du jetzt auf Agility würfelst, kriegt dann einen Abzug von zwei in nächster Zeit Und dann gibt es ein leises, zischendes Geräusch und die Tür geht auf, auf der anderen Seite hängt Bob mit den Zähnen an einem der Knöpfe Hängt er ran? Ja, hat sich da reingebüsst Okay, ich versuche schnell reinzugehen und sag dann, okay, wenn du rein Du hast doch von hier aus einen von diesen, diese Sichtöffnungen zu dem Schacht und du siehst, dass es hier eine Treppe gibt, die parallel hoch geht zu dem Dock, an dem euer Schiff liegt Nee Na klar Mach mal einen Wurf auf Observation Das sind fünf Plus Stress, ne? Kannst du mir noch einen, bitte einen Stresswürfel geben? Natürlich Danke Das ist nicht gut Nein, das ist kein Erfolg, du kannst ja nicht pushen, sondern du machst einfach nur einen weiteren Panikwurf, als du aus deinem Augenwinkel eine Bewegung vernimmst Sieben Sieben Was du aus dem Augenwinkel siehst, ist, dass ganz viele von diesen Kabelbündeln auf einmal einheitlich schwanken Und dass sich etwas zwischen ihnen bewegt und dann ihnen hochklettert Das tut mir so leid Na ja, ne Dein Stresslevel steigt nochmal ein Was macht ihr hier oben? Erstmal frage ich, warum ich den Ring jetzt habe Warum vertraust du mir den an? Affekthandlung Nee, tatsächlich Möchte ich meine Proben sichern Dann habe ich das übergeben In der Hoffnung, dass sie dadurch abgelenkt ist und nicht merkt, dass ich Proben einsammle und dass ich dieses Viech in die Thermoskanne gepackt habe Aber Proben sehen wir ja Ich habe dir das zugeworfen Sie hat in dem Brustkorb von der Frau rumgewühlt, das hat widerlichste Geräusche immer so Okay Ich habe dir das zugeworfen und du hast das gefangen und beschäftigst dich mit dem Chip Und ich hoffe, dass ich in der Zwischenzeit dieses komische, was auch immer es ist in meinen Thermoskanne habe Ja, das heißt Was macht unsere Medik im Hintergrund? John steht neben dir Wollen wir es vielleicht allein versuchen? Überlegt, warten noch ab Es sind noch Waffen in den Spinden In den Spinden? Welche Spinden? Das ist im Security-Bereich in der Waffenspinde Oh, das haben wir aber nicht Ja, aber wir haben das schon Ihr habt die schon gesehen Also das sind zwei offene Spinde Aha Was macht ihr? Ja, da ist es ja jetzt ruhig, da so in dem Raum Ich versuche mir eine Waffe zu schnappen Du siehst, das eine ist mit einem Gastank versehen und das andere ist eine ziemlich kompakte Langwaffe, also ein Gewehr mit einem ungewöhnlich dicken Lauf Und was sieht einfacher zu bedienen aus? Du würdest sagen, das eine ist wahrscheinlich ein Flammenwerfer in der Form Du kannst dir vorstellen, dass man damit nicht sauber zielen muss Ah, das Ich akzeptiere, dass sich ein random, was eine Waffe nimmt Und trete auch noch ans Arsenal und gucke, was da noch so ist Das ist das, was noch übrig ist Das ist die Langwaffe? Das ist das Pulsgewehr Geil Okay, cool Ich habe meine Proben gesichert Und würde die Ich habe bestimmt Ich würde mir so einen Rucksack nehmen Und würde mir die Proben in den Rucksack hinten reinpacken Gibt es noch irgendwas Sinnvolles in dem Raum, was man mitnehmen könnte? Na, den Chip von Clayton, den habt ihr mitgenommen Ansonsten siehst du noch ein weiteres Medipack an der Wand, einen Feuerlöscher Ich würde beides einpacken Ich würde den Feuerlöscher hinten reinpacken und ich würde das Medikit hinten in den Rucksack packen Dann sieht das auch aus, als hätte ich den Rucksack deswegen und nicht wegen den Proben Damit das nicht auffällig wirkt Und dann würde ich nochmal in mich gehen und darüber nachdenken, über welchen Weg wir jetzt gehen müssen, damit wir zu unserem Chef kommen Ist tatsächlich nicht mehr weit, ihr habt jetzt nur noch einen Gang vorbei an dem Ventilationsschacht bis zur Räumdok Also quasi geradeaus da weiter, wo wir gerade schon auf dem Weg sind Und jetzt gibt es auch quasi nur einen Weg weiter Im Grunde ja Gibt es irgendwas, wo ich mir wieder so ein Speer provisorisch basteln könnte, was ich abreißen oder abtrennen könnte? Ein Tischbein oder? Dann würde ich mir so ein Tischbein runterreißen und ein Tischbein in die Hand nehmen Die Tische haben so, also ein großer Tisch in der Mitte, der am Boden auch verschraubt ist Das hat einfach so einen langen Stab dran, der wohl dazu gedacht ist, dass wenn man Leute da in Sicherheitsverwahrung hat, man die Handschellen dran festmachen kann Den kannst du rechts und links losreißen, weil der ist nicht für Annoiden gedacht Am Ende eine Spitze dran biegen und du hast wieder einen improvisierten Speer Das ist großartig, den nehme ich Schön Gibt es sonst noch irgendwas in dem Raum? Kann ich mich noch umschauen und noch irgendwas entdecken? Da ist immer noch diese halb zerfallene Leiche Gut, dann würde ich die gerne durchsuchen Möglichst ohne Schleim zu berühren Das wird nicht möglich sein Dann kannst du sie von Knie abwärts untersuchen Von Knie abwärts Hat die Schuhe, die gut sind oder sonst irgendwas? Die hat relativ elegante Schuhe Ja, die brauche ich nicht Ja, ne, dann würde ich die Leiche da so lassen Mhm Okay, gehen wir weiter Ich gehe zur nächsten Tür und ist das eine Glastür? Hat das irgendwas für den Durchgucken oder was ist das für eine Tür? Das nächste ist eine Sicherheitstür, die nach einem Chip mit einer hohen Freigabe verlangt Wollen wir da direkt durch oder wollen wir uns erstmal... Ich lausche an der Tür, höre ich da was? Mach mal einen Observation-Buff Ich guck noch John an, kommt der mit? Ja, der kommt mit Und hält sich hinter dir Okay, du musst erstmal das Pilot Light anmachen Das ist der Knopf da vorne Genau, mit einem Pfff entsteht vorne so eine kleine Flamme, die kordinierlich brennt Das ist nötig, weil das Ding funktioniert, indem es dann die brennbare Flüssigkeit durch dieses Licht durchsprüht Immer von dir weghalten, aber nicht die Augen schließen Okay? Ja Ja, gut Du schaffst das Und der klopft dir so von hinten auf die Schultern Du schaffst das Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das Was macht sie da vorne an der Tür? Observation Du hörst nichts Okay Nur so eine leise Tür Ich kann auch nicht durchschauen, das ist eine richtige Tür Also du hörst so eine Tür, ne? Vom großen Ventilator oder so Okay, dann halte ich den Chip an die Tür Sie öffnet sich mit einem leisen Bip Was ist da hinter? Dann ein Sichtfenster in diesem großen Ventilationsschacht, wo Kabelstränge hin und her schwanken Schräg nach unten siehst du den Käpt'n Ein Stockwerk unter euch, der durch eine Sicherheitstür schon durchgekommen ist Und gerade panisch in den Schacht hineinstarrt Was machst du? Ich? Ja, dabei ist ja noch irgendwas unten, ne? Da bewegt sich etwas zwischen diesen Kabelsträngen Das ist so ein riesiger Schacht quasi, der sich vor uns gerade eröffnet Also euer Gang führt um den Drumherum, aber ihr könnt von euch oben Das ist der Schacht Ihr könnt von hier reingucken und hier unten steht der Käpt'n Und hier am Strohhalm bewegt sich etwas Also in der Mitte, wo wir dran vorbei müssen, weil der Weg geht geradeaus durch Oder an der Seite Geht einmal drumherum Also rechts dran herum Auf der anderen Seite ist das Dock zu eurem Schiff Der Käpt'n muss mit der Treppe hoch, ihr müsst einmal um den Schacht herum Und in der Mitte bewegt sich was Ja, okay Du kannst jetzt einfach die Treppe hochgehen Dann ist der noch nach der Tür Dann ist der noch nach der Tür Dann ist das auch nach der Tür Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ab was mit Ringen Ähm Ich würde vorher noch einmal checken, ob bei mir irgendwie noch irgendwas brauchbares Und in der Nähe jetzt gerade rumfliegt Oder ist da irgendwie so eine Gegenstände Ist da irgendwas? Du schaust dich um Und das einzige was du siehst ist, dass da jemand einen Werkzeuggürtel aufgehangen hat Und offensichtlich an Arbeiten gemacht hat Da ist auch ein Panel geöffnet Und dann diese nie beendet hat Aus welchen Gründen auch immer Aber da sind so Sachen drin wie ein kleines Schweißgerät Mit einem Kabelstripper und andere kleine Sachen Aber jetzt zum Beispiel keine Keycard oder so Nein Aber ich würde den gürtelten wir mal unbedingt Einfach Schneidest du den um? Bob inspiziert ihn direkt und schnüffelt leichter Ja, sieht gut aus, aber Bob Ähm Wie hoch ist denn die Treppe? Das sind zwei Stockwerke, die du hoch musst Ja, ich würde langsam hochgehen Langsam hochgehen Also schnell So schnell ich kann Dann mach mal einen Wurf auf Mobility Ich wusste nicht, dass das Wort jetzt so ein Fächert ist So schnell ich kann Na ja, also einfach so wie ich bisher Mobility 3 Und du kriegst zwei abgezogen, weil du zitterst am Ganzen Ach Und noch sehr viel Angst Und noch sehr viel Stress Ja Was macht ihr eigentlich mit den Keksen hier? Frag ich mich jetzt mal so Die haben wir ausgeleert, um den Schleim umzufüllen Wir haben auch eine neue Wir haben eine neue gekriegt Wir können die Kekse jetzt wieder da rein geben Okay Da ist mittlerweile sogar das Wasser für hier Ja Ich mach hier auch noch mal zu einer So Ja Ja Nach einem Stockwerk hältst du inner als dein Wo dein Herz sich schmerzhaft zusammenzieht Oder dein Zwerchfell oder irgendetwas anderes Und du machst dann Panik Ähm Elf 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 Du hast Du siehst wieder diese Bewegung zwischen den Kabeln Alles was du ran denken kannst ist, du musst in Sicherheit kommen Das nächste was du tust ist dich irgendwo in Sicherheit bringen, verstecken oder sonst irgendetwas Und dein Stressleffel sinkt im Einzelnen Okay Wenn du das tust Aber wo ist denn Sicherheit? Das kannst du selber entscheiden Das kannst du selber entscheiden Irgendwo wo dich das Ding in dem Schacht nicht sehen kann Entweder presst du dich unten an die Wand Oder du rennst weiter nach oben und versuchst in dein Schiff zu kommen Ja Ihr seht wie der Käpt'n auf einmal anfängt Und er packt sich an die Brust Schaut in den Schacht hinein Seine Augen sind weit aufgerissen So dass es weißer einmal ganz um die Iris drum herum sehen kann Und dann rennt er auf einmal mit ungeahnter Agilität die Treppe hoch Keuchend und schreiend Und ihr seht dann Ihr gerät aus der Sicht Aber ihr hört dass er dann anfängt gegen das Sicherheitsshot zu bollern auf der anderen Seite Und dann drehen sich mehrere von diesen Kabelsträngen Als eine große Allerdings nur fünffingrige Hand Sich dann durchbewegt und sie beiseite schiebt Und ein massiver länglicher Schädel sich in eure Richtung Auf einem langen Hals hinausreckt Warum denn unsere? Der hat Lärm verursacht Aber der stinkt Und ihr seid doch da? Er ist weg Dann hast du duschen gegangen Ich bin duschen gegangen Ich bin duschen gegangen Okay 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 Für mein Verständnis Wie weit ist es denn jetzt weg? Wie groß ist das Vieh? Das ist so anderthalb Menschen groß ungefähr Das ist das größte von denen wir bisher gesehen haben Welches Hafer hat das? Schwarz Schwarzbraun mit einer darüberliegenden schimmernden Schicht Als hätte man es in Glas gegossen Und da mit einem dicken Öl eingekriegen Ist entweder ich jetzt hässlich zuhaken oder ich komme alleine weg Es hat fünf Finger Ja die anderen hatten sechs Dieses hat nur fünf Finger Aber die Krallen sind deutlich länger Und es streckt jetzt den Arm gegen die Scheibe aus Drückt dagegen und scheint die Stabilität zu testen Und ihr hört wie sie in ihren Fassungen knirscht Und ein Sprung sich durchzieht Was macht ihr? Rückzug oder rennen? Rückzug oder rennen? Auf der anderen Seite ist das Schiff Laufen Du läufst Initiative Richter mit drin? Ja Schaff's Ja Achso die müssen zurück geschehen Achso ja gut Die muss erstmal zurück und dann müssen wir Haben wir noch eine andere Nähmung? Ne Meier war schon weg Boah Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich bin quasi auf der einen Seite Dazwischen ist jetzt die Kreatur Und dann auf der anderen Seite Und gegen welches Glas testet das gerade? Das ist ja in diesem Schacht Genau Und da sind Sichtfenster Und es versucht die Fensterscheibe da rauszudrücken Und die fängt an mit Sprünge Erst so ein Kreis um die Hand und dann Wie so ein Spinnennetz die sich von da nach außen verbreiten Als es immer mehr Kraft darauf anwendet Und es kriegt zwei Initiative Karten Zu eurer Erleichterung vermutlich die sieben und die acht Ich hab ja drei Hat John auch eine Initiative Karte? Das ist eine gute Frage John kriegt die neu Oh Gott Cool John John ist drin John ist der Pilot Sorry Ja aber genau Der Captain ist als erster dran Genau Die Tür bewegt sich nicht Du hast ein paar Ja leicht blutige Fingerabdrücke drauf hinterlassen Als du drauf eingeschlagen hast Bevor du wieder die Beherrschung über dich bekommst Was tust du? Sehe ich Ich würde einfach Du hörst Leute die auf dich zurennen Nehme ich an Ich bin nicht losgelaufen noch Aber die Schritte von Susann was? Naja Aber du hörst leichte Schritte in deine Richtung kommen Den Gang drum herum Und dann das Knirschen und Knacken von Glas Das anfängt zu brechen Wie? Irgendwo hinter dir bricht eine Glasscheibe gerade Auf der Richtung wo sie herkommen? Das nicht gut Ähm Also Ich habe jetzt eine schnelle Aktion Und eine langsame Aktion Ja Und ich würde gerne eine davon nutzen Um mit Susan Ist richtig, ne? Ähm Zu kommunizieren Ob sie eine Safety Car Für die Tür für dich wieder Wie wäre es dann wenn ihr eure Initiative tauscht? Das könnt ihr nämlich am Anfang einmal machen Und Susan handelt als Erste und kann zu dir laufen Also Wenn sie das möchte Wenn sie das möchte Ich möchte einfach zum Schick Gut Dann tauschen wir jetzt die Initiative Das kann man nämlich nach Absprache Einmal bevor der Kampf los geht machen Wenn du deine Initiative hergeben möchtest Aber warum soll ich das jetzt tun? Weil du vor ihr dran bist Und nichts tun kannst Bevor sie bei dir ist Also sie kann nicht antworten was? Ja sie ist ja noch nicht mein Sicht Dann mach ich das nicht Also ne Gut Was machst du dann? Ich würde schauen Ob ich mit dem Scheißgerät Ich habe jetzt kein Defizit Ja Okay Gut Ist auch smart Er weiß ja theoretisch gar nicht Das wir eine Karte haben Heavy Machinery Da Ah Oh Nicht gut Dann war es doch nicht gut So Das sind 6 Chancen sind nicht so irrsinnig gut Ja 6 plus 2 Ich habe jetzt kein Defizit Ne? Also kein Minus oder so Da ist ein Erfolg So Ja Du schmeißt das Schweißgerät an Kneifst die Augen zusammen Du hast keine Sicherheitsbrille Oder sonst irgendetwas Und das grelle Licht Ist schmerzhaft auf deinen Netzhäuten Aber du weißt ungefähr wo der Riegel sein muss Und fängst an daran zu arbeiten Und das Metall fängt an zu glühen Er ist rötlich Dann relativ schnell auf einmal weiß Und fängt an weich zu werden Und du hörst Wie in diesem Schließmechanismus mit einem Knacken Dinge auseinandergerissen werden Und sich auflösen Oben drüber geht ein rotes Warnlicht an Aber die Tür öffnet sich einen Spalt breit Glühend Ist da irgendwo eine Anzeige wegen Druckausgleich oder sowas? Also du spürst, dass dir ein leicht Wind entgegenkommt Offensichtlich immer mehr Druck im Umbilical Aber du stehst jetzt da und siehst Durch diese wabernde Schlauchkonstruktion Hin und wieder das Shot von deinem eigenen Schiff aufblitzen Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wenn ich durchrenne Ich richtig ins Vakuum gerate Und in Street Eye gerissen werde Aber auch nur, weil ich Bob dabei habe Und jetzt hätte ich die Überlegung Bob Erstmal zurückzulassen Damit Bob überlebt Aber scheiß drauf Wir rennen einfach mal Ich würde einfach... Du rennst daran Ja, Rainer Wer ist als nächstes dran? Nancy Du hörst dein Und dann eilige Schritte Aber vor allen Dingen hörst du, wie neben dir diese Glasscheibe knirscht und knackt Und dann die erste Kralle sich durchdrückt Habe ich irgendwas in der Nähe? Kann ich irgendwas schmeißen? Ist noch irgendwas... Ich meine, wir stehen in diesen Dingen Da ist nix, oder? Da ist das einfach ein glatter Gang Du müsstest wirklich irgendwie ein Panel von der Wand reißen oder sonst irgendetwas Du hast eine Waffe aber Möchte ich dich aber aufmerksam machen Ja, aber was soll ich denn damit machen? Schießen? Fünfmal nichts gebracht Wenn ich das schieße, dann schieße ich doch als erstes das Glas Das heißt, ich mache es dem Monster gerade auch noch einfacher Möglicherweise Können das heftige Heldinnen sein? Mal spannen Für was? Ja, das war... Kann ich? Also das Monster ist quasi an diesem Glas gerade festgepackt und will versucht dadurch zu kommen Also es drückt sich da gerade durch, relativ gelassen sogar Es hat den Kopf auf euch ausgerichtet und drückt mit immer größerer Kraft gegen die Scheibe, die langsam nachgeht Aber es ist quasi ein Zylinder Ja Das heißt, wenn ich unten drauf schieße, wird es runter fallen Wenn ich das Glas unten drunter zerschieße Nein, das hängt ja noch in den Kabeln drin Scheibe Und die hat es sicherlich recht reingewickelt Das sind ganz viele Kabel auch Ja, das sind dicke Stränge von Stromkabeln und anderen Leitungen Und das hängt auch an nix irgendwie dran, wo drüber ich schauen kann oder so Also oben sind diese Kabel auf jeden Fall alle in Verteilern fest Du könntest versuchen die Verteiler zu zerschießen, damit das Ding runter fällt Ja, dann würde ich wenigstens das gerne probieren Dann mach mal einen Fernkampfangriff Fernkampf ist hier Ranged Combat Ihr habt leider eure beste Ranged Combat Person verloren an Gehirnbiss Ja, aber sie war aber nicht unbeteiligt an der Entscheidung zu sterben Sie hat versucht den Captain zu helfen Victim Flaming, Victim Flaming Als einzige wohlgemerkt Hallo Das sieht nicht gut aus Möchtest du den Wurf pushen? Danach ja Ja, möchte ich Dann kriegst du sofort noch einen weiteren Stress dazu Aber nur einen? Also einen Stress? Ja, und dann würfelst du halt das gesamte Plus den Stress noch rein Okay Ja Nö Nö Du ziehst einmal Der Lauf glüht auf Und dann löst sich ein heftiger glühender Schuss daraus Der ungefähr so ein großes Stück Glas einfach verflüssigt Mit einem Schlag Der glühend anfängt runter zu tropfen Und auf der anderen Seite auch noch ein Stück Stahl von der Wand zum Glühend bringt Das Ding dreht den Kopf leicht in die Richtung Dann wieder zu dir Und drückt dann die Scheibe gänzlich aus der Fassung Was ist Bonusplus 1? Ein Würfel mehr Du hast recht Du hast noch einen Würfel nach Würfel Please, please, please Ah Und du durchtrennst tatsächlich Aber das glühende Metall tropft runter Und mehrere von den Kabeln, die dort festgemacht sind, lösen sich mit einem Ächzen und Knirschen Die Kreatur sackt etwas ab Sie hat zwar sie hinterlassen mit einem Die Krallen müssen unglaublich hart sein Tiefe Spuren im Glas Aber sie fällt tatsächlich mehrere Meter nach unten Bevor sie mit einem Zischen sich vorwärts wirft und an der Wand festkrallt Okay, es war nicht komplett useless Nein Und dann? Ich hab nur ne schnelle Action Ja Dann lauf ich los Und dann läufst du los Ja Mit der immer noch sehr heißen, glühenden Waffe Du spürst, wenn du läufst und sie sich hin und her bewegt, wie die Hitze so über dein Gesicht wandert Die ist ja noch nicht leer, oder? Nein Ja, ne, ich würd die schon mal Ja Dann läufst Du siehst gerade noch den Ketten in den Umbilical verschwinden, der zu eurem Schiff führt Okay Dann ist unsere Androiderin dran Zero Was macht sie? John lebt noch, ne? John lebt noch, ne? John lebt noch, ja? Der steht etwas zögerlich hinter dir und drückt sich an die Wand Dann sagt er nur Scheiße, 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 Scheiße Wie agiert ist denn John? Er hat zwei Beine und ist unverletzt Würde John schneller laufen, wenn ich ihn am Arm packe und mitschleiße? Du bist selber nicht so schnell, du bist nur stark Du kannst ihn durch die Schultern nehmen Du kannst ihn entschlossen in die Richtung schubsen, ja? Schulter hineinfahren Ich habe Angst... Ne, da ist mein Rucksack, der ist wichtiger Ja, scheiße. Was mache ich? Ich will den auf gar kein Fall zurücklassen. Das ist unser fucking Pilot. Möchtest du mir mit ihm die Initiative tauschen? Nein, auf gar keinen Fall. So wichtig ist er jetzt auch nicht. Ich muss halt berechnen, im Zweifel, weil ich bin androiert, ich kann im Zweifel fahren mit meinen Proben auch ohne Pilot in dem Docking Ding überleben, bis irgendwer kommt und evakuiert. Das ist nicht das Problem. Kann auf jeden Fall eine Weile im Vakuum weiter existieren, ja. Das heißt, ich berechne quasi gerade, was ist sinnvoller. Optimale Lösung ist, ich kriege John lebendig auf das Schiff, weil dann können wir wohin fahren. Nicht ganz optimale Lösung ist, ich komme irgendwie alleine auf das Schiff. Auch in Ordnung. Hauptsache, dass es zu und geht weg. Das heißt, ich will nicht, dass er stirbt. Ich will noch weniger, dass ich sterbe. Wobei, sterben ist relativ. Ich will, dass dieser Rucksack auf diesem Schiff landet. Ja, das alles geht dir durch den Kopf. Aber was tust du? Ich laufe und würde allerdings bei dieser Scheibe halten mit meinem Sperr bewaffnet und würde gerne gucken, ob das Viech... Das hangelt sich gerade wieder hoch in deine Richtung und kreischt. Das ist ein sehr greller Ton, den du nur wahrnehmen kannst, größtenteils, weil deine Ohren eine größere Frequenz abdecken. Der Rest von euch hört nur so ein vages Zischeln und Quietschen und ansonsten fast eine Taubheit auf den Ohren. Kann ich? Das ist noch nicht nah genug, damit ich da von oben mit meinem Speer runterballern kann. Doch, kannst du. In Nahkampf? Ja. Das möchte ich machen. Gib ihn. Das wird nicht sterben, aber vielleicht wird es langsamer. Wer weiß, ob John laufen kann. Das ist sieben. Gut. Fünf, sechs, sieben. Ich habe zwei Sechser. Dann machst du ihm Schaden und ich kann mal gucken, ob seine Rüstung das abfängt. Drei, zehn Würfel insgesamt. Ein Erfolg. Ja. Für den Moment ist es fast so, als würdest du das in eine sehr, sehr feste Gelee-Masse rammen. Die versucht, das wieder zurückzuführen, wie ein Naturkautschuk oder so etwas. Aber dann bricht die Spitze leicht durch und fängt sofort an zu zischen, als sie auf die Körpersäfte der Kreatur stößt. Aber du hast ein Loch dort, wo andere Wesen ein Auge hätten, knapp darüber in diesen Schädel hineingestochen. Hat es Schmerzen? Es schreit, es schüttelt sich und es klettert weiter in deine Richtung, umso entschlossen erscheint es dir fast. Das ist nicht so gut. Was macht Susanne? Es sagt fast hauchend, weil John ja auch hinter dir steht, Lauf, aber besser nach vorn und läuft. Ja, John läuft hinter dir. Der hat seine Hand an deinem Overroll und hält sich quasi einfach an dir fest, als wärst du so sein Sicherheitsplüschtier. Okay, dann läuft das Sicherheitsplüschtier. Möchtest du bei dir deine Aktion fürs Rennen verwenden? Dann überholst du auch locker, weil du hast erst geschossen und bist dann gelaufen. Wieso laufen eigentlich die Leute mit den Waffen weg und ich mit dem Speer stehe hinten? Sie haben andere Prioritäten offensichtlich. Überleben zum Beispiel. Gut. Das Ding wirft sich vorwärts. Scheibe. Das war ein Fehler. Elze inne. Start dich aus nächster Nähe an würdest du sagen und stößt ein leises Zwischen aus, als würde Druck aus einem Rohr anweichen. Alle, die das hören und über die Schulter schauen und sehen, also ihr beide erhalten einen weiteren Stress. Und dann seine zweite Aktion. Dann greift es sich an die Brust und wirft sich vorwärts und reißt seinen Brust. Der Brustkorb auf und eine Fontäne an Säure spritzt auf dich zu. Schade. Ist das schon wieder auf der Höhe oder was? Das geht ja auch schnell jetzt. Ja, es hat zwei Aktionen. Die erste hat es verbraucht, um hochzuklettern und sie anzustarren. Und bei der zweiten jetzt... Der Brustkorb. ...übergießt es sie. Boah. Was ist das denn? Das sind... Oh mein Gott. Der Ripp, ne? Vier Punkte Schaden. Ich habe nur noch drei Leben, ich bin Ripp. Dann kriegst du eine kritische Verletzung, aber das ist bei Androiden anders. Ja, natürlich. Möglicherweise. Die sind stärker, die überleben wir. Wurde nicht, ey. Aber ist auch logisch irgendwo. Deswegen konnte ich dich auch nicht leiden. I'm sorry. Aber ich hätte in einem Alien-Universum ohne Androiden gespähen können. Würfel 1w6. Oh je. Um rauszufinden, was genau mit dir passiert, als deine Haut dir vom Körper geschmolzen wird. Dein linker Arm löst sich aus seiner Verankerung. Er macht ein knirschendes und surrendes Geräusch, als die Servos versuchen ihn zu halten. Aber dann löst sich mit eine Ping-Ting-Ting-Ting-Ting eine Verankerung nach der anderen und er fällt zu Boden. Er zuckt noch und die Finger prappeln noch gegen den Boden, aber deine Schulter endet hier. Okay. Danach ist der Arm weg. Und du bist erstmal nicht einsatzfähig. Das heißt, du stolperst zurück und deine ganzen Systeme fangen an, sich langsam runterzufahren. Deine Sinne flackern und du hast nur noch so eine halbe Wahrnehmung, aber du siehst auch, dass das Ding am Verenden ist. Das hängt mehr oder weniger bei die Regel in Gefallen, hat sich selbst getötet, um dich zu vermichten. Wenn dir jetzt jemand helfen würde... Tja. Ach, das ist schade. ...könntest du es noch schaffen? Ich mein, hast du noch ein Gehör an. Das Ding ist jetzt tot. Ne, noch nicht ganz. Es ist tot. Was? Es liegt im Sterben. Ja, ja. Okay. Lohnt es sich denn noch zu retten? Ich bin quasi hinter dieser Szenerie, ne? Ne, du bist dann schon ein Stück davor. Du bist ja zumindest ein Stück gelaufen. Aber wenn du zurückschaust, siehst du, wie sie rückwärts taumelt. Ihr Arm schmilzt dir regelrecht vom Körper ab und dann sinkt sie gegen die Wand und senkt langsam den Kopf auf die Brust. Also ich bin näher am Schiff dran. Du bist mehr oder weniger genau dazwischen. Du schaust zurück. Zwischen der Szenerie und dem... Okay. Äh, was ist bei der Aktion mit unserer, äh, John passiert? Und... John läuft, hält sich an ihr fest. Den beiden geht's gut. Die haben nur weit aufgerissene Augen. Und wo genau sind die? Die sind tatsächlich an dir vorbeigerannt. Die sind nämlich schon weiter. Also ich bin die Einzige, die dich noch retten kann. Ja. Da brauchen wir Androiden. Aber wie stark ist der geschädigt so? Also... Es fehlt auf jeden Fall ein Arm. Und Androiden kann man woanders immer hochladen. Das ist nicht das Problem. Aber das Risiko ist halt die Frage, ob du zurück umdrehen möchtest. Ne, möchte ich nicht. Äh, ich renn weiter zur Tür zum Raumschiff. Dort... Ihr seht noch den Käpt'n, der auch reingerannt ist. Und der an der Tür zu seinem Raumschiff ankommt. Ich nehme an, das öffnest du dann dort. Gerne. Es gibt wieder einen warmen Wind, der an dir vorbeizieht zum Druckausgleich. Bob gibt einen erleichtertes... Von sich und springt von dir runter und rennt in Richtung Küche. Achso, wir sind drin. Ja. Und das... Ja. Die Luftschleuse ist immer noch darauf eingestellt, dass sie einfach ganz aufgeht, weil sie sich ja um den Willik festgemacht ist. So wie das ganze Schiff fest verankert ist. Aber ich könnte jetzt einen richtigen... Move machen, ne? Könnt' jetzt einen Dick-Move, möchtest du sagen, machen. Könnt' ich, ne? Möchtest du richtig im Cockpit? Ich bringe die Noten mit. Pass mal auf. Also ich würde gerne auch kurz evaluieren, weil es ist jetzt ein bisschen aus dem Ufer geraten, das ganze Verhältnis. Ich habe das nämlich jetzt mit dem Aufzug deswegen gemacht. Darf man das erklären jetzt? Ist das blöd? Ich würde es vielleicht noch zu Ende spielen und dann erklären, was du... Okay. Dann würde ich tatsächlich in meiner Navität davon ausgehen, dass ich das alles alleine hinkriege. Mhm. Und läufst zum Cockpit. Mhm. Lauf zum Cockpit und versuch abzudocken, ja. Dann mach mal einen Wurf auf Piloting. Während du hörst, wie weitere Schritte sich durch den Umbilickel bewegen. Ihr, die ihr reinlauft, ihr seht außen an der Hülle auch sich etwas bewegen. An der Hülle von der Schleuse quasi? Von diesem langen Schlauch. Ja. Der sich dann auch leicht in Wellenbewegung versetzt. Also... Knister dringend um euch. Ich bin jetzt drin. Ja. Der Zoo macht irgendwie... Also ihr seid in dem Schlauch und lauft auf das Schiff zu. Der Käpt'n ist reingerannt und ihr seht, wie sich die... Ja. Und ihr seht, wie sich die Tür für euch schließt und ein Warnlicht angeht, dass ein Up-Dock-Vorgang beginnt. Du siehst auch mehrere Warnlichter, die dir sagen, dass der Umbilickel noch mit dem Schiff verbunden ist, als du alle Systeme hochfährst und dass da Personen drin sind. Dass da was? Da Personen drin sind. In der Schlau... In der Schlau... Achso... Also in dem Schlauch, im Umbilickel. Wenn du dich abdockst, sind wir tot. Genau. Das machen wir. Okay, gut. In dem Moment, wir sind quasi... Wo sind wir gerade? Also können wir nochmal... Ihr seid in diesem Schlauch? Können wir nochmal Gas geben und nochmal entdocken mit dem Ring? Also nochmal öffnen mit dem Ring? Mach einen Wurf auf Mobility. Du siehst, wie die einzelnen Bestandteile, die den Umbilickel festmachen, das sind ganz viele mit extrem starken Elektromagneten versehen. Mobility ist ganz links. Mit Elektromagneten versehen eine Sicherung anfangen, dass die Lichter da ausgehen mit klonk, 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 als das Schiff die Motoren hochfährt. Die Antriebe. Das macht das spannend. Oha. Zwei Erfolge. Du wirfst dich vorwärts, drückst den Schiff dagegen und zu deiner Erleichterung ist das Schiff ja ein bisschen von Weyland Yotani, weil es geliezt ist. Ich renne rein. Und die Luftschleuse öffnet sich für dich. Du kriegst eine kleine Warnung vorne, dass die Luftschleuse offen ist. Ich renne rein, renne ins Cockpit und hau ihm in die Fresse. Ja, warte aber so weit zu werden. Nein, nein. Erstmal, das Schiff ist gerade beim Abdocken. Du bist in der Luftschleuse. Und du hast jetzt die Wahl, machst du sie hinter dir zu, damit du weiter ein Schiff rein kannst. Weil jetzt nicht, wenn beide Türen sich öffnen oder lässt du die Tür noch offen, dass die beiden reinkommen? Aber wir sind doch alle drei zusammen. Also ich renne durch den Wurf. Also du wartest auf sie? Ja, natürlich. Das ist eine Sekunde. Dann könnt ihr euch auch noch in die Luftschleuse rein retten. Was ist jetzt die Luftschleuse? Ist das schon im Schiff? Die Luftschleuse ist schon Teil des Schiffs. Der Umbilical ist das Teil, das zu der Station kommt. Ja, okay. Und die lösen sich jetzt in dem Moment, wo mit dem die Luftschleuse sich wieder hinter euch schließt. Oh mein Gott. Für einen Moment spürt ihr auch wieder, wie ein Wind aufkommt. Der versucht euch in Richtung der noch so weit offenstehenden Luftschleuse zu schieben, während überall Alarm losgeht. Und dann schließt es mich am letzten. Es herrscht Stille. Der Umbilical löst sich. Und ihr seht es an dem draußen, wie Zecken noch kleine schwarze Gestalten hängen, die euch hinterher schauen. Ich schau John an und schrei ihm zu schnell ins Cockpit. Wir müssen Gas geben. Wir müssen diese Viecher loswerden. Ei, ei. Du hörst stimmen und wie sich die Luftschleuse öffnet und noch das Ende loswerden. Ich habe folgende Idee. Haben wir Alkohol an Bord? Ja. Ich würde, ich weiß ja auch wo das ist. Ja. Ich würde mir schnell irgendwie eine Flasche Hard Alk besorgen, die würde die Hälfte auskippen, dann schnell wegschütten. Also in Abfluss oder sowas. Ich dachte gerade, du legst noch vorher. Naja, du bist im Cockpit. Du kannst den Vorrat, den eure tote Pilotin da hatte, kannst du rausreißen und ein bisschen was aus der Flasche rausschütteln, während sich Schritte nähern. Genau. Dann kommt John in das Cockpit gelaufen mit irrem Blick. Ist Susanne noch an ihm dran? Ja. Also man soll auf jeden Fall, wenn man rein, die erste Person, die reinkommt, soll sehen, dass ich diese Flasche in der Hand habe und vielleicht auch kurz absetze, so nach dem Motto, hätte ich gerade getrunken. Und ja. Okay. Und dann kommst du auch hinterher. Äh, John? Wie sieht's aus? Kannst du das hier steuern? Siehst, was du hier siehst, kannst du das steuern? Ja, 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 ja. Das ist ein verbreitetes Steuerungsmodul. Selbstverständlich. Ähm, Entschuldigung, Sir, aber ich muss jetzt den Platz hier übernehmen. Susanne? Das hast du gut gemacht. Die anderen sind noch auf der Station. Wir holen Verstärkung. Wohl wissend, dass die alle sterben werden. Okay. Er setzt sich an die Steuerung, flippt einen Schalter und dergleichen. Fährt System hoch. Sie ist, sie ist zurückgeblieben, ja. Also, schade. Super, ich dreh mich zum Käpten um und ich möchte eine Prügelei anfangen. Ich versuche, ja. Keine Erinnerung, du hast ein Gewehr, ne? Ja, ich auch. Nein, 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 nein. Ich habe auch noch eine Pistole. Ich habe nichts gesagt. Ihr seid in einem Kuck. Wir sind in einem Haarkrank. Wir sind gerade gerettet. Ich würde keine Plasmapistole in einem gerade evakuierten Schiff abschießen. Für se keine gute Idee, das ist richtig. Wir schauen einfach mal, wer von euch beide schneller handelt. Oder willst du kassieren den Schlag? Also, du siehst, dass sie ausholt mit der klaren Absicht. Bist du stark? Ja. Kann sie mich töten mit dem Schlag? Na, ich würde es nicht. Dann nehme ich den. Gut. Dann willst du einfach noch einen Angriffen. Warte, muss ich würfeln? Ja. Mit Close Combat. Oder ich brauche acht. Alter. Ja, das konnte ich mich die ganze Zeit nicht wissen. Mit die harte Arbeiterin hier. Was ist das für eine fiese Lache? Du bist besoffen in der Ecke. Ja. Du hast noch einen Erinnerfall. Da. Ja. Schönen Zehnerausschlag. Ja. Also, es gibt so einen Knacken hier oben. Und, ähm, als du mit der Zunge dagegen gehst, fühlt sich derzeit auch nicht mehr so fest an. Und vor allen Dingen ist das direkt so ein pochendes, warmer Schmerz, der halt vom Ohr fast bis zur Nase nach vorne reicht. Wie finde ich Bob das? Bob ist in der Küche geblieben. Hey. Hey. Wolltest du Bob jetzt auf die Hände? Au. Warum tust du mir ein Gesicht auf? Bob fasst. Hey. Nochmal hin vorbei. Ähm, äh, kann, kann, kann jemand da drüben die Instrumente bedienen? Da sind irgendwelche Warnmeldungen. Fiona. Warnmeldungen? Wer ist Fiona? Unser Pilot. Tot. Wo ist euer Pilot? Tot. Was? Wie hilft mir das weiter? Ich wollte noch mal Informationen geben, weißt? Ähm, ich habe ja heute eine Pulle getrunken. Ich fängt mit ein bisschen unzurechnungsfähig vielleicht. Ähm, mal anziehen, kannst du das machen? Ich hab keine Ahnung von diesen Geräten. Ich versuch's. Mach mal einen Wurf auf Comtech? Ähm. Ansonsten ist das Witz einfach. Kein Comtech. Gar nichts. Du, hier! Naja, einen mehr. Ich hab zwei. Wie viel hast du? Ich brauche sechs Stück. Und Vollstress. Das ist ja geil. Was heißt? Die richtige mitgenommen. Ja. Oder einen? Ja, ja. Die Strahlungswerte auf der Odysseus steigen immer weiter an. Das sieht aus, als würde sich dort gerade eine Kernschmelze vorbereiten. Auf der Odysseus? Nein, wer nicht mehr. Ja. Ihr seid auf einem anderen Schiff, aber ihr seid in der Nähe von einem Reaktor, der gleich hochgehen wird. Ja, dann auf geht's. Mops Geschwindigkeit. Tu mal Gas geben. Was ist Mops? Geschwindigkeit? Tu einfach vorwärts. Rein. Attacke. Gut. Tu gleich ein bisschen was. Es geht ein Ruck durch das gesamte Schiff. Und es fängt an manövrieren. Nur einfach sich wegzurichten von der Station und dann alles auf den Antrieb zu geben. Die internen Dämpfer können das nicht irgendwie kompensieren. Das heißt, ihr rutscht alle ein wenig über das Deck und abwärts. Ihr werdet auch deutlich schwerer. Ihr hört dann aus der Küche. Und das Quirren von einer Schale, die runterfällt. Und dann ist hinter euch auf einmal nur noch Licht. Das letzte, was deine Schaltkreise mitbekommen, ist Licht. Licht, das durch Metall dringt und dann durch dich hindurch wandert und nur einen schwarzen Schatten hinterlässt, wo du einmal warst. Aber auch auslöscht die Masse an Chitinen und Metallen, die gerade diesen Schacht hochgeklettert kommen. Die Dutzenden von fünf- und sechsfingrigen Händen, die sich die Kabel hochziehen und durch die Lücke sich drücken und dann allesamt auch nur noch zu schwarzen Gerippen zerfallen, bevor alle Datenverarbeitung aufhört. Schade für Radiant Enterprise, die hätten damit viel Geld gemacht. Aber die haben bestimmt auch richtig am Stecken. Nein. Das ist mir egal. Ich habe keine moralischen Vorstellungen. Nein. Haben wir super gemacht. Ich glaube, das war überraschenderweise. Nur für mein Verständnis. Die Fünf-Finger-Kreaturen waren Anzeichen davon, dass ein anderes Alien ein Alien geboren hat, oder? Das ist tatsächlich die, nein, die ist eine Weiterentwicklung. Also man hat die sogenannte Scout-Stufe, die ist etwas kleiner als ein Mensch und schnell, die hat sechs Finger und wenn die dann zu einem Soldier quasi weiter sich entwickelt, dann verlieren die einen von den Fingern. Ah, okay. Weil ich weiß, aus dem originalen Franchise haben wir, die Alien kommen ja normalerweise aus den Facehackern, aus den Menschen und es gibt eine weitere Stufe von den Fichern, wenn sie sich gegenseitig gebären anfangen und dann haben die auch den Finger weniger. Oh Gott. Und sind fleischig rosa. Das machen wir nicht. Nein, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Nein. Ähm, das, ähm, richtig geiles Ding. Übel, übel geil. Ihr habt mich zurückgelassen, ne? Ja. Ich hab da deinen Arsch gerettet. Ich hab euch so gecarriert und ich hab mich zurückgelassen. Aber du bist unemotional. Ja, das ist auch völlig fein. Ich hätte mich auch zurückgelassen. Ja. Also, wärst du Mensch? Ehrlich? Naja. Also, zwei von vier sind tot. Das ist irgendwie traurig, dass beide versucht haben, den Käpt'n zu retten. Gestorben sind und der Käpt'n überlebt hat. Deswegen gestorben sind und der Käpt'n mit der Pole in Deutschland. Ich bin unzurechtlich schwierig. Ich hab jetzt aber nicht versucht, den Käpt'n zu retten. Ich hab versucht euch zu retten. Aber tatsächlich, ich wollt eigentlich ursprünglich, wollt ich so spielen, dass ich gar nicht, gar keine Fix auf Menschen gebe. Ich wollte eigentlich mit Empathie Level Null spielen. Aber ich hab gefürchtet, dass wenn ich in der Runde auch gar nicht kooperiere, dann quittest du. Wieso quitt ich dann? Weil er nicht kooperiert hat mit uns und Nessie sehr ruhig war. Und ich hatte Angst, wenn ich meinen Charakter genauso spiele, dass ich gar nicht versucht dich zu retten und gar nicht versucht mit euch zu interagieren, sondern nur meiner Mission folge, dann wärst du komplett allein gewesen und hättest nichts tun können. Es hätte aber funktioniert, weil du auch mein Rival gewesen bist. Du bist auch mein Rival gewesen. Es war ein bisschen anlackig tatsächlich, ja. Hätte ich dich auf Buddy gesetzt, weil mein Buddy ist relativ früh gestorben. War ein bisschen sad. Dann hätt's besser funktioniert tatsächlich, weil dann wär ich mit dir immer mitgelaufen. Aber mit dem Buddy und dem Rival hab ich nicht ganz verstanden. Ich dachte tatsächlich, das bringt uns wirklich was. Aber jetzt am Ende, wo war der Buddy und der Rival entscheidend? Wenn ihr tatsächlich irgendwie einen schönen Moment mit eurem Buddy gehabt hättet, hättet ihr Stress abgebaut dadurch. Ach so. Bei mir war es nämlich so, Kim war die ganze Zeit mein Buddy. Aber sie hat immer abgeblockt. Und sie hat immer gegen mich steuert. Ja, weil du nur Scheiße gemacht hast. Ist ja auch mein Kerl. Also in erster Linie ist das schon da, um Spannung in der Gruppe aufzubauen. Man kann dann aber auch mechanisch nutzen. Aber es war dann auch okay, dass ich dann keinen Bock mehr auf sie hatte, oder? Ja. Also ich mein, das war schon schön. So, wir wollen ja weiter. So, ja klar. Ich geh in den Fahrstuhl. Tschüss. Ich dachte, wir connecten wieder bei den Waffen. Und du so, nee, scheiß drauf. Ja. Ja, mir ist das so ein bisschen gegen den Stich gegangen, dass immer andere quasi das Kommando übernehmen wollten. Dachte ich. Weil du hast immer gesagt, lass uns lieber das machen, lass uns das machen. Und du hast mich immer beleidigt. Du kannst nicht. Was? Du hast immer gesagt, ich bin useless. Ja, aber warst du ja auch. Du bist besoffen. Ja, ich weiß. Du bist besoffen auf das Schiff gekommen. Ich bin ja auch verletzend. Und deswegen, ja. Er ist auch ein Mensch im Gegensatz zu ihr. War ich dann bockig und Bock hat auch gesagt, du lass es gehen. Ja. Und deswegen, aber ich fand es auch sehr sehr, also ich dachte ehrlich, du lässt mich jetzt einfach durch diese Schleuse gehen und das reißt einfach alles raus. Und alle sind safe in der Station. Safe. Wäre auch ein schönes Ende gewesen. Ja. Und ich platz einfach im Weltraum. Und deswegen habe ich auch überlegt, Bob stehen zu lassen. Weil ich wollte, dass er auch mit überlebt und ich renne einfach rein und sterbe. Aber so war auch cool. Aber ich fand schön, dir noch die Arschloch-Möglichkeit zu geben, einfach wegzufliegen und die da zu lassen. Und wenn der Wurf nicht geglückt wäre, dann hätte sie ins Abakeum rausgeschlonzt und du bist als einziger mein Bob entkommen. Und das ist auch eigentlich, also dadurch, dass ich eigentlich so ein Arschloch war die ganze Zeit, wäre das auch echt. Aber am Ende entscheidend dann doch noch Würfel. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen ein Pain, weil ich hatte dich als Enemy mit drin. Weil ich dachte, wenn du so Musik machst, bist du ein Risiko für meine Mission, weil ich dich nicht einschätzen kann. Und ich hatte dich als Buddy eingetragen, weil du mein Vorgesetzter bist. Und ich möchte ja eigentlich, dass die Mission funktioniert. Aber du hast dich so anti der Mission bewegt, dass mein Buddy und meine... Also ich habe ja das Ziel gehabt, die Mission auf jeden Fall zu schaffen. Ich hatte dich als Buddy und das war in Interference, weil du einfach die Mission gefährdet hast. Aber es war ja mit Kim genauso. Deswegen habe ich dich gerettet, das eine Mal, nur weil ich dich als Buddy hatte. Wenn ich dich nicht als Buddy gehabt hätte, hätte ich dich sterben lassen. Aber ich, also wie habe ich jetzt die Mission sabotiert? Hey, du hast nur sabotiert. Ich habe ja aus meiner, also in meinem Charakter habe ich ja quasi immer so gehandelt, wie ich es für richtig gehalten habe. Ja, und dadurch hast du die Mission gefährdet. Ich habe ja bis zum Schluss, ja, aber unbewusst. Und ich habe ja bis zum Schluss nie so eine Situation forciert, wo ich jetzt jemanden stehen habe lassen. Außer jetzt ganz am Ende. Wo du fast alle stehen hast. Genau. Haben wir ein unterschiedliches Pen & Paper gespielt? Naja, wie gesagt, nie bewusst. Ja, aber trotzdem hast du es getan. Naja. Also ich war überrascht, dass der Käpt'n ein betrunkener Schloss hat. Aber das ist seine freie Entscheidung, wie der ist. Ja, ich bin ja über diese Hartz-IV-Methode gegangen, sodass ich quasi einen Job suchen musste. Und ich das ja eigentlich gar nicht gut kann. Und das war jetzt so mein... Ich frage mich nur, wie jemand über eine Hartz-IV-Methode Käpt'n vom Zug ist. Es gibt keine Alternativen. Er wollte vielleicht eigentlich schon im Ruhestand sein, weil er auch irgendwie die Fähigkeiten nicht mehr hat. Aber er kann mit dem nicht überleben, was er von der Kampagne ist. Lass sich jetzt so eine kleine Crew bekommen. Wollen wir das mal probieren mal aus, dass sie überleben. Ich habe mir jetzt so eine Agenda hier aufgeschrieben. Ich wollte eigentlich unbedingt einen Song singen, den alle mögen. Aber irgendwie kam es nicht dazu. Am Anfang habe ich so ein bisschen versucht, aber irgendwie... So ein bisschen wie Guardians of the Galaxy. Genau. Seelen-Vibe. Oh ja. Schaut den neuen Film, by the way. Er ist großartig. Echt? Oh mein Gott, er ist so gut. Du bist die einzige Person, die ich kenne, die er schon gesehen hat. Really? Ja. Geht keiner rein. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Das freut mich nicht. Aber es wundert mich, wie stark mein Charakter war. Androiden sind echt, echt zäh. Ich habe das tatsächlich nicht gewusst und ich hatte es nicht geplant, dass ich so stark bin. Ich habe nur ab vorhin natürlich reingelauscht, wie viele von euch das Franchise kennen. Und habe halt gemerkt, es haben nicht so viele von euch das Franchise gekannt. Ich kenne es gar nicht. Bei Alien ist es tatsächlich im Franchise so ein Running Gag, dass du einen Menschen drin hast, der ein Android ist. Und irgendwann im Laufe des Films kommen die Leute drauf. Holy Shit, das ist kein Mensch. Also das ist tatsächlich etwas, was zum Franchise dazugehört. Deswegen hatte ich mal nicht vorhin Bescheid gesagt. Das hältst du davon, dass wir mich zu einem Running Rüden machen und das zu so einem Hidden Gimmick machen. Ist aber auch voll cool gewesen. Aber ich war so overpowered. Und vor allen Dingen war es so, dass innerhalb von zwei Sekunden Leute gesagt haben, die ist doch ein Roboter. Ja. Ja. Aber die fand ich doch okay. Ich habe halt versucht es so zu spielen wie ein anderer getickt und ich war glaube ich ein bisschen zu mechanisch. Vielleicht ja. Aber ich fand es richtig cool. Es war auf jeden Fall, ich glaube, wenn jemand hätte sagen müssen, wären dieser Crew sein Android, hätten alle gesagt. Ja klar. Du. Du. Piloten waren nicht so okay, habe ich das Gefühl gehabt. Die platzen irgendwie schnell. Ich glaube, jeder platzt schnell, wenn ich mit Alien ins Gesicht weiß. Hat aber tatsächlich auch ein paar Lebenspunkte. Ja. Ich hätte anfangen können mit meinen Stärken tatsächlich. Also weil ich beim ersten Kampf rausgegangen bin, habe ich gar nichts machen können tatsächlich. Ich bin dabei geworden. Was hättest du gehabt? Oh, du hättest Ranged Combat gehabt. Ja. Sie hätte richtig gut schießen können. Holy Shit. Sie hat tatsächlich auch das Alien tatsächlich ordentlich verletzt mit dem Schuss. Acht. Acht. Hat damit den Käpt'n gerettet. Und sieben Comtech. Mhm. Du hättest die ganzen Comtech Sachen, die ich gemacht habe, auch alle machen können. Hätt' ich irgendwo Heavy Machinery einsetzen können. Hast du ja sogar. Wo? Du hast Türen geöffnet damit. Ja, aber Türen geöffnet, das war die Schleuse ganz am Anfang. Nee, gab's auch nicht. Das hätte jeder bedienen können. Ja, natürlich. Es wäre wichtig geworden, wenn ihr beschlossen hättet, wenn ihr mitkriegt, dass in dem Horticulturbereich Alien sind, dann hättet ihr den anderen Gang nehmen müssen und dafür hätte man halt in irgendeiner Form ein EVA-Suit oder sowas anlegen müssen und durchs Vakuum. Und dann wäre es wichtig gewesen, also dann wäre es sinnvoll gewesen, dich vorzustecken oder die Androiden, dass du zur anderen Seite kommst und dann da eine Tür öffnest. Okay. Also es ist schon so gedacht gewesen, dass alle von euch irgendwas machen können, wenn ihnen nicht der Kopf weggebissen wird von einem Alien. Ah, das ist halt passiert. Das ist. Hey, ich fühl das. Die haben halt tatsächlich so eine Reihe von Attacken, das wird immer ausgewürfelt und die Eins ist die harmloseste und die Sechs ist das, was sofort tödlich ist. Ja. Wenn es das trifft. Ja. Es tut übrigens unendlich leid, dass ich dein Buch getroffen habe mit der Schraube. Ja, das ist komisch. Es hat sich auch gänzlich wieder abziehen lassen, was fast creepier ist als alles andere. Ich möchte betonen, das war nicht meine Idee. Das war Lacki. Ja, genau. Also haben die da in der Regie ausgelegt. Ich wusste auch nicht, dass da jetzt noch die Eidexte drin ist. Das musste ich dann improvisieren. Wenn ich hätte vergessen, dass da irgendwelche möglicherweise eingestoppt sind. Aber das war lustig, weil da halt nochmal ein Problem, damit ich nicht reinhalten könnte. Ah, das war schön. Richtig, richtig cool, Mayri. Danke dir. Gerne doch. Ich mag das sehr gerne, das Alien-Rollenspiel und natürlich auch das Franchise. Wobei ich zu den Leuten gehöre. Ich sage, Alien ist immer noch der Beste von denen. Schlicht und einfach. Das ist der, der am besten gealtert ist und die beste Stimmung aufbaut. Das ist halt nur die Scott. Da habe ich nichts noch. Richtig geil. Sigourney Viva. Beste Action-Heldin, die es jemals in einem Franchise gegeben hat. Da könnte sich Megan Fox noch was von abschauen. Ich glaube, die würde gerne, ja. Aber die ist ja, glaube ich, vertraglich verpflichtet dazu immer. Ubis und Hintern. Ach so, das finde ich ja nicht so schlimm. Ich fand aber nur generell so von der schauspielerischen Leistung. Ach so, von der schauspielerischen Leistung können sich quasi alle Leute was von Sigourney Viva abschneiden. Das meine ich eigentlich. Ich wollte sie jetzt nicht für ihren Körper schämen. Ich meinte tatsächlich von den Charakteren, die sie spielt und von der schauspielerischen Leistung. Ich verstehe, ja. Nein, Sigourney Viva ist super und das ist einfach ein hervorragender Charakter. Also immer noch, wenn man so ein bisschen Kreaturen-Horror, Body-Horror und dergleichen abkann oder mag. Schaut Alien. Es ist nicht umsonst ein absoluter Klassiker. Schaut Alien. Und es ist super gut gealtert, weil es einer von den Filmen ist, der ja die ganzen Aliens wirklich mit, die haben die ja nachgebaut. Das heißt auch, diese Filme, obwohl die 40 Jahre alt sind oder ich glaube 1978 oder 82 sowas zuerst gekommen, so uralt. Es ist so gut gealtert, weil sie mit so viel Dunkelheit einfach arbeiten. Also für einen Film uralt, nicht für Menschen uralt, bevor ich jetzt hier falsche Feste aufgerissen habe. Also ja, ich würde schnell das Thema wechseln und ich sage den mal, einmal natürlich bei meinen wundervollen Mitspielern bedanken. Es hat natürlich Spaß gemacht. Sorry, dass auch hier mit der Audio und mit der Verzögerung alles so ein bisschen stressig war. Es freut mich aber, dass es jetzt zum Schluss noch sehr, sehr gut geklappt hat. Ganz, ganz viel Liebe für die Regie, die uns hier rotiert hat, die versucht hat nebenbei die technischen Probleme noch zu lösen, die die Kameras gesteuert hat, die sich lustige Ideen überlegt hat und vor allem Tarek und Lati, die dieses wundervolle Set gebaut haben und insbesondere Lati, die dieses Bild gemalt hat letzte Woche, händisch, damit wir nicht aussehen, als würden wir in einem Backofen sitzen. Aber ich glaube, ohne das hätte es ausgesehen wie ein Backofen. Ja, dann schaut auf jeden Fall bei den anderen noch vorbei. Hier gibt es bei Orkenspalter ganz, ganz, ganz viel Pen & Paper. Kalle hat gerade seinen ersten Song released und kriegt bald seinen nächsten Song. Fina C streamt auch ganz, ganz viel auf Twitch und macht darüber ganz, ganz viel coole Aufklärungsarbeit. Und falls ihr Freiraumredner noch nicht kennt, was zur Hölle habt ihr auf meinem Channel bis jetzt gemacht, beziehungsweise sind sie gerade auf unserer beiden Channel. Ich wollte gerade sagen, das sind ja eh beide Seiten. Ich sollte sie kennen und das wäre so ein echt Bedarf. Wir streamen morgen wieder ab 10 Uhr mit vollem Programm im letzten 3. vom 3. Tag. Mit ganz vielen coolen Sachen. Du hast morgen eine Buchvorstellung mit Jan Sorrell. Das ist einer aus dem ehemaligen Team von Mai, der ein Buch geschrieben hat. Dann spielen wir Magic und dann gibt es Raclette mit Privacy. In einer Frauenrunde. Wird cool, glaube ich. Wird, glaube ich, wirklich richtig, richtig geil. Cool. Das war Tag 2. Eine wunderschöne gute Nacht. Bis morgen, ihr Lieben. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal.